Lack, am Kali sein, ha? Lack, wo sind die so? Okay, Auto steht hier noch. Das ist gut. Pimmel. Was hast du denn heute? Achte. Hallo? Hast du auf meine Mailbox gesprochen? Ja. Ich konnte die nicht abhören, ich hab kein Geld drauf. Oh. Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Ja. Ich hab eigentlich nur gesagt, was hältst du von 20 Uhr Treffen am Taxi? Ja, wie spät ist es denn? Ah, ich hab mein... Warte, ich guck, ob... Ich hab ja nur massig Zeit. Oh. Da fährt ein Tüterwagen. Da fährt ein Tüterwagen. Bist... Bist du hier? Ich steh vor meinem Hotel. Oh. Wo bist du denn? Na, bei die... Beim Taxi. Welches Taxi? Da wollen wir dich heute einarbeiten. Und was ist mit Twinkie? Auch. Auch? Bist du ein Kicker oder warum sagst du auch? Ich bin... Warte, bin ich? Bist du ein Kicker? Ja. Okay. Super Kicker. Ich bin... Zu Wasser aus Zora. Nee, bist du nicht? Doch. Nö. Hast du meinen Pfeilrückstier gesehen? Du kannst keinen Pfeilrückstier. Ja doch, aber danach müssen wir mal zum Arzt. Twinkie, komm aus dem Hotel, bitte. Boah, die brauchen wir so lange, bis die Treppe runterläuft. Ja. Ich warte auf Twinkie, ich bin am Park. Okay, pass auf. Und dann komm ich zum Taxi. Und dann komm ich zum Taxi. Soll ich dich abholen? Ja, aber Twinkie ist noch im Hotel drin. Ja, aber ich kann ja davor parken, wenn du willst. Ja komm her, wir schnacken bisschen. Herr Polizei, Mann, ich schläfe neben meinem Freund. Hab jetzt keine Zeit. Mach die Pumpkin weg. Gott sei Dank, Mann. Adnos, ich komm nicht jetzt gleich. Ich komm zum Park, okay? Okay, ich steh da vorne dann. Ja, weißt du, was sag ich? Boah, das ist aber voll weit. Ich warte vor dem Hotel, kannst du mich abholen? Warte. Ich komm genau zu die Palmen. Ja, Palmen aus Plastik. Bis dann. Bis gleich. Herr Polizei, Mann, die Pumpkin weg. Ja, aber ich muss da trotzdem lang gehen. Wirst du bedroht? Ja. Okay. Ich verklopp den. Ja. Ich muss kurz schnell mein Taxi holen. Hier ist Großhandsatz. Ich wärme dich schon mal auf. Ja. Ein paar Dänenübungen. Hab ich einen zu schütteln? Nee, das mach mal mit Willi. Ich rufe Willi noch an. Pass auf, ich hol dich mal ab. Oh. Oh, nein. Sag das nicht. Was ist das Wort? Doch, ich hab keinen Schlüssel für die Kaffe. Und meine ganzen Lebensmittel ist abgelaufen. Das ist doch gut. Dann müssen wir nachher zu Cody. Boah. Das ist abgelaufen. Jetzt kann man alles nicht mehr essen. Nein, das ist nur eine Mindesthaltigkeit. Die sind auch nicht mehr gut. Oh, die Torte, die ist schon grün. Die ist auch schon grün. Bratenbrötchen. Da steht kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Ich probier mal. Bring dir weiter zu essen. Okay. Der ist auch nicht mehr gut. Der auch nicht mehr. Apfelkuchen ist auch nicht mehr gut. Oh je, was ist hier los? Der ist schon schmolzen. Hab ich Kuchen schmeiß? Ich hab hier so eine Flasche Rammstoffe. Geh weg. Ich hab hier eine Flasche Rammstoffe. Ja, schieh denn weg. Achso. Das schmeckt so. Das ist episch. Tönerbox auch schlecht. Ach du Scheiße, was die sind hier los. Das ist geschmolzen, geschmolzen, ist auch geschmolzen. Das ist auch geschmolzen, das ist auch geschmolzen. Ist auch nicht mehr gut, auch nicht mehr gut, auch nicht mehr. Auch geschmolzen, alles geschmolzen. Ach du Scheiße. Boah, ich hab Hunger. Ja, ich komme mit deiner Dönerbox. Ja, Twinkie, Twinkie. Oh, da, ich seh dich. Easy. Erster. Kannst du mich abholen? Ja, natürlich. Warte, 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 ich arbeite dran. Hi. Hallo. Warum zeigst du mir den Stinkfinger? Ich wollte nur zeigen, weil ich mir Nägel gemacht hab. Was? Ich hab mir Nägel gefeilt. Du hast einen Enkel gemacht? Ja, Nägel. Ach so, du warst mein Dings. Hey, wo bist du hin? Pinsel. Ja? Wo bist du? Bist nicht mehr im Auto. Nicht. Oh. Hilfe. Der versteht nicht, was ich meine. Der denkt jetzt unsichtbar. Pinsel, wo bist du hin? Ich hab mich versteckt. Oh. Wo? Meine Stimme. Bin, ich bin in der Gasse. Oh. Da vorne ist eine Gasse. Oh je. Das hab ich gehört. Das ist ein richtiges Telefon. Eine der Gasoliner. Eine der Gasoliner. Eine der Gasoliner. Eine der Gasoliner. Nein, ich seh dich. Wieso? Wie? Oh, hier ist der Quatsch. Komm mal in die Club, ne? Wie geil. Ich hab mich so gut versteckt. Hallo. Ja, die fällt schon auf zwischen den Mülltonnen. Steht so. Das sieht so aus, als wenn ihr vier pinselt. Ich will ein eigenes Theater haben. Oh. Versuch's sammeln. Wo? Was ist das? Essen. Nahrung. Willi. Wo sind ganz viele Autos auf? Wo? Oh. Twinkie. 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 Markus. Komm mal schnell zum Würfelpark. Markus ist nicht mehr mein Freund. Törtchen. Ganz schnell. Törtchen geht nicht am Handy. Wir haben einen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das bin ich und Twinkie. Ja. Bis gleich. Okay. Perfekt. Wie findest du mein T-Shirt? Blau. Blau? Ja. Scheiße. Ich hab eigentlich das Rot angezogen. Oh. Ich hab schnell so mit Farben. Wo fahren wir hin? Ähm. Na, ich würde sagen, wenn die Frau Schnecke da ist, fahren wir zum Taxi. Und dann... Ja, aber ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um die Treppenwunde zu laufen. Sind nicht viele Treppen? Na klar, wir wurden 280. Zitage. Oben, ganz im Himmel. Oh. Oh nein. Komm ich lieber aus der Gasse raus. Hier sind immer nur die Asozialen Verbrecher. Ja, die pullern hier hin. Oh, warte mal. Das ist nicht mehr gestült. Das war meine. Gib mir die her. Ich hab die verloren vorhin. Okay. Hier. Wolltest du die noch essen? Danke. Wo ist das Spielzeug, was da drin war? Weiß ich nicht, aber wo ist die noch... Der Cockring, der im Dunkeln glitzert. Wo ist der? Ich will den wieder haben. Weißt du was? Hier, das war da drin. Gar nicht. Doch. Dass der nur so ein dummer Tennisball ist. Ja. Schmeiß den weg. Na toll. Den will keiner haben. 500 Haken. Puff, in der Luft. Puff. Ich aus wie die Wollfahrten. Oh, guck mal, der pfohlen schwarzes Taxi. Oh, der ist Willi. Der kann nicht einstellen. Willi. Willi. Warum bin der weg? Aber dann krieg ich keine... kein Geld mehr für... diesen Touristenschein, den ich hab, ne? Oh. Wann ist das? Ja, ich krieg dann nicht mehr meine... 300 Dollar. Ach so. Das stimmt. Aber dann... Hi, Ronny. Hi, Willi. Tach schmal, wie ist es? Wat schmal? Ich bin Pina. Willst du einen klatscht haben? Ja, aber das seht man so. Wat? Gölle seht man. Tach schmal. Ja, bei uns in der Pod sagt man, wat hast du ja sagt. Ronny? Der Pinsel und ich machen hier ein Theater, ein Quatsch-Comedy-Club. Ja. Los Santos Cierta. No playing. Guck mal, da ist so ein... Wie nennt sich das? So ein Wassertopf obendrauf. Wie heißen die nochmal? Wasserspeicher, ne? Das ist ein großer Reimer. Das ist meine Kaffeetasse. Oh. Die hab ich da hingestellt, damit die trocknet. Okay. Daraus trinke ich immer Kaffee. Oh. Oh, Ronny, ich hab was vergessen. Ja? Wo ist mein Lohn? Ja, warte, ich hab was vergessen dir zu geben. Genau, wann wird eigentlich der Lohn beim Taxi ausgezahlt? Puh. Ausweich Deutschmann. Boah. Willst du nen Drücker kriegen? Widerlich. Wär ich? Ja. Kommst du da rum mit deinen Arten? Ja, aber nicht zu fest. Okay, ich mach ganz vorsichtig, ne? Nicht zu fest. Ist nicht fest. Oh, Gott. Siehst du, das hast du davon. Boah. Oh, lecker. Was hast du jetzt? Bohnen mit Zwiebeln? Fische, Pinz und Poi Poi mit Spinat. Oh, lecker. Ach. Ist denn Poi Poi? Scheiße. Boah, ich hab Tränen in den Augen. Poi Poi ist Kartoffelbrei. Da ist... Warte, wie heißt das? Poi Poi. Poi Poi. Ja, Poi Poi. Ja, Püree. Püree. Kartoffelpüree. Kartoffelstampf sagt man auch noch, oder? Nein, Poi Poi. Und Fische, Pinz. Bei uns sagt man ja... Aber das ist wieder was anderes. Kennst du Äpfelschlot? Apfelschleck. Äpfelschlot. Äpfelschlot. Ja, das Kartoffelsalat. 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 Ja, genau. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Wann kriegt ihr denn immer euer Gehyte? Gehyte beim Taxi? Äh, gar nicht. Doch, immer Ende der Woche. Also Sonntags. Und man muss immer aufschreiben, wie weit man gefahren ist. Genau. Man schreibt das auf. Oh, das ist viel Arbeit. Und... Das ist schon ein bisschen was. Aber... Ja, wenn du das richtig machst und viel fährst, dann kannst du auch viel verdienen, ne? Aber das Problem ist, wenn du kein Taxi fährst, kriegst du kein Geld. Das stimmt. Nur wenn du Kunden gefahren hast, dann kriegst du Geld. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch immer mal aufs Erdbeerfeld oder so, ne? Auf diesen Kinderfeld. Wenn keine Kunden anrufen. Ja, richtig. Ja, aber darfst du während du Taxi fährst auch arbeiten? Ja. Schwarz? Ja. Erlaubt der Chef das? Ja. Das muss ich ja nicht wissen. Doch. Außerdem, ich bin ja jetzt auch Geschäftsführer. Aber Willi. Ja. Wenn ich einen Taxifahrer kenne. Ja. Ja. Also wenn ich jemanden dabei erwischt hab, der zum Beispiel zwölf Kilometer gefahren ist, aber nur in Eintrieb, dass er drei gefahren ist. Ja. Um Geld zu unterschlagen. Ja. Krieg ich dann einen Bonus, wenn ich den verpetzt? Dann mach den. Schwarz. Ja, dann frag ich mich auch. Ich kenn einen Taxifahrer. Ehrlich? Macht. Echt? Ja. Was? Ähm. Schreib mir den mal. Wie sieht der denn aus? Puh. Der hat eine Maske auf. Okay. Oh Mann, ich muss ihn mal wieder ausziehen. Ich glaub ich geh gleich schon wieder ins Bett. Das ist ja schon wieder gut los. Und wie funktioniert das? Haben wir so ein Funkapparat? Ja, leider nicht. Weil wir keine staatliche Institution sind. Also jemand, der die Leitstelle hat, ruft mich dann an und sagt, Peanut, fahr da zum den Puffen und hol den Jörg ab. Ja, genau. Ja. Richtig. Oder fahr rüber. Oh, gesunder. Oh, geil. Ein Niesfurz. Ein Rülpsniesfurz. 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 Au. Au. Na, auf meine war das so blöd. Oh. Aber ich hab den Schmerz gespürt. Wenn du in den Dienst gehst, dann rufst du die Leitstelle an und sagst, ich bin im Dienst. Und die Leitstelle gibt dann rundum jedem, der im Dienst ist, dann immer wieder ein Kunde. Und was ist, wenn die Leute nach Pencil verlangen? Äh, ja, wenn der da ist. Wenn sagst du einfach, der ist nicht da. Und jeder, aber nicht jeder bekommt sein eigenes Taxi, oder? Nö, du kannst ja, wir haben ja mehrere Taxis in der Garage eingepackt, dann suchst du dir eins raus. Und darf man da auch neue Felgen drauf machen? Das muss man absprechen mit dem Chef. Aber wenn du... Ich muss schon repräsentieren, dass ich eine coole Sau bin. Ehrlich? Ja, nicht so wie der Ronny mit seinen dolle Felgen, sondern so ein paar. Sonst kannst du ja mit dem Ronny sein Taxi fahren. Das wäre vielleicht sogar am Anfang mal gar nicht so verkehrt. Nee, das finde ich nicht. Ach so, jetzt? Ja, oder generell, meine ich, wegen den Felgen. Der hat doch coole Felgen da drauf. Ich finde die Felgen nicht so cool. Ich auch nicht. Das hat der Chef mal raufgebottscht. Also bei der war das. Und wo ist euer Taxi-Stand hier vorne im Park? Äh, ja, da drüben. Die zwei Plätze da. Soll ich dir das mal zeigen? Nö, ich habe keine Lust dahin zu laufen. War mir irgendwie klar. Aber sonst sehe ich die Taxis immer da vorne. Ja, richtig. Da sind zwei Plätze, die sind für uns reserviert. Ah, okay. Drei? Manche stehen da vier. Was? Ja gut, je nachdem wer im Dienst ist. Und wie sieht es aus mit so, wenn du irgendwelche Asozialen holst, die gerade in den Laden überfallen haben oder so? Darfst du die mitnehmen? Äh, wenn die gut bezahlen. Also ich würde die mitnehmen. Also kann man dafür verhaftet werden? Äh, ja. Oder man ist schnell genug, so wie ich da. Bist du Fluchtwagen-Taxifahrer? Ja, leider. Gezogenermaßen einmal gewesen. Oh. Ja, aber das war irgendwie dann doch sehr aufregend. Ich habe es sogar geschafft, vor dem Bullen abzuhauen. Ja, du brauchst ja nur eine gute Story. Ja, das auch. Die Bulls heißt Sturm. Die glaubt ja jeden Scheiß. Meinst du? Auf jeden. Naja, aber nicht alle, ne? Ja, ne. Nur 95%. Und gibt es auch Mittagessen bei euch? Ja. Wir haben einen Taco-Van vor der Tür stehen. Also da dürfen die Mitarbeiter dann sich bedienen. Da ist doch bestimmt schon alles abgelaufen. Ne, da darf man nicht rangehen. Da darf keiner ran, außer Willi. Ich darf da nicht ran. Ja, super. Ja, du. Ist ja auch klar. Du machst das Ding ja auch regelmäßig leer. Aber ich hab... Verkaufst das dann deinen Kollegen. Ja, gut. Okay. Und was zahlt man pro Kilometer? Ähm, die sind... Warte, jetzt muss ich selber gucken. Die alten Preise waren 200 Dollar pro Kilometer. Ich glaub wir sind jetzt bei 300 sogar. Ne. Boah, 300 Dollar pro Kilometer? Achtung. Also Anfahrt immer auf... Also es kommt drauf an, wo die sind. Wenn die jetzt hier sind, dann ist die Anfahrt 500. Wenn die in Paleto sind... 800. Ist die Anfahrt 1600. Was? Wenn ich mir das nicht merken kann und immer aufrunde? Anfahrt 1000 Dollar? Die kennen die Preise eh nicht. Du fährst ja nach Kilometer. Wenn du jetzt zum Beispiel 4,5 Kilometer gefahren bist, dann rundest du hoch auf 5. Also auf die Anfahrt berechne ich schon? Äh, ja, ja. 5 Kilometer dann mal 3. Und dann, wo der hin will. Sagen wir mal insgesamt mit Anfahrt 15 Kilometer und das mal 3 dann. Mal 2. 4. 4.500 Dollar. Mach ich 2 oder mal 3? 2. 2. 200 oder 300 Dollar pro Kilometer. Warte. Ich bekomme. 15 Meilen fahren wir. 3.850. Setz dich zusammen. Aus. 500... 500 Anfahrt. 3.000 Meilen... 3.000 Meilen. 3.000 Meilen. Willst du Millionär werden mit einer Fahrt oder was? Nein. Ronny, du sollst die Kunden noch nicht bescheißen. Nein, ich meine 3000 Tacken für die ganze 50. Und was macht man, wenn jemand nicht zahlt, sondern wegrennt? Ja, dann, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Oder Ronny, nein, warte, hol mal das Taxi. Hä? Du sollst deinen Taxi holen, Pinsel. Hier vorne, hier vorne hinstellen. Ich sehe aus wie ein Suchhund. Komm, dann gehen wir, die paar Meter schaffst du doch, oder? Das ist aber voll weit. Komm. Komm, schmal, kriegst du auch gleich ein Blutwurz von mir. Boah, die leck ich wieder weg. Blutwurz. Twinkie! Twinkie, komm runter. Ja. Hier, auf der Beifahrertür, was da steht da drauf. Boah. Driver carries the fire arm and will use it in defense. So, weiß Bescheid, ne? Wie, sein Arm ist in Brand? Gesteckt? Ja, richtig. Aber vom Pinsel, der Arm brennt gar nicht. Schenk mal hin. So lange reiben, bis es brennt. Warte mal, du... Oh, oh, oh. Verstehst du jetzt? Sie hat meine Gebete gehört. Ja. Du Twinkie, da vorne. Oh. Also, du darfst auf den schießen, wenn der wegrennt? Ja, natürlich. Ist das dein Recht hier? Ich schieße ihm einfach ins Bein. Ich darf den brettern, wenn der nicht bezahlt. Ja, natürlich. Oder wenn der dich angreift. Naja, ist... Wann kriege ich meine Knarre für die Verteidigung? Ja, die musst du dir kaufen. Ja. Gehst du nicht im Taxi-Defense-Programm drin? Werde dir oft überfallen? Nö. Noch gar nicht. Eigentlich ist es schon oft, ja. Ja gut, du übertreibst es doch manchmal, Ronny, ne? Berüchte. Dann können wir ja gleich... Dann können wir ja gleich... Ist der Chef denn da? Äh... Nö, der Chef selber nicht, aber der Knicker, der andere Geschäftsführer ist da. Der Knicker? Ja. Dürfen Twinkie auch nicht zuerst so... ...im... ... ... ... ... ... Ja. Was? Was könnt ihr aufmachen? Nein, können wir auch zuerst in einem Taxi sitzen und zusammen gehen? Ja, klar. Weil wir kennen die Stadt ja gar nicht so wirklich. Ja, wir können gleich mal ein bisschen rumfahren, natürlich. Okay. Ja, wollte der Pinsel eh mit uns? Hat der seit einem Jahr gespielt? Ähm... Wird nur schlecht, wenn wir dann zu 14 und einen Kunden fahren wollen würden. Nee, dann... Aber mir ist gerade... Mir fällt was ein, Ronny. Sag, Schuhschnecke, komm her! Ja, wir können ein Knicker-Auto holen. Wir können das... Ja, hast du denn nicht geschafft? Dachchen, junge Frau, na, wie ist es? Hi, hi, hi. Oh, du hast heute wieder dein gelbes T-Shirt angezogen. Du bist ja nicht gut. Doch, sieht voll geil aus. Okay. Aber dann sieht man die schlimmer nicht. Na und? Den hast du auch nicht zu sehen. Oh. Ja, das ist alles nice. Genau. Gelb betont deine schönen Augen. Ja, danke auch. Sicher. Aber du bist ein bisschen zu alt für mich. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich will dich ja auch nicht mehr. Ein bisschen ist gut. Ich will nur Kompliment machen. Ja. Äh, mit 45, meinst du? Ja, und du siehst schön aus. Also, ich bin schon nah dran. Na, heute hast du Glück, wenn du noch 80 bist. Ja. Ich werde 80. Meinst du? Hallo. Na ja, ich weiß es noch nicht ganz. Du bist schon 80. Passt. Ja. Oh, nee. Also, telefonieren. Okay. Ich bin ja so lustig zu arbeiten. Nein. Arbeiten? Ja, Taxi anzulernen. Ach so. Ja. Och, da muss man sich ja nicht groß bewegen. Dann ist gut. Ja, dann warum? Wer bezahlt denn das Benzin? Das wird auch übernommen von der Firma. Ach, wirklich? Ja. Du kannst dann, wenn du deine Shish beendest, kannst du Tankes fahren. Meine Shish-Kebab? Ja, genau. Höfte-Spieß. Hallöle. Hallöle. Hier wird mich gerannt. Oh, ich dränge mich einfach in meine Mitte. Ich brauche das nicht. Wenn mich noch ein Stück weiterschiebst, dann... Brauchst du ein Taxi? ...tausend Kopfnücher. Ja, wer ist denn Ronny von euch? Äh, der junge Mann da mit der Käppi. Ronny. Ronny. Das ist der Hilde. Herr Ronny, hast du Lust, Geld zu verdienen? Wie viel? Wo was muss ich tun? Einmal zu West Coast Custom, soll wie das heißt. Ehemals Monkeys. Ah, da unten. Hans-Peders Werkstatt. Oder jetzt Bischops Werkstatt. Ja. Das ist super. Wenn du Geld verdienen willst, würdest du mich hinfahren. Ja, mach ich. Das ist super. Dann lass uns mal los, ja? Jetzt oder wann? Das wäre super. Müsst du schneller wieder hier. Gib dir auch einen Kaffee aus. Dann fahr die doch schnell. Äh, die, äh, ihn. Und dann kommst du wieder hier hin. Dann fahren wir zum Taxi und dann nehmen wir uns den großen Bus. Da passen wir jetzt... Wir haben doch die Sitze da, äh, äh, neu umgebaut. Da passen noch jetzt mehr Leute rein. Hier und das Klinge-Bus. Was für ein Bus? Was für ein Bus? Wir haben doch so ein Party-Bus. Ah. Tendi, so vorwitzig. Setz ihn auf. Großraum-Taxi. Ja, richtig. Großraum-Taxi. Ja, ihr könnt auch schon mal mitfahren. Dann warte ich hier. Ne, wir warten dann nicht. Habe ich mich jetzt vorgedrängelt? Alles gut. Du wüsstest mich fies. Also, ja, sie haben sich schon ein bisschen vorgedrängelt. Geben sie dem Holly einfach ein bisschen mehr Trinken, dann ist sie glücklich. Oh, Pinsel, wir können mit unserem Auto schon mal zum Taxi fahren. Ähm, ich komme zum Taxi dann. Okay, nehmen wir den Willi mit? Ja, das ist schön. Twinkie fährt. Lachst du? Nur so. Ähm. Ähm. Peanut, das ist schlecht. Kannst du den Sitz mal ein bisschen weiter nach vorne machen? Der ist schon so weit nach vorne, wie es geht. Ehrlich? Ach du Scheiße. Ja. Warte. Sag mal, wo ist denn genau das Taxi unternehmen? Kannst du halt im... Warte, ich gucke im Gips... 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 Äh, da... Da, wo... Boah. Das war hier oben irgendwo. Beim Casinoparkplatz. Ja, richtig. Ich habe eingezippt. Super, schnallt euch an. Ja, besser als... Ehrlich? Oh. Äh. Äh. Twinkie ist ne Top-Fahrerin. Ja, ich merke das. Äh. Äh, hallo? Ja. Das... Was macht ihr? Wird das ferngesteuert grad, das Auto, oder? Twinkie? Du Scheiße. Hallo? Oh Gott, mir wird schlecht. Twinkie, mir wird schlecht. Kannst du aufhören? Oh Gott, ich glaube, glaube ich, ein Drehwurm. Twinkie? Dann fahr wenigstens mal in die andere Richtung im Kreis. Twinkie? Was? Das hebel. Das... Oh Gott. Ich glaube, die hat keine Lust zu fahren. Hoffentlich hat die jetzt nicht den Knopf unten. Äh. Willst du den Wagen nicht mal auf Seite fahren, Bester? Ja, mach ich doch. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist er wenigstens nicht mehr auf der Straße. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine neue Versicherung. Ähm. Ich pack noch vernünftig ein. So, passt. Bleib stehen. Ja. Das ist gut, ne? Ja. Wo ist denn jetzt hingerannt? Bestimmt zum Kuchenladen. Ja, ich glaube auch. Ich meine, die ist da rübergerannt. Willst du auch einen Cookie haben? Äh. Hast du einen? Nein, nur einen. Okay, danke. Das ist aber meiner. Ich teile ihn nicht. Ehrlich? Aber ich teile mit dir. Oh. Da sind die Kollegen. Ja? Anscheinend stehe ich gut, sonst würden die was sagen. Ja. Ich habe aber was für dich. Was denn? Hier. Ich teile gerne. Boah. Cookie meint gehabt. Oh, danke. Ähm. Hm? Nix. Warum? Alles gut. Was hat auf dem Anschein? Ich wusste gar nicht, dass da ein Lowrider ist. Was? Das Auto? Ja. Er wackelt so. Oh. Dann sitze ich mal lieber still. Kannst du... Was denn? Kannst du mit deinem Bauch rufen? Ja, warum? Tatsächlich. Oh wei. Musst du mir mal einziehen. Dann höre ich auf zu hupen. Twinkie? Ähm. Ja, was denn? War dir beim Friseur? Also du... Hier goes. Ich nehme im Auto immer nur meine Perücke ab. Ah, okay. Aber die weltlich, ne? Weil ich meine Haare selber beschnitten hab. Ja. Ja. Hahaha. 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 Oder bitte? Wir müssen tanken. Ich glaub, der tankt Elektro. Äh, der Wagen hier? Boah, dieser Cookie, ne? So lecker. Dieser White-McCardamie-Nut-Cookie. Ich liebe ihn. Boah. Hau rein. Boah. Stärk dich, wenn ich Schmanz? Nein, überhaupt nicht. Du kannst... Ich auch nicht. Dein Auto? Mm-mm. Hä? Von Twinkie. Ah, ja, dann ist es euer Auto. Dann kannst du essen, wie du willst. Ja. Ich hab noch nie gearbeitet. Ehrlich nicht? Mm-mm. Nur auf dem Bauernhof. Was hast du da gemacht damals? Ich hab die Kühe gemelden. Okay. Ja, das ist doch schon mal Arbeit. Ich hab mir mit dem Mund an der Zitze abgesaugt und dann in den Eimer reingespuckt. Okay. Na, das ist dann verkauft, die Milch. Ja. Ja, das ist doch schon Arbeit. Dann hast du auf jeden Fall schon mal gearbeitet. Nee, das war keine Arbeit. Ich hab das gern gemacht. Ja. Und ein bisschen Heu zusammen gemacht. Ja, so Zitzen sind schon was Feines, ne? Ja. Twinkie. Oh, Hogwarts. Kennst du Harry Potter? Ja, hab ich schon mal gehört. Ich hab das früher gern geguckt, ja. Den Buch oder den Film? Den Film. Weil Bücher ist nicht so meins. Mit Zaun, Nikola. Du hast nur eine, ne? Oh, danke. Ich hab'n ganzen Sixpack bei. Oh, lecker. Aber eigentlich trinke ich lieber gerne Pepsi. Ja, ich auch. Weil du kennst ja den Spruch, ne? Erst Pepsi, dann Bobsi. Es ist nur ein Spiel. Oh, lecker. Was ist? Ist der jetzt erst angekommen, oder was? Der ist... Komm, was? Dauert noch ein bisschen. Kommt an. Und... Was ist denn das für ein Spruch? Ja, kennst du? Das Könos Kölle. Kannst du vielleicht nicht noch ein bisschen vorfahren? Nee. So steht mir gut. Ja. Au. Twinkie. Boah, der hat so viel Hunger, ne? Und du bist der Willi? Ja. Bist du verheiratet? Nein. Warum nicht? Äh, weiß ich nicht. Aber du bist schon alt. 45, ja. Du bist doch keine 45 Jahre. Ja, klar. Nö. Natürlich, guck, hier. Guck mal hier drauf. Willi, Katsch, Marek. Ja, richtig. Ach, du bist Marek? 75? Ja. Dann ist das bis 2000 sind das 25? Ja. Dann bist du aber 46 bei. Naja, im Mai, genau. Der ist doch gefälscht, der Ausweis. Nö, der ist schon alles richtig. Ich glaube nicht. Twinkie? Twinkie? Oh. Ähm. Twinkie? Ja? Ja, fahr du wieder. Ich hab kurz geparkt. Okay. Ich hab mir ganz schön Hunger bekommen. Äh, äh, hier. Ui. Wir müssen auf jeden Fall tanken auch. Die Kohle hat aber viel Kohlensäure, ne? Ja. Ja. Oh, ho, 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 ho. Ein Feini. Feini. Okay. Ich muss nur gerade kommen. Das kann nicht so schwer sein. Du schaffst das schon, Twinkie. Dieser scheiß Lenkrad ist auch immer so... Oh, jetzt hab ich's, glaub ich. Oh, fahr mal langsam da. Hier ist überall Polizei, ne? Ui. Na, sieh mal. Ach, du Scheiße, was mir passiert. Ja, muss wohl, äh... Hier war eben... Bei uns beim Taxi war eben wohl eine Riesenschießerei wieder. Oh, oh, warum? Da ist doch der Rockerclub gegenüber. Und die haben in den letzten Tagen immer mal wieder... Ja, wie sagt man? Stress. Ach, ich dachte, das wäre ein Bestattungsunternehmen. Hä? Warum? Wegen den Kunden oder was? Ne, wegen diesen schwarzen Autos, die da... Oh, mein... Oh, ho, ho, ho. Dann haben die Frontscheibe. Und... Ich hätte fast gekotzt. Elf am Kuchen. Hast du mir keinen Küchen mitgebracht? Doch, ich hab dir doch was zugesteckt. Oh, ich bin fallen. Oh. Entschuldige. Da drehen wir. Und wir drehen nochmal. Weil's so schön war. Oh, froh ist ein Joghurt. Oh Gott. Ups. Ja, wir müssten auf jeden Fall mit Kinky nochmal üben. Äh, ja, ich glaub, du fährst erstmal... Fängst lieber mal mit Taxifahren an. Warum, Twinkie, fährst du Astrein? Ja. Wie bei nem Schneemann. Apropos, wie du grad sagst, Astrein, ne? Ja. Ja, ich hab ne Bekannte, die, ähm, wollte aus, äh, Holz, wollte die so Holz, ähm, Hildos machen. Ja. Ja, und die wollte die Firma Astrein nennen. Ist das so dumm. Oh, jetzt müssen wir erst mal passen. Ja, hier, im schwarzen, im, hier, im Autoscooter. Das braucht nur ein bisschen Konzentration und, und, und dann, oh, Gott. Dann geht das auch schon. Oh, verdammt. Ja. Dann sagen wir einfach niemanden. Äh, das war nett, Tommy dich kennengelernt zu haben. Ich glaub, ich sterbe. Oh, was ist das denn? Warte, den kenn ich doch. Das ist doch der Tony. Ja. Was machst du? Hallo? So, ich glaub, hier stehen wir ganz gut. Hey, ratten scharf gepailt. Tony, was geht denn? Dankeschön. Alles klar? Ja, alles, alles klar. Mach die Tür zu. Wer bist du denn? Ja, hallo, ich bin die Twinkie. Aha, hallo. Hi. Du kennst uns doch, du Knalltüte. Na? Doch, wir waren am Bürgalladen schon. Der hat uns vergessen, Twinkie. Ja, ich hab ihn auch vergessen. Schade auf mein Haus. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt unseren ersten Kunden holen? Ich bin schon voll in Fahrt, wenn ihr mich fragen. Was, ihr wollt hier arbeiten? Ja, klar. Ja, seid ihr genau richtig bei den Bekloppten hier. Oh, ich hab was vergessen, dir zu geben, Tommy. Ich mir. Oh, nee, das war die Scheiße. So, äh, jetzt. Ja, das ist der Knall auf jeder Party. Was hast du denn gefressen? Poi Poi und Fischepin. Ich wollte gerade sagen, riech nach Püree mit Fisch. Ja, Twinkie hat gekocht heute. Schmeckst du das raus, oder was, Ronny? Über einem Teelicht haben wir gekocht. Ich find schon, das riech sehr genau. Über einem Teelicht habt ihr gekocht? Ja, über 20 Teelicht hat Twinkie gekocht heute. Okay, was die haben wir denn? Poi Poi und... Poi Poi, Fischepin und Spinni. Spinni. Ja, super lecker. Boa, Spinat. Poi Poi, Fischepin und Spinni. Falls noch jemand Spinat möchte, ist noch ganz schön viel übrig. Wir haben so ungefähr nur 5 Liter übrig. So drei Tage, viel Spinat esst ihr aber nicht, ne? Was? Hä? Wie bitte? Viel Spinat esst ihr aber nicht, ne? Doch, ich hab drei Kilo gegessen. Aber so sieht sich aus wie Popeye. Na, ich bin ja Pina. Hallo. Ich hör schon nicht, möchte ich ihn. Auweil. Wir sollen jassen. Äh. Können ja nur zwei sein. Der bohrt, bis der Gold findet. Ja, wo hast du die aufgehabelt? Wem hast du die aufgehabelt? Der Ronny, das sind Freunde vom Ronny. Und Freunde vom Chef. Vom Chef? Welcher Chef? Ja, mit dem einen da. Wie heißt der, mit dem wir gestern gefahren sind beim Crash Derby? Keine Ahnung. Der Hans-Peter. Ich wollte gerade sagen, meinte er Hans-Peter? Ja. Da mussten wir unser Konnen beweisen gestern. Okay. Ich hol mal den Bus, fährst du mit jetzt oder was? Kannst du mal helfen? Ey, mir auch. Oh, du Dreck, da. Oh, ich hab dieses Hans-Buffer getrunken. Bei dir, glaub ich, sollte es für dich mal gravieren, da. Das hat aber nicht geschmeckt. Ich muss den Typen nochmal holen. Welchen Typen? Achso. Den ich eben mal gefahren habe. Ja, pass auf, dann. Ich hol schon mal den Bus. Fährst du mit, Tommy? Aber dann wird... Ja. Äh, kauf mich, ich geh mal da hin. Ja, wir brauchen schon Gäste, sag ich immer. Ich weiß nicht. Dann zeigen wir den beiden erst mal die Stadt. Wir machen einfach unseren Party-Buffer. Großraumtaxi. Ja. Ja. Was hat er? Ich krieg Anfahrhilfe. Sag mal, geht es dir nicht gut? Oh, der krummelt aber. Dann fang ich wieder an sofort. Ja. Ich hab Hunger. Ja, ja, das war der Tausend. Ich hab auch zum Arzt. Ich hab auch zum Arzt. Ganz schön. Boah, wisst ihr, worauf ich Lust hätte? Warte. So, irgendwie... Chicken oder so. Ein paar gute Wings oder so. Ja, Chicken Wings. Ein wenig, ich brauche auch was zu essen. Kann ich da... Mach mal auf da. Ja, wollt ihr auch was? Ja, sehen wir so aus. Was fragst du denn, ob die Vatare möchte? Das ist ja eine schöne Frage. Boah, das ist ganz schön weit weg, ne? Soll ich die Schiebe? Vielleicht kann man dich auch rollen. Ich roll dich gleich mal. Ja, komm. Boah, ich hab schon wieder Seitenstiche. Komm, Trink, wir schaffen das schon. Oh, ich will jetzt wie ein Schwein jetzt schon. Oh, ich will nicht mehr. Boah, die haben ja alles Mögliche hier. Kann ich davon das schon? Kann ich das auch haben? Hab ich, Odi. Das hier? Oh, das ist eine tote Maus. Hier von Visien. Und davon Visien. Und auch hier von Visien. Das da will ich auch. Was ist denn hier? Muss der Hadi wieder auffüllen. Warum vibriert das? Boah, ihr habt ja Chicken Wings hier drin. Ach, für Poipoi? Ja, richtig. Und warum leuchtet das? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat der so eine alte Bock auf Star Wars gehabt. Sieht aus wie das Lichtschwert von Darth Maul. Ja, nur abgerundet, ne? Mhm. Und mit Drehschieber untern. Aua. Boah, du kannst das so in Schuh nachknallen. Entschuldigung. Mach. Boah. Ravioli. Ein. Ich nehm drei Dosen, okay? Ich hab Hunger. Okay. Ein Twinkie, weil ich bin noch nie. Nein, nehm drei. Ich hab zehn genommen. Weichwurst. Zwei Wurschtchen. Geil. Dann muss er Blutwurst heben. Hab ich geleben. Klingt der geil? Ja. Klar, hab ich die Haut runtergeleckt von. Sechs mal ne Weichwurst, drei Dosen. So, schau mal. Schau mal den Wurschen, ja? Ja. Ach, ja. Twinkie, sagen wir uns ne Wüßchen teilen. Mit drei Dosen, Affe hat ihr weggemacht? Ja, klar, ich atme das quasi ein. Oh, mein Speckchenmädchen. Ach, so scheiße. Dann zahlen wir uns das mal. Wurschling. Was hat euer Paarungsritual, oder was? Ja, wir sind am Essen. Oh, das ist so süß. Willst du mal unserem Paarungswoofern? Ja, mach mal. Komm, Twinkie, leg los. Wir dürfen das nicht in der Nähe vom Meer machen. Warum kommt da Kripis? Nein, sonst kommen die Orcas und zugucken die Schweine. Was ist jetzt schon mal passiert? Scheiße. Ja. 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 Ist das Leben nicht schön? Ja. Richtiger Kicker. Ich kann nicht mehr. Hilfe, ich brauche Luft. Na, da sehe ich doch unser Gefährt und ich meine nicht meinen Hinterteil. Guckst du dir an? Wie war denn nochmal dein Name? Guckst du dir an, Tommi? Was? Geil. Hast du schon Steifen oder was? Ne. Das kommt alles an zu dem Kalender. Wir machen Los Santos Kalender. Wie war denn nochmal dein Name? Peanut. Ah, ich vergesse halt immer. Peanut. Peanut. Peanut und Twinkie. Pinkie. Nein, Twinkie. Ja, Twinkie. Boah, schuldigung. Ich kann nichts davon. Sollen wir mit Ronny warten oder? Ja, woher sagen wir dann? Verarbeiten, ne? Ja, ja, wir wollten ja jetzt zusammenarbeiten. Ruf den mal an. Oh wei. Oh wei. Was ist? Ronny? Ich hab grad mal verpasst. Ja? Wo bist du? Oh, ich kann nicht mehr. Kommst du zum Taxi? Wir warten. Ich hab den Bus ausgeparkt. Richtige Brüllaffen. Ja. Okay. Komm zurück. Los jetzt aber ab geht's ja. Oh, beweg dich nicht so viel. Ja, schnall dich auf. Ja, schnall dich auf. Oder was? Ja, was? Und da willst du an dem hier riechen. Geh weg. Boah. Oh ja, das riecht nach einer guten Verdauung. Ja. Und da vorne ist kein Bestattungsunternehmen? Äh, ne, das ist der Rocker-Club. Boah, die haben aber viele Fahrräder. Ja. Und was machen die? Vorräder lackieren zum Beispiel. Rocker sein. Rocker sein. Rocker. Reif, kalt. Streng riechen. Wollen wir mal... Willst du Fotos machen? Dann gehen wir mal ein bisschen näher. Ja, zu wenig. Ja, komm. Och, ich weiß gar nicht, wie man die... Wo ist nie die Tür? Also, ihr geht besser dahinten. Ich glaube, vorne ist kein Plan für euch. Na wohl. Rinder in die gute Schuhe. Boah. Ich sitz hinten, weil die coolen sitzen hinten im Bus. Ja. Was hält der? Der ist im Bus. Guck mal. Wir haben da Barrieren hingestellt. Ja. Hier war wohl... Hier standen eben... Da hat wohl einer von rechts gepusht. Oh, Büchse ruft an. Ha, Büchse, du alter Haudegen. Da, Peter, da ist frisch. Ja, und selber? Ja, auch. Brauche ich auch ein bisschen abzuhängen. Ähm, ich werd angelehnt. Ja, Ronny. Ich werd Taxifahrer und Twinkie auch. Auch. Aber wir können später anpacken, wenn du möchtest. Ja, können wir machen. Okay, ich ruf dich später an. Alles klar, Wiener. Bis dahin, bye-bye. Oh, der Büchse ist auch ein lieber netter Kerl. Twitch ist immer müde hier. Alle am Schlafen. Hallo? Ja, hallo? Wiener? Hä? Hört ihr mich dahinten? Ja. Ja. Also hier kommen wir jetzt an dem... Oh Gott, ist die Tür schon wieder kaputt? Äh, hier ist das neue Polizeipräsidium. Ja, hier waren wir schon. Hier wart ihr schon? Ja. Wart mal Twinkie, wo hast denn du das Tablet her? Das habe ich hier gefunden. Ich will auch ein Tablet. Warum hast... Wo hast du das Tablet her? Weil das ist hier für die Fahrgäste. Mann, das lag hier oben. Die Stadtführer, die elektronischen. Oh nein. Peanut, hast du dich etwa auf deins gesetzt? Ich weiß nicht. Oh ne. Aber es vibriert am Arsch. Oh je. Und das ist das hier? Das ist ne Baustelle. Ah. Baustelle. Da kommt das, äh, hier rechts das Gebäude, das große, da kommt, ähm... Ja, hier auf der linken Seite. Wahrscheinlich jetzt im Moment das neue Polizeipräsidium. ACRB, ACRB! Ja. Acht Cola, acht Bier. Genau. Und das ist ne Brücke. Genau. Und da vorne ist der Würfelpark. Eine Unterführung, richtig. Das ist der Würfelpark. Gott. Oh, tut mir leid, ich hab mich nach links gelehnt. Das ist ne Brücke. Ja. Da sind Betonpfeiler. Ja. Noch ne Brücke. Okay, ich glaub, wir haben alles gesehen. Naja, ich glaub noch nicht. Hä? Pass auf. Was denn? Das ist ne niedrige Brücke. Also... Wir sind ja jetzt tiefer gelegt, dann war's das. Oh, es sind KFC. Es ist nur bunt. Was ist das? Ne, die haben geschlossen. Ne, die haben geschlossen. Die hatten, äh, hygienische Probleme. Ja, die haben eine Fertöse gekackt. Kakerlaken. Kakerlaken. Kakerlaken auf dem Burger nach. Oh, Taco Bomb. Oh, hier Hunger. Oh, hier Hunger. Schon wieder. Ja. Oh, Kino. Wo? Äh, da steht das schlecht. Das Taxi vom Ronny. Wo? Da, links. Ah, alte Verbot. Links? Ach, das. Wo ist der? Der ist auch beim Schlüsseldienst. Da, hinten. Da. Oh, der mit die Hecke. Ne, ich glaub, der fährt immer noch Taxi. Pinsel. Oh, nee. Du hast ja Taxi falsch gepackt. Ja. Äh, Ronny? Oh, oh, oh. Bumsau, du lässt mich rennen. Ja, da geht doch. Hallo. Guck mal, Pinsel, die Twinkie hat nen, nen Tablet in der Hand. Stimmt. Du musst ja Takti anziehen. Warum? Wird so abgeschleppt. Ja, schieb's einfach an, bis es vom roten Streifen weg ist. Ne, du fessert jetzt mal anständig irgendwo auf, fahrt auf dem Parkplatz vom Schlüsseldienst. Ne, ist kaputt. Oh, Ronny. Dann ruf den Dings an. Werkstatt. Wie, das Taxi ist kaputt? Warte, was war jetzt? Aber es heißt kaputt, mir fehlen die Tür, ich fall raus, ich will nicht. Dann schneide ich an. Wie ist das eigentlich, wenn jemand ein Großraumtaxi bestellt? Müssen dann alle bezahlen oder nur einer? Hä, die Nummer. Wenn jemand ein Großraumtaxi bestellt, müssen dann alle Passagiere zahlen oder nur einer? Nur einer. Ah, nicht einer. Du musst gar nicht versuchen, du Penner. Warum? Kann ich nach vorne gehen? Ronny, die goldene Regel ist, Ronny sitzt immer nach vorne. Ich geb dir, ich geb dir fünf Tacken. Gib mir zehn. Ne, fünf. Okay. Wo kommst du denn? Was? Von wo kommst denn du? Aus dem Handschuhfach. Da fühl ich den. Du Kicker. Der ist ja wie die 13 Typen da in dem Smarte. Der hat abgeschlossen. Ah. Ja. Boxen wir uns. Kannst du kämpfen? Und wir beide? Ich kann nicht kämpfen. Okay, komm wir kämpfen. Ja, okay. Komm. Komm hier rüber. Willi schließt du auf? Komm rüber. Äh, ja. Komm du Feigling. Hey. Hey. was war auf? Ja, dankeschön. Ich wollte eh hinsitzen. Dammit. Wo geht das? Ich hab auch mit dem Typen. Also das Krankenhaus drücken mir, der ist doch auf. Ähm. Ähm. Du musst mal, ähm. Sie an den M-Hebel, du Idiot. Genau. Mal gucken, wie du da reinkommst. Ähm. Sie an diesen gelben McDonalds-Hebel. Ja. Ja. Geht doch. So. Wo wollten wir hin? Ähm. Wir waren noch nie bei der Kirmes. Was? Ach. Am, am Pier unten? Nein, kein Bier. Kirmes. Ja, okay. Wir fahren zur Kirmes. Nein, ich will kein Bier trinken. Nein, Pier, Pier. Ach so, Pier. Bis. Pass auf. Oh. Aber eigentlich haben wir ja GPS, das sagt uns ja alles. Mehr, mehr. Wann interessiert mich auch mehr? Ich will Bier. Mehr, mehr, Bier. Mehr, mehr, Bier. Oh. Voll die Seuche. Ich schlürf, schlürf. Ich hab ein Flugzeug bezahlt, ich fahr nicht mit dem Bus. Der Jupp war so romantisch, stellst du beim Bumsen sogar die Socken ausgezogen. Ballnärion weg. Ey, die haben das völlig falsch geschrieben. Was sagst du dann, Tommi? Was ist das hier? Ja, normal, die sind ja immer... Was ist das? Da auf der linken Seite. Wo denn? Ist das so ein Kuschelding? Hinter uns. Ach, das ist, glaub ich, ein Hotel. Ah, okay. Erkennst schön, Bretter von denen. Ich bin für der Chef, ja. Waffel den Kuschschrank. Wir fahren nach dem Ballermann. Ey, normal, wir brauchen mehr Bier, ne? Wir sind Hallemanns Hasen, die über Straßen rasen. Und du bist heute geschenkt, weil jemand an dich denkt. Oh, Kiermiss, Kiermiss, ich will Achterbahn fahren. Da kannst du dich drauf, du bist so dick. Doch, da kann man rauf. Ja, das war nicht böse gemein. Aber auch nicht lieb. Das sind doch Liebeskurven, die du hast. Oh, guck mal, hier ist extra ein Parkplatz für uns. Warum? Ich steig hier aus. Ja, steig da drüben aus. Lass mich raus. War die echt noch nie auf der Kirmes? Nee. Wir haben das immer nur von Weitem gesehen. Ey, ich quitt Tommy. Ja? Wir können das umbenennen. Dann ist das nicht mehr die Los Santos del Piero Pia, dann ist das der Pützchensmarkt. Der Pützchensmarkt? Aber hier ist bestimmt die Jutgeld, doch. Ja? Aber hier ist bestimmt die Jutgeld, doch. Ja? Aber da kenn ich stundenlang, stamm mal in der Schlangen. Dosenmann sind noch für uns dran. Für neuf Mark. A4 drück haben wir lang gespart. Für die gute Fahrt. Rinne de Kies. Handschnallflicht. Alles zu spät. Vergiss mei nicht. Hey, hey, schnall dich an. Fahr mit mir auf der Achterbahn. Achterbahn. Oh, guck mal. Kann ich nicht. Kannst du nicht, Kolschelieder? Oh, hätte ich schon Teampiercing haben. Oh, jetzt lass mir Bauchnabelpiercing stecken. Na, Team. Na, wie ne Sonne. Bauchnabelpiercing, brauchst du holaubreif. Soll ich dich piercen, Twinkie? Ja, klaro. Willst du ne Kuhglocke? Ja. Einen Bauch? Ja, okay. Hier ist ja keiner. Keiner kann uns piercen. Nee, nicht in Team? Ich mach jetzt Werbung. Das ist mein neuer Job. Tellt du's. Okay, ich hab gekündigt. Da ging aber schnell. Scheiße. Da gibt's Sonnenbrillen. Oh. Hat doch. Warte. Guten Tag, junger Mann. Wir hätten ja ne heiße Hund. Selbstbedienung. Oh, Pass auf, brennen die Hände nicht da auf der Platte. Oh, das ist nicht heiß. Der Polen hat einen Finger. Oh je. 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 Twinkie. 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 Boah, nicht so schnell. Sollen wir hier mitfahren? Ja, dann los, oder? Boah. Das ist aber ganz schön hoch, ne? Wollen wir die Achterbahn fahren? Ja, wir wollen hier mit dem Teil fahren. Okay. Aber guck mal, die Jungs sind schon auf der Achterbahn. Boah, Treppen laufen. Ja, egal. Komm, fahr hier. Uff. Die Kirmes ist nix für uns. Ja, schau aus. Hab ich auch noch nie einen Server gesehen, wie das hier funktioniert. Vielleicht auf den Go-Button drückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind aber viele Treppen. Äh, nur noch das Resterp, kein Däbchen mehr. Tschüss. Oh, oh. 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 Das schaffen wir nicht. Was? Das wird zu klein. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ein bisschen eng. Ich will vorne sitzen. Okay. Aber wir passen nicht rein. Meinst du nicht? Nee. Oh. Der alte Mann auch nicht. Oh. 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 Echt, die Gitter? Hast du geschafft? Pff. Ja. Okay. Oh. Oh. Man kann's versuchen. Achterbahn. Achterbahn. Oh mein Gott. Oh. Oh, die sind eingeschmiert. Oh, ist das dumm. Oh. 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 Der dreht in der Wagen schon so. Oh. Oh. Ist das schlimm, wenn das nicht so geht? Muss ich schwer halten? Nee, das muss schon. Ach so. Aber ich glaub, bei deinem Gesicht fällt sie eh nicht raus. Und wann geht's los? Äh, wenn der Jahrmarkt wieder aufmacht. Aber der ist doch auf. Ja, aber der ist im Feierabend, ist in Pause. Warum setzen wir uns dann hier rein? Keine Ahnung. Weil Willi ist doof. Danke. 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 Er weiß hier zuerst hin. Das erste richtige was der sagt hier. Oh. Boah. Jetzt müssen wir wieder aufstehen. Voll. Oh, das ist ja Ronny. So viel Lichter und keiner da, der mir was zu essen gibt. Willst du was haben? Ja, mehr. Alles. Graviosi. Nehm ich. Ich habe auch nur ein paar Dosen. Warte, das musst du drücken. Ich komm nicht hoch. Ich habe schon gesagt, ich würde dir gerne helfen, aber schon mit keinem Bruch heben. Ich helfe dir. Auf drei. Willi, du hebst dir ein Bruch mehr auf. Warte, rechte Pinsel, hol mal das Seil da vorne. An der Treppe. Oh Mann, nee. Ach, das wird schon wieder. Hier, oh Gott, wo müssen wir denn hin? Pass auf, Willi, du hältst du... Komm hier hin. Nicht an die Füße. Ey, ich bin hier drin. Nicht an die Füße? Komm, taut hin. Was soll ich denn mit dem Seil an die Füße? Wir müssen dich da rausholen. Aber doch nicht an die Füße. Hat eine Sprühsahne dabei? Oder am Bauch. Wenn wir schon im Bauch sind, dann haben wir es uns zu helfen. Warum denn Sprühsahne? Ich hab Hunger. Ich hab mal so eine alte gesehen, die hat den Wohnwagen verlegt. Okay, auf drei, Twinkie. Oh Gott, ja. Eins, zwei, drei. Scheiße, Mann. Oh Gott. Ach, du heilige Scheiße. Ich kündige. Ich kündige, sag dir das. Oh nein, jetzt die falsche Seite. Wie sind die denn rüberkommen? Nein, die sind am Exit Point. Oh nein. Wie wollen die denn da rüberkommen? Wo rüber? Über das Abschleppchen. Ach, du Scheiße, das ist ja geschlossen. Ja, das ist jetzt echt blöd. Aua. 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 Ich bin voll ungeknickt. Oh, guck mal. Luftbälle. Randbälle. Luftbälle? Du hast ein Wasserbälle geflogen. Ja, mein ich so. Luftbälle. Ich schieße den Ball jetzt und wer den zuerst halb kriegt, 5 Dollar. Oh, der ist noch einer geflatzt. Ich fache die Lüge. Hallo, ich schieße den Ball jetzt weg und dann wer den zuerst halb kriegt, 5 Dollar. Okay. Hey, warte, ich habe ihn rausgeholt. Eins, zwei, drei. Bamm. Guck mal hier. Hol den. Aua, das ist scheiße. Ich kenne mich, wie weit ich den geschossen habe. Aua. Aua. Er nimmt es ganz hinten. Da, da, Schuss. Komm mal. Komm, spiel mal. Komm mal. Komm, ja, komm, ja. Willi hat gewonnen. Willi hat das denn zusammengestellt. Oh. Oh. Ja, Schuss. Oh. Tollig und Ronny. Nichts klasse geeignet. Den Ball daraus ziehen, hab ich ausgesehen, nicht so schnell um ihn. Ja, da, da. Hier kommt auch die Hilfe einer. Oh, die gehen kaputt. Oh, die gehen kaputt. Alles kaputt. Ja. Da ist einer. Twinkie. Ich bin Ronaldinho. SaaS. Cooolasso. Oh. Aua. Boah, ich bin Dribbelmeister, scheiße, dufer Ball, was geht ab Yoshi? Passt, Twinkie, passt! Passt! Äh, sollen wir schon mal einen Krankenwagen rufen? Oh, die dürfen da nicht drauf, wenn das läuft. Ich komm nicht drüber. Jetzt kannst du es angehalten. Oder? Au! Das geht wahrscheinlich nur mit Racken. Hier, dreht auf meinen Rücken. Ich bin so dick, ich komm da nicht drüber. Au! Au! Oh, heilige Mutter! Da geht man in die Ecke, warte! In die Ecke! Ja! Mein Bein tut aber weh! Warte! Aua! Du bist nicht stark genug! Ich merk's! Ich brauch neue Wirbel! Ich hab da schon Glück! Ich muss keine Victoria's Secret unter Wäsche tragen! Die Kirmes ist kranker, wenn die zuhört! Ja, lass mal abhauen, oder? Ja, wir haben immer noch nicht alles gegessen! Oder gibt's hier noch Fischbrötchen oder so? Boah, Backfischbrötchen! Hier freuen wir uns auf ein Fischbrötchen! Ui, guck mal Lichter! Oh, ne Backfischbrötchen mit dickeren Molade! Lichter! Okay, lass mal erst mal Lichter gucken! Lichter! Ich mach Bock auf meine Brötchen mit Ehrlich! Boah! Oh, ne Klackenbell! Also Zwibbel! Das ist ja üblich! Guck mal hier! Guck mal hier! Schau den Pinsel! Aua! Was denn hier? Schau den Pinsel! Aua! Ich wollt doch auch! Was wolltest du? Na, Hämmer! Von den Freunden, den er abkriegt! Achso! Der Hänge-Pieber! Im Glück hätte ich immer 40 Euro dabei! Nicht erwischt! Oh, Mann! Die sind doch viel zu schnell! Wir sollen das gucken! Das ist scheiße! Hä? Die schummeln voll! Das ist Geldmacherei hier! Hat die Klackenbell zu? Ja! Von den Burger-Shot! Hat auch die! Was ist denn? Cherry Popper! Das ist Eiscreme! Oh, Cherry Popper! Boah! Guck mal hier! Boah! Guck mal da unten! Wo? Das Einzige, was mich von dem Eis trennt, ist eine Scheibe! Boah! Guck mal! Das ist ein Bombo im Eis! Oh! Tatsächlich! Oh! Hier ist doch offen! Wo? Da gibt's Sludgy! Sludgy! Auf dem Weg! Twinkie! Der Verkäufer ist nicht da! Bedient euch! Twinkie, komm schnell! Hier ist auf! Twinkie, komm! Hier gibt's Eis! Komm du mal schnell! Hier gibt's Eis! Hey, ihr könnt ihr sogar euer Foto auf ne Tasse drucken lassen! Dafür ist die Tasse zu klein! Erinnerst du dich noch an den Chaoten? Welcher Chaoten? Ich wusste gar nicht, dass der Unternehmer ist! Welcher Chaoten nochmal? Von... Von... Hier von Cody ist dieser... Dieser... Dieser Teddy-Typ! Teddy-Typ? Ja! Warum? Na guck mal hier! Bean Machine! Ah! Heimat der Laden! Ah! Der weiße Unternehmer, der Mr. Bean! Mal schauen, ob der aufhört! War denn der Typ mit dem Finger? Nein, Mr. Bean, der den Teddy gesucht hat! Ach, den kenn ich auch! Der macht immer... Der ist ein weltklasse Schiedsrichter! Schiedsrichter heißt der? Hä? Ja! Unterdauf? Ich glaub nicht! Mach auf! Fester drücken vielleicht! Mama will hier nen Kaffee! Ich glaub, die wird zur Maschine, wenn die sich aufregt, ne? Wenn die zur Maschine wird, bricht der Pier weg! Da, 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 da wächst kein Gras mehr! Habt ihr gehört? Mama will hier nen Kaffee! Und, Quinky? Mach nicht auf! Der Penner! Ich hasse ihn! Der Penner! Wir können ja mal wieder zu diesen Bürgalladen gehen! Oh, der... Ja, der hat auf! Los, da fahren wir zu Kodis! Ja, auf geht, auf geht! Oh, schade, dass ihr... Habt ihr freie Schwimmer! Was? Äh... Wir haben... Ich würd gern mal zur Yacht rüber schwimmen, aber ich glaub, das schafft man nicht! Bist du verrückt? Ja, wir haben da nen Wal dabei! Ich bin Treibgut! Hä? Aber dann greifen wir uns in der Wieskern Fische an! Oh! Voll weit jetzt bis zum Auto, ne? Ja! Oh, ich warte hier! Mein Fuß tut weh! Ehrlich? Oh, ich schaff das schon! Ja, mir tut auch Eis weh! Oh! 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 Erst mal holen von den ganzen Strapaten! Oh, guck mal! Hier ist dieser berühmte Eisladen! Cream Pie! Oh! Oh! Lecker! Oh! Oh Gott! Guck mal! Da ist sie! Hau rein, Judith! 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 Da ist doch immer noch dieses Stay Twinkie, ne? Ja! Aber die haben sich noch nicht gemeldet! Ja, dann ist es egal, wir können uns doch auch mit denen hier einen hübschen Abend machen! Eigentlich, ich habe gedacht, ich muss euch anlernen und jetzt ist immer hier! Ja, aber wir machen doch gleich noch! Wir gehen kurz nur Energie tanken! Aber ja! Ja, also wir brauchen schon Treibstoff, sonst hast du hier unkonzentrierte Lerner! Und wie haben denn ihr euch dann vorgestellt? Ja, du... Schau den Burger aus der Verpackung, dann er siehnt. Ja, du zeigst uns Kunden und dann nehmen wir denen das Geld ab. Okay. Ja, top. Wie sieht's eigentlich aus mit meinem Trinkgeld von gestern? Genau, wie sieht's aus mit der Kohle von gestern? Oh, davon weiß ich nix mehr. Hey, Pinsel, zieh uns nicht über den Tisch. Wir sind die bestesten Freunde. Ich fand nur einen Witz. Da müssen wir zum Automat. Ja, super. Weißt du, wir sind nämlich auch nur arme Urlauber, die hier irgendwie feststecken. Genau. Okay. Also gehen wir jetzt erst mal Burger essen und danach fahren wir weiter. Und dann lernst du uns richtig, richtig an. Jawohl. Bist du die ganze Zeit schon im Dienst? Ja. Ich stempel mich nie aus. Weil sonst muss ich noch mal hin, mich einstempeln. Wir bekommen einen eigenen Stempel. Kann das denn sein? Ja. Das ist der Klopp, oder was? Dann hab ich noch nicht mal mehr Prozente bekommen, obwohl das mein Laden war. Oh, okay. Also ich hab das Ding mit damals gearbeitet da, ne? Ja? Okay? Geht mal mit rein. Danke. Danke. Ich krieg dich vielleicht auch wieder aus der Karre. So dumm ist der Auto. Hey, Tommy riechst du nass? Nee. Was denn? Das wollte ich gerade sagen. Hör auf damit. Fress den Fuß. Pass auf. Das ist ein Tech-Team, aber meiner kommt leise. Ich wollte nicht. Also ich sag immer, Hauptsache gesund, ne? Das ist die Wombe. Soll die Seuche. Ich hab keine Seuche. Fangen wir immer ohne Licht? Affengeil, Teil 3. So besser? Ja. Und Ronny? Ja? Bist du nicht der Freund? Was? Okay, Hundekacke war das. Äh, ist... Ronny, bist du nicht der Freund von dem Penner mit der Mütze? Toni? Toni. Ja? Toni! Was denn? Weinst du von Toni? Ja. Wir sind Freunde, ja. Oh. Ah, weißt du, wo wir gleich mal vorbeifangen können? Wo denn? Da hinten ist doch das, äh, Freelife. Wo? Komm mal gleich vorbei. Oh, oh. Schüsse. Was? Ich hab Schüsse. Die Schüsse war mit Dackelkacke. Die Schüsse. Da wurde geschossen. Da war bestimmt wieder Twinkie. Der hat mir schon wieder gefordert. Ja, dann los, hin da. Ja, Spannung. Komm, wir beschmeißen die mit Dackelkacke. Oh, kann ich hier drüber fahren, ja, ne? Na klar ist so eine Verkehrsinsel. Und da verkehrt doch gerade keiner. Oh, wir halten noch was an. Mach mal deine Haare blond. So soll ich ja meine Haare... Trink ich blau und Tablet. Hä? Ja, hier, ne. Ne. Meinst du, ich sollte mir die Haare mal blond färben? Ja, mach mal, dann bist du der Jupp. Was guckst du denn da auf dem Tablet? Na, erst dann, wo nach der von? Bestellst du wieder Unterwäsche? Mann, das geht dir hier gar nichts an. Unterwäsche, du meinst du Bettlacken. Zeitplan. Oh, Zeltweber. Ach, der Toni. Sitze auf meinem Stuhl. Schaue aus dem Fenster. Es hole. Ah, genau. Bei den Asozialen, ne? Ja, genau. Können wir ihn geradeaus an der Apotheke schneiden, Kuss, Heiden? Ja, können wir machen. Ich brauche noch 10 E-Bus. Ich weiß nicht, wie lange zusammen unterwegs ist. Danke. Ich mein Kanschott. Da. Ein Loch in der Rückwand, Willi. Da ist er wieder. Finde ich selber. Wo ist denn? Die hat Stückefinger gezeigt. Handy laden? Ne, der auch nie will in der Apotheke. Kauft ihr auch? Ja. Kauft ihr selber. Fick dich. Ich weiß, er ist ein Freund. Das ist der Freund. Stell dir mal an. Was? Nein, 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 nein. Willst du machen? BF, Frau. So. Der will nach vorne. Weil die hinten riecht nach Pups. Was ist hier nicht? Mach auf, das Ding. Ist doch auf. Man ist. Jetzt. Was lachst du, Lars? Ja. Warum? Weil ich nach hinten gehe. Kommen Sie rein, Tommy. Hier. Wollt mich nach hinten. Ich wollte dich nur ärgern. Ja, es gibt Abschlecken. Ich bin gleich selber. Selber. Warum seid ihr denn so böse von mir? Sind wir gar nicht. Eines Tages werde ich dich rechen. Eines Tages. Hat er Flecken gesagt? Hat er Flecken gesagt? Ja, der hat Flecken gesagt. Nein, hat er nicht. Und dann fahren wir nach Mailand, um den FC Göln zu sehen. Ach du Scheiße. Eines Tages werde ich mich rechen. Stimmt, ich habe Flecken gesagt. Oh, nicht hier hin. Hier sind die Asozialen. Ja. Hier wohnen die überall. Ganz verkehrt gefahren. Ja. Gien, gien. Wir pushen immer von rechts. Wir wollten doch zum Burger laden. Ja, links ist der. Nein. Doch. Gar nicht, wow. Doch da, guck mal, dahinter. Da rechts sind die Algiers. Hier, die sind umgezogen. Ah. Wusstet ihr das noch nicht? Wieso sind die umgezogen? Ja, die haben jetzt einen größeren, besseren Laden. Das ist total schön. Ich denke, wir haben ja noch nichts. Ich muss erst aussteigen. Oh. Vorsicht, Spinat. Mal Platz da. So. Oh, gibt es einen neuen Burgerladen? Ja. Ja. Das ist derselbe Besitzer, nur alle sind neu. Und sauber. Und lecker. Ja. Aber hier ist überall Müll auf der Straße. Guck mal. Ja, aber geh mal rein. Guck mal. Grinne ist auch dreckig, wie sah. Ich hab Twinkie. Boah, alles voller Müll. Ja, die ganzen Assoziaten schmeißen nach dir. Boah. Boah. Aber nicht an den Ketchupflaschen, Lucke. Ich kann schon mal eine Rechnung missahlen. Ich wusste, wir dringen uns vor. Boah. Boah, die wunderschöne Amy. Boah. Wunderschön, was? Ey, Cody, was geht? Hallo. Ich bin zuerst mal hier mitgebracht. Boah, du Superladen. Hey. Superduper. Ich bin dir voll frisch. Ey, Daniel, was geht? Sag mal, wenn ich mal hallo. Alles klar? Was ist hier los? Na, nicht unsere Mitarbeiter haben dann so angepöbeln. Das hab ich gar nicht. Ach, komm her. Boah. Was darfst du denn sein, die zwei? Boah. Wir sind zwei Mal. Ne, weißt du was? Dreimal das Kodis. Ich will ja, dass wir haben einen Cola. Und das ist wirklich schade. Ich nimm's trotzdem. Aber weil du und dein Opa schwul seid. Ey, das ist ja doch eh. Ey, das ist ja doch homo. Das ist genau. Seid doch homo. Hälfteig Brasser von Manazamaza. Seid doch homo geknutscht. Ey, das ist ja verwehrt, liebe Freunde. Hey, was geht? Ich hab noch und noch. Plasta! Ich hab Hunger, hallo. Oh, ja. Weißt du? Ja. Zweimal Fleisch und so. Weiß, fleisch, Eis. Hunger! Ja, was möchtest du denn? Zwei Kodis Menüs. Ja, wir haben die Actionfigur momentan noch nicht. Warum nicht? Weil die leider noch nicht durch den Zoll gekommen ist. Zoll? Bitte? Ja, genau. Dann ohne Actionfigur. Okay, möchtest du es dir aussuchen oder soll ich Überraschungsmenü? Überrasch mich. Okay, ich überrasch dich. Ganz kleinen Moment. Okay. Easy. Easy. Wir haben ein super Video rein. Kinderdackel. Teilen acht. Erstmal hinsetzen. Ich hab Kodi Menü bestellt. Ich auch dreimal. Aber noch keine Actionfigur. Ja, leider. Ist hübsch hier. Ja, ist ganz annehmbar. Oh, ich geh mal die Toilette einweinen. Bis gleich. Ja, bitte. Oben drüber ist er nicht. Mach Platz, du Freggel. Nein. Warum? Ach, ich wollte das Klo einweinen. Boah. Funktioniert immer noch nicht. Was ist denn jetzt das Mädchen und das Jungen Toilette? Ich schneide dir die Kehle durch und reiche dir den Kopf vom Rumpf. Ja. Kannst du uns kommen, bitte? Ich bin nicht freig, schmatter mit der Kuh. Oh. Oh. Ich muss kacken. Wohin geh ich? Rechts oder links? Da, wo es besser riecht. Aber ich war noch nicht drin. Aber eins ist für Mädchen, eins ist für Jungs. Also das linke riecht nach Rosen. Ich würde lieber darauf gehen. Wo? Das linke. Okay, danke. Es roch nach Rosen. Boah. Boah, tschüss, Mann. Kein Spiegel. Boah, dich nimmt mich jetzt auseinander. Nein. So. Zack. Jonas Schuller, danke schön für den Prime im 19. Und Genji, danke für den Prime im 5. Tänke Pellchen für alle. Nee, Oma hat den Schlüssel. Matti, danke für den Prime im 30. Na, Obst, da fehlt da was. Dankeschön. Obdachlos, danke für den Prime im 11. Castro, danke für den Prime im 33. Kommt jetzt. Björn, danke schön für den Re-Sub im 6. Stufe 2, vielen lieben Dank. Metall Gandalf, danke für den Re-Sub im 18. Und Tristan, danke für den Re-Sub im 3. Und Marv, danke schön für den Prime im 7. Stream-Elements ist ein Lugner. Ich bin schon viel länger hier und endlich hat es funktioniert mit Prime. Dankeschön. Stream-Elements, du Lugner. Markus, danke für den Re-Sub im 10. Und Lancelot hatten wir schon, ne? Ach, der Toni. Schätzt euch der Muder? Hallo, Erik. Das ist nicht überhaupt für den Tag, oder? Das ist Montag, ne? Aber jetzt. Außerdem ist das kein Fress-RP, das ist Big-Peanut-RP. Guck mich an, guck, wie süß ich bin. Kann man das Fress-RP nennen? Nasty, danke für den Prime im 3. Dritten. Da kommt die Eule. Mein, du Waschen. Boah, das könnte lustig werden als Taxifahrer. Bald schon wieder Weihnachten, gar kein Bock. Doch, ich hab mega Bock auf Weihnachten. Kommt erstmal der Sommer und so. Riecht geil. Schön hier oben. Dachgeschoss zocken. Bei 50 Grad. Hallo, Lexi. Boah, Sommer wird die Hölle hier. Also, die nächste halbe Stunde kann keiner auf dem Klo. Damit alle Bescheid wissen. Oh, Twinkie. Ja, hallo. Boah, ist das eng hier. Hi. Ja, das stimmt. Hi. Na? Na? Schnucke Putz? Ja. Ja. Habt ihr mein Food? Aber natürlich. Ich rechte das einfach alles noch rüber. Okay. Okay. Tüten kriege ich. Richtig. Ja. So, einmal Nummer eins. Und da ist mir gerade was passiert auf dem Toilette. Ein Unfall. Das macht nichts. Wir haben Praktikanten. Okay. Kein Problem. Man sollte da besser abschließen. Okay, links oder rechts? Links. Okay, kein Problem. Machen wir gleich. Für die nächsten zwei Stunden sollte man abschließen. Okay, so schlimm? Oh. Okay. Ich hab, ich sag dir, ich hab fünf Pfund verloren. Ja, uff. Okay. Und die Spülung hat nicht funktioniert. Ja. Boah. Der Praktiker freut sich bestimmt. Da sind nur ein Tacker da drinne. Das sollte man fotografieren. Sollt, wahrscheinlich besser nicht. 37 Kubricks. Ähm, ja, ähm. Geh da ja nicht rein. Nein, mach ich wirklich nicht. Ehrlich, du schmeckst das auf der Zunge. Da kommt dir die Kotze rum. Boah. Boah. Ehrlich. Das brennt dir die Nasenhaare weg. Okay. Was ich da gezaubert hab. Okay. Wie viele Avibriatore. Mhm. Eine ganze Stange Lehm aus dem Rücken drücken. Kann ich dir die Rechnung einfach geben, bitte? Boah, ich fühl mich so leicht, ne? Das ist unfassbar. Mhm. Das war so belastend. Drei Tage hab ich das zurückgehalten. Das, ähm. Und Klopapier war uns keinem mehr da. Was? Ich möchte's gar nicht wissen. Ich hab das Handtuch benutzt. Ich musste. Das, das, ähm. Links und rechts sind oben an die Decke. Überall hat's hingeschossen. Aber warum? Ich hab mich nicht mal mehr beherrschen. Aber. Ich hab mich einfach nur noch so an die Wand festgehalten. Und dann. Buf, buf, buf. Wie im Krieg. Artilleriefeuer des Todes. Ein Zwer-Sylvester. Überall ist es hingeklatscht. Da kann man nicht mehr rein. Ehrlich nicht. Das ist kontaminiert. Ich bin verstört für mein Leben. Da solltest du besser nicht reingehen. Nee, nee, glaub mir. Nicht mal für Geld. Welche Toilette warst du? Auf der linken geht er ja nicht rein, Tommy. Ich krieg 500 Dollar, wenn ich die sauber mache. Ja, dann viel Spaß. Ja. 500 Dollar. Ich würst mich überlegen. Der rennt in den Oh mein Gott. Wir müssen in den Oh mein Gott. Tommy. Tommy, geht er nicht rein. Ich helfe von hier hinten. Tommy, geht er nicht rein, Tommy. Boah. Oh mein Gott. Geht er ja nicht rein. Das ist die Höhle des Löwen. Boah. Guck dir mal da drin, wie das... Oh mein Gott. Ich hab grad ein bisschen aufgemacht. Da grenzt ja die Nasenhaare weg. Geh mal da rein. Guck's dir an, mein Zauberwerk. Oh, die Scheiße. Mach nur einen Spalt, die Tür. Boah. Boah. Hör auf, die Schwörge. Bitte, die Schwörge. Boah. Nein, das ist... Und, ist sicher? Hör auf. Nein. Komm nicht hier rein. Hör auf, die Schwörge. Oh mein Gott. Boah. Da kannst du sprühen, weil das Zeug geht. Hast du Kreise gedreht damit? Die sieht ja aus wie ein Hundewurst. Ich bin einfach explodiert. Ich sage dir... Weißt du was? Das Essen geht einfach aufs Haus. Boah. Guck mal. Oh mein Gott. Boah. Tommy, mach die Tür einen Spalt auf. Ich spray rein mit Fibrill. Okay. Nur einen Spalt. Ja, so, da. Mach. Ah. Geh da nicht rein. Ich muss wirklich schotzen. Oh mein Gott. Nicht schotzen. Jacob, du hast einen kaputten Arm, ne? Du kannst ja nicht arbeiten. Geh da nicht rein. Aber Jacob, du kannst ja... Hier ist eine Tätigkeit, die du ohne Job machen kannst. Stell dich vor die Tür und sorg dafür, dass keiner auf die Toilette geht, bis die da fertig sind. Ich sage dir, ich habe den Bottich auseinandergenommen. Ja, und du hast kein Trinkgeld dahin gelegt für die Putzfrau. Was für ein Trinkgeld? Ja, du musst der Putzfrau doch was nehmen, das was Speckenlegen. Dass du das sauber machst. Okay, warte, ich muss kurz Luft anhalten. Boah. 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 Der Tommi ist da drin mit einer Schippe. Boah. 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 Das ganze Ding muss kernsaniert werden. Boah. Scheiße. Boah. Boah. Der Gestank ist in den Fugen drinne. Das Zeug kriegst du nicht mehr raus. Das ist jetzt weg, aber das stinkt da. Ist alles sauber, Tommi? Ja, geh gucken. Boah. Boah. Nee, 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 nee. Doch, du gehst gucken. Komm jetzt. Ich muss der Faden fassen. Geh da nicht rein, das zieht in die Haut. Dann geh ich mit dir. Boah. Ich will da nicht rein. Doch, wir ziehen das zusammen durch. Ja, durchspielen wäre gut. Für den Laden. Das fängt langsam an, hier auch zu riechen. Für den Laden, Cody, komm. Willst du uns das einfällen, dass das hier nicht so stinkt, Mann? Schick Tommi rein für 1000 Dollar. Der atmet das weg. Äh. Ich hab zu Hause noch Silikon. Wir könnten die Tür abdichten und eine Mauer drüber ziehen. Boah, das wäre die beste Option. Und dann... Da haben wir nur noch eine Toilette. Dann kommt der noch mehr wieder. Dann ist der Laden nicht so. Der Herr, sie müssen übrigens... Boah, jetzt, wo du es sagst, ne? Nein, 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 nein. Oh, ich glaub, da kommt noch was. Boah, mehr. Oh, mein Gott. Guck mal, guck mal, wo der Dollar. Oh, nein. Vielleicht kann ich's zurückhalten. Ja. Gehen Sie mal raus zum Laden und dann nach links. Da sind öffentliche Toiletten. Oh, nee. Doch. Ich kann nicht, wenn ich lauf, dann fang ich an. Dann malt der Stift schon. Oh, mein Gott. Der kommt schon raus, damit kann ich Gedichte schreiben. Weiß ich nicht, das ist ja noch nicht sauber hier. Natürlich ist er sauber. Nee, nee, sauber ist hier noch gar nichts. Wir zahlen ihn mal an. Ey, pff. Oh, bin sie. Komm rein, jetzt, da ist sauber. Ich hab's sauber gemacht. Okay, ich mach's nochmal. Zieh durch. Okay. Nein, nein, ich tu nochmal rein. Ich stell mein nochmal sauber. Ich muss aber. Oh, mein Gott. Was ist denn hier? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jesus, na hier. Ich seh dein Leben, aber bevor wir es sind. Oh, mein Gott. Komm schnell, ich helfe dir. Komm schnell. Raus. Das ist ja wie Schiffe versenken hier. Oh, mein Gott. Geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Oh, mein Gott. Das Ding geht nicht. Oh, das Ding. Oh, mein Gott. Ich muss die Hände waschen. Gott, er hilft nichts. Ich muss die Hände waschen. Nee. Tag Team. Das Ding ist hier schloss. Euer Klo ist kaputt. Das Klo ist voll geschützt. Scheiß Tommy. Tommy. No mini patri at philly to santi. Warte mal. Hiermit segne ich diesen Raum. Oh, geht da nicht rein. Ich sag da, ich krieg 5.000, wenn ich nochmal dauer mache. Warte, 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 warte. Ich hab den Raum gesegnet. Mit echt Kölnisch Wasser, oder was? Alter. Oh, mein Gott. Nein. Oh, mein Ohr. Oh, mein Ohr. Na, du? Bei was denn? Nein, ich beide. Gib mir dein schärfes... Oh, mein Gott. Gib mir dein schärfes Lächeln. Zeig mir deine Beißer. Oh, Gott. Nimm sauseinander, die Toilette. Komm, Twinkie. Das muss wehtun. Oh, mein Ohr. Mach mal Schnute. Guck mal, süß. Ich geh ein bisschen zurück. Bist du bereit? Ja. Los. Guck mal, ich kann Darkface. Mach Darkface. Oh, mein Ohr. Es geht raus, mein Ohr. Ich muss raus. Oh, mein Ohr. Okay. Ein Fisch. Okay, da ist nicht so schlimm. Da, wo Twinkie ist. Weiß ich. Ähm. Reiß ich. Ja. Oh, schnell rein. Nein, nein. Oh. Oh, mein Gott. Oh, du Scheiße. Oh, ne, ich muss raus. Oh, mein Gott. Oh, wei. Oh, du, 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 du. Du, 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 du. Ich ess nur was essen. Na, du, iss draußen. Oh, Moment. Ich hab Hunger. Ja, du, du gehst damit zum Zudel nicht auf den Klo, wenn du dich ist. Okay, let's go. in den hintern aufwischen hier muss gesprüht werden hier muss nicht gesprüht werden hier unten sind noch mehr hier unten sind noch mehr das muss alles gesprüht werden hier nein das ist Febriß das macht der Typ gleich Hilfe deiner Freundin Twinkie ich glaube die ist umgefallen doch nicht ich muss erst mal die Handtücher die hat groß gemacht wir haben Toilettenpapier das weißt du ja aber das ist nie so soft wie Handtücher die sind unverhofft soft und das sind lieber Handtücher für die doppelte Pflege für meinen Hinterteil das ist mir sehr wichtig und ja also sie bräuchten aber unbedingt neue und vielleicht auch größere aber kannst du hier irgendeinen Spray holen? habe ich gerade schon Febriß aber ich sollte aufhören damit weil ich habe die Toilette da ist jetzt sauber ist die andere dran ja dann fang hier gleich mal an oh oh nein schließ ab schließ ab schließ ab fahr mal nur reingelegt ich gehe jetzt erst mal was essen das war gut ne ich fühle mich nur befreit Pinsel wir haben das Moppel auseinandergenommen was ist passiert? ich musste zweimal auf Klo und ich konnte nicht zurückhalten du schaffst das schon weil der Tommy macht sauber warum macht er das? der kriegt Geld dafür ich weiß wie viel? 50 Dollar nein 5000 was? ich wusste davor wurde ich gefragt für 50 ich schweine na gut mit Trüger komm wir halten die Tür zu dann kommt er nicht mehr raus halt die Tür zu hilf die nicht auf? ja nein halt die Tür zu Tommy du musst das weg atmen doch immer schön durch die Nase filter mit der Lunge du musst das mit der Lunge filtern holt schön tief los wie bei der Meditation die ganze Scheiße hängt an der Klobörse scheiße am Stock ist auch ne Rose lass die davon raus nein nicht rauslassen Twinkie der bleibt da drin bis es sauber ist aua bis es sauber ist moment scheiße das ist ja schlimmer als Zwiebeln schneiden ich helfe euch gleich 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 es tut mir echt leid ok was hast du gefressen? was hast du gefressen? ja alles irgendwie boah ein Cocktail oh Gott boah da sind ja noch wir werden beobachtet da sind ja noch Tomatenhautreste in der Kacke die Tür klemmt ja fester als die vom Finn nein die Tommi ist da drin geh nicht hin wir lassen den nie mehr raus den macht mir ein Häufchen so geh da ja nicht rein boah ok na sauber Tommi komm boah ok boah scheiße boah wenn der geduckt ist geht das einigermaßen du hast ja ein bisschen an der Fresse hängen was? ach nee mach weg bitte komm schon na bitte mach weg was ist denn das? ich weiß es nicht mach weg boah boah hat er probiert? es ist ein Teller keine Schuld boah ok start schon boah boah auf mein Geld das war auch wieder mal ein schönes Abenteuer hier dann ich kann nicht fahren deswegen boah ich hab Hunger ich hab ein Bus hier Chef wir haben alles wieder sauber gemacht wo ist unser Geld? du hast einen scheiß Schreck ich hab alles sauber gemacht ich auch wo ist mein Geld? der Tommi hat das gemacht ja Tommi wir haben Tommi geholfen ja Tommi kriegt sein Geld ne ich hab eine halbe Dose Fibresa sprüht ja das müsst ihr mit Tommi ausmachen der war euer Boss sozusagen nicht dass er euch abzieht oder so ich glaub ich muss nochmal aufs Klo oh dann ist Tommi ja noch nicht fertig dann gibt's auch kein Geld kein Problem ich sag Tommi Bescheid dass er nochmal kommen soll drück den Stift wieder rein das heißt er hätte klären können nein geht nicht schade ja wollen wir gleich weiter oder wie ist das auch? ja 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 jetzt gehen wir weiter oder Pinsel? oder Pinsel ich hab mein Kind ich bin getarnt ich hab noch was früher unterwegs irgendwann gehen wir weiter weil wir ein Eiszeit haben ich hab zwei mal sauber gemacht ich hab zwei mal sauber gemacht ich hab zwei mal sauber gemacht okay aber du musst doch dafür sorgen dass der Geld noch nicht wir wollen weiter es geht weiter tschüss Elsa ja hier sieht der cool aus hallo was ist denn das für ein Anzug? der ist jetzt schluss die macht sich grenzlos guck mal Twiggy das Astronauten guck mal der singt sogar so ähnlich wie Astronauten Jenna ich brauch noch nen Eistee oh shit jetzt sind wir aufgefahren ja ja danke danke schön danke schön wir hauen ab tschüss oh god tschüss komm Tommy ich brauch dich ich möchte mich beschweren Tommy komm ja wir kommen oh mein Gott schnell hallo hier die Kälte sie ist nur ein Teil von mir oh boah du scheiße oh wei boah das sieht eine Fahne hinter sich und oh das sehe ich wirklich wirklich gut oh das Ding haben wir auseinander genommen ja aber schöne Laden ne ja sehr schön sehr schön und das hat sogar die Wombo-Kombo überlebt aber keine Actionfiguren was der Melonen-Eistee oh guck mal die gehen alle aus dem Laden raus ja ich weiß nicht okay dauert ein bisschen zwei Stunden hab ich hier boah das Ding haben wir kaputt gemacht mach das nie wieder das war doch ein Spaß für die ganze Familie wir haben euch den ersten Kunden Toni ja danke schön wir haben den Kunden oh nein wir haben den Kunden äh wir müssen aber eins zwei drei vier fünf ja da müssen wir gucken wir haben einen Kunden ne komm mal raus da zieh dich du Arschloch du Arschloch du Arschloch du Arschloch nee ich will vorne sitzen nein bitte je nach hinten wo du hingen gehörst ok tu den Kohlen einmal zur Bank bitte ich hab 10.000 Dollar verdient wo ist denn hier der nächste Automat ist ja eine tankstelle kein automat ja ja ich will auch laufen okay gut dann geht schnell raus und wir haben den kunden an den ersten okay beim krankenhaus wartet er ja warum ich so mag kölnchen leder singe ja ungelegen sie römm kölnchen leder singen die zu den rauchern sie sind kreis hier drüben nur die märkte denn die die sie sich in der kinderwähre in den grünen ja diese mila ganz fliegen wie die sonne über fuchihama Wenn die kommt, dann bebt die Hade. Das ist Twinkies Vorbild. Wo kommst du? Äh, nicht, äh. Komm, geh nach vorne. Ich glaube, der Tommi hat einen Schlaganfall. Ja, dann steig ein. Tommi, gehst du nach vorne? So. Es rappelt im Karton. Raus, ich sitz vorne. Boah, Leute, macht doch jetzt mal. Wie? Es wartet im Grunde. Lass die Tür zu. Jetzt setz dich rennen. Ja. Oh, weh. Komm, ich mach die Tür auf. Okay, komm, helf mir. Was? Was für Shitwark. Nice. Ich mach Feierabend jetzt. Ich bin da nicht froh drüber. Aber ich hab 10.000 verdient. Sollen wir lustige Buslieder singen? Komm, Freddy, Bus bauen. Nicht Bus bauen, singen. Ole, wir fahren im Bus nach Barcelona. Ich kenn's doch nicht. Ich find's dir nützlich. Ole, ole. Lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul. Lesbisch, lesbisch. Oh Gott. Oh Gott. Oh wei, oh wei. Hä? Ist doch nicht schlimm, ich schwul. Wir vögeln hier, wir vögeln da. Wir vögeln hier, wir vögeln da. Tausend nackte Weiber auf dem Männerpistua. Fährst du den Typenblatt? Nein. Lern fahren, du Homa. Homa? Homa? Ja, mir ist nichts eingefallen. Ich glaub, da drüben ist. So, Vorsicht, haltet euch fest. Ich mach einen U-Turn. Da ist unser. Hallo. Komm Freddy, die Bus bauen. Willkommen im AliExpress. Hallo. Was? Zeugen sie ein. Äh. Willst du? Okay, wo musst du hin, Eddie? Dick, was? Eddie, was? Die Foto. Na ihr geiles Säcke? Na du? Na? Wo musst du hin? Wo haben wir den Kaffee hier? Wo musst du hin? Hoch zum Observatorium. Wo willst du hin? Ach, du Scheiße. Observatorium. Hier mit dem ganzen. Ach, du Scheiße, wir kommen nie hoch, ey. Aber das wird interessant. Was willst du denn am Observatorium? Mein Auto ab. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Boah, der hat mit seinen Kopfschmerzen. Verreck. Vor allem mal hier auf die Seite, ne? Könnt ihr schon mal was singen, wenn ihr wollt. Du ein Schild. Du ein Schild. Du ein Schild. Und wann werden wir jetzt angelernt? Jo, weiß ich auch nicht. Ja, aber das ist doch jetzt unser erster Kunde. Ach so. Ach du Scheiße. Jo, wir müssen ja noch essen. Das stimmt. Bevor wir verhungern bei der Arbeit ist ja auch nicht gut. Eddie, bist du schon, fühlst du dich hier wohl? Das weiß ich noch nicht. Noch fahren wir ja nicht. Vielleicht wird's hiermit ja besser. Oh. Ich glaub, der war nass. Oh mein Gott. Gott, der war nass. Ohohohoho. Ich will auch trinken. Ja, hier guck. Ich guck für lustige Videos. Guck mal. Hier. Guck mir das an. Guck mal. Hier. Guckst du wieder Da Vinci auf YouTube? Ja, ich geb immer Daumen runter. Nein, du musst Daumen hoch geben. Ach, ich verstehe dieses Daumen-System nicht. Nein, du bestellst schon wieder Essen. Ey, Mann. Ich hab gesagt, du sollst das Video gucken, nicht die anderen Tabs. Darauf mach ich natürlich Chips auf. Oh, jetzt hab ich Hunger. Aber ich stehe jetzt vorne, da kommen die nicht ran. Ich hab noch was, Twinkie. Hier ist schon noch eine Arbeit. Ja, hier, da bin ich. Da, bitte. Oh, geil, danke. Oh, Twinkie. Ja, Twinkie. Hier, zwei Dosen Ravioli hab ich noch. Eingeatmet. Hilfe. Was hat es? Was ist, Eldy? Willi, schau mal die Klimaanlage ein, das stinkt hier hinten nach. Oh, purer Sche... Fabian-Käbig. Warte mal, der soll die Klimaanlage ausmachen müssen. Wann bringen dann eine Klimaanlage? Die ist hier vorne. Soll ich ein bisschen... Soll ich ein bisschen Musik machen, während wir warten? Nein, nein, nein. Okay, keine Musik. Keine Musik. Ey, Toni hört sich rennen. Ja klar, bin doch dabei. Tommi, du geile Sau. Na? So, können wir? Ja. Hat der einen Kaffee gekriegt? Warte, der hätte schon mal die Kürze, wenn der einsteigt. Bah, der Kau hat mit hoch, habt ihr gehört? Ja, kau einfach und schluck wieder runter. Egal. Nochmal kauen. Essen zweimal, das ist das Beste. Also, wir fahren jetzt zum Observatorium. Ja, war der das schon mal da oben? Hm, ich glaub nicht. Das ist total romantisch. Was heißt das? Ja, das ist für euch zwei. Sehr schön da. Da könnt ihr ja die Stadt... Auf die Stadt gucken. Auf die Stadt spucken? Ja, das auch. Ja. Schluck auf. Ich hab Schluck auf. Das war ein Hickelschlick. Hickelschlick. Oh Gott. Oh Gott. Oh, der Berg da vorne. Der Berg ist schwer. Bleib auf dem Gas. Oh oh. Oh oh. Geh fette, Willi. Oh nein, das kenn ich zu. Gleich geht zurück. Drück drauf, Willi. Ich hab doch schon... Ich bin doch schon im Motorraum im Fuß. Hör aufs Solarband, drück. Kennst du die Flintstones? Ja, hau, Lieblingsstones. Vielleicht brauchen wir ein Auto, wo wir alle mit den Füßen so laufen. Au. Was zum Teufel. Ich glaub, Opa Willi hatte gerade gehauen. Das war die Instant-Beschrafung dafür, dass du denkst, wir würden laufen. Basti, ey. Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Es wird immer langsamer. Oh wei. Oh wei. Oh wei. Du kannst einfach nicht bremden. Bitte, du klopp. Oh mein Gott. Willi, du kannst auch nicht scheiße. Will sterben. Gott. Ich hab's kommen gesehen, ganz ehrlich. Haltet jetzt alle mal die Luft an. Ja, warum das denn? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich kann nicht, ich hab Asthma. Oh, ich hab eigentlich keinen Bock. Ich bin dünn wie ein Schiebhohr. Ja, ich muss bestimmt gar nix hier machen. Aber ich kann nicht. Oh mein Gott. Gott, Scheiße. Wenn wir noch ein paar ziehen lassen, könnte es sein, dass die heiße Luft uns vielleicht hochdrückt. Ja, dann los, schießt, was das Zeug hält. Was sollen wir schießen? Ja. Pupsen. Tina, du musst pupsen. Die heiße Luft. Ich kann nicht auf Kommando. Oh Gott. Heiliger Mutter. Mann, warum immer? Was ist? Ja, die scheißen hier alle voll. Wie viel ist? Dir geht's dir gut? Nein. Ey, Emma, ohne Witz, kauft ihr jeden Tag neue Unterwäsche? Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab's auch schon aufgegeben heute. Gott. Bei dir bleibt doch alles im Tanker hängen. Gott. Ein Tiger. Hey, Leopard. Ein Tiger. Ein Tiger. Leopard. Oh, was sind wir hier? Tana, wie macht ihr beide das eigentlich beim Kuitus? Wir sind hier am Ententeil. Wir rollen uns auf den Boden. Das ist unser Vorspiel. Ja, ja, nee. Aber wenn es reinstecken ist, sagst du dann aufs Schatzboot. Mach ich auch nicht rein. Das geht diesen Scheiß an. Dann bringt er mal Kilometer mehr mit. Du bist schon für den so geile Drecksau. Sorry. Ich meinst du uns schon. Gib uns trinkeln. Mann, da oben nach oben. Äh, Ronny. Können wir auch packen? Ja? Dann geh schon mal in den Tags, Max. Dann rechnest du ab. Wie viel kostet? Oh nein. Oh ja, Baby. So regelt habe ich nicht, wenn Ronny abrechnet. Nee, der rechnet normal ab. Es waren drei Kilometer. Es sind 1430. Ja, haut hin. Ja, mach zwei draus. Ha, ich hab gelogen. Ich hab vier eingetragen. Aber die sind alle müde. Komm, Millie, wir sind gleich da. Ja. Gott, ey. Der Motor fliegt gleich raus hier. Kolben. Geht gleich bergab hier? Selber, Lugner. Hat das Auto gute Bremsen? Äh. Der ist schon was selbter, der Bus. Aber die schwerfen an einem dicken Antwerker. An einem Lugner immer. Hast du auch ein stabiles Seil dafür? Links? Ja. Oh mein Gott, der Tunnel. Da stehen immer die illegalen Leute drin. Verstecken sich vom Helikopter. Oh gut, dass du das weißt. Ich wusste das zum Beispiel nicht, Ronny. Ich war da auch schon drin. Du warst im Tunnel? Ja. Warst du auch illegal? Nö. Ich habe im Auto gemobst. Oh, deep. Oh, ganz legal. Ich habe nur gesagt, dass ich es neben bin. Jurassic Park. Oh, mein Auto steht noch da. Was für eine Schrottkarre. Jurassic Park. So was fahren nur Gehingverdiener. Oh, ein Klo. Ich muss mal pinkeln gerade. Ich komme gleich wieder. 2000. Einmal durch. Danke, Sir. Danke, Ronny. Ich halte ihn fest. Gib uns mehr Geld. Nee. Was ist mit Kronengeld? Jetzt jaue ich dich rum. Ronny. Nehmen wir den Megafon weg. Ja. Ihr könntet ein Paar sein. Ronny und Tommy. Hä? Wie ist denn Tommy? Zeig mal den zwei hinten die Aussicht. Ich komme jetzt. Ich gehe nur schnell aufs Klo. Ich sehe genau, was du da machst, Swingy. Was zocken die da schon wieder? Das passt dir nicht. Oh mein Gott. Du kannst einem auch echt die ganze Laune versauen. Kann ich gar nicht. Ja doch. Ich fand es so schön. Hier oben ist schön. Blutgruppe Schmalz. Was hat er gesagt? Blutgruppe Schmalz hat er gesagt. Willst du dich prügeln? Kriegst du einen vom Latz? Nein, ist nicht böse gemein. Du hast... Nee, überhaupt nicht. Der Tommy ist unser Freund. Der verpügelt dich. Ja? Genau. Der haut dir den letzten Zahn, den du noch oben in der Lipp hast, auch noch raus. Ey, lass mal stecken. Natürlich. Du Eintekettenraucher, du. Ich träg' Seitenstiche. Hier. Dankeschön. Wo ist der Opa Willy? Pissen. Pinker. Was machst du nur hier? Ist hier die Leine. Ja, ist die Leine. Da hinten gibt's eine schöne Aussicht. Das hier ist die Taxi-Gesellschaft. Wir sind alles Kollegen. Nee, der ist mir schon weit. Also den. Na komm. Was sind denn da zeigen hier? Na, das ist so weit. Wollt ihr das sehen? Nein. Das ist schon ein ganzer Weg. Aber es sieht aus wie Riesen-Eiskugeln, das Gebäude. Und der der vorne im Hof. Da krieg' ich direkt Lust auf einen. Boah. Geil. Keinste Körperbeherrschung. Jeder andere hätte gekocht. Du bist ein Schwein einfach nur. Nee. Du bist ein ekliges Schwein. Du bist ein Schwein. Was machst du da? Was? Was hast du schon aus dem Rucksack? Boah, geil. Das sind Pommes. Keine Pommes. Wie die Käse-Pommes. Du schmaltst wie ein Schwein. Oh, geil. Okay, ich glaub, wir kennen alle. Wollt ihr nicht mal auf die Stadt spucken? Ja, wir haben schon gezeigt. Wir sind schon so weit wie Roadrunner. Ich bin echt K.O. heute. Okay. So viel Bewegung, das tut mir nicht gut. Ähm. Du bist schon müde, Twinkie? Hm? Bist du schon müde? Nee, die Bewegung macht mich fertig. Ich, ähm, wirklich, äh, ich, die ganzen Tage, jetzt, gestern, heute, die ganze Zeit rumwandern. Oh, ich weiß, wo wir jetzt hinfahren. Okay, wohin? Wir fahren jetzt zum Sifus-Theater und dann machen wir da ein bisschen, äh, Los Santos sucht da super Talent. Was für ein Theater? Das ist ein Sifus. Ja, kein Talent. Ja, kein Talent, wie sich raus zu essen und schlafen. Okay, ja, das ist ja immerhin ein Talent, ne? Und am Arschkacken. Ja, ach so. Oder wollt ihr noch irgendwo? Ronny, sag mal was. Wo kann man hinfahren? Was? Wo kann man hinfahren? Oh Gott, wenn er wieder da ist, gehe ich oder was? Ah, GPS kennt ja alle Orte, wo wir hinfahren müssen. Ja. Äh, ich bespreche das mit dem Chef, aber... Aber die müssen noch freigeschaltet werden für die Dokumente. Ja, ja, stimmt. Woher? Wir können jetzt zu Hasepeter fahren. Wer ist ein Hasepeter? Ein Chef. Aha. Er ist nicht da. Wie? Ja, dann Snickers. Wer Snickers? Der andere Chef. Und dann, wenn soll ich sagen... Oh, eigentlich, du mich als Chef bewerben? Ja. Was muss ich dafür können? Anders, ich würde mich gerne als Chef bewerben. Was brauche ich dafür? Wen ruft er jetzt an? Ähm, warte mal, ich gehe ich. Warum soll ich Snickers anrufen? Ach so, was ist denn mit meinen Freunden? Können die jetzt hier arbeiten? Was für Haie? Nee, er hat nur so ein... Ja, weine. War wieder da. Von mir. Willi, du sollst anrufen. Was ist denn? War das lauteste Name in meinem Ohr, das ich je gehört habe. Wer ist das? Wie? Wie? Was? Ja. Wer ist das? Du für traurige Augen. Halt doch. Komm sofort wieder. Nein. Der Flüster, der lügt. Pass hier, diese Kreis steht. Ja, ja. Nicht nur du. Ich hasse das, ich will los. Rani, wer ist denn am Telefon? Meine Mutter, ich weiß nicht. Snickers. Ach so. Oh, die Pollenallergie tut mir mein Hals so weh. Ja, habe ich auch noch ein Problem. Echt? Ja. Man sieht es ja an, du kriegst Pickel. So. Ich habe hier noch zwei Ausweise in der Tasche. Ja. So, du kriegst einen. Und du kriegst auch noch einen. Und dann müssen wir eine Stempelkarte haben. So. Ja, dann müssen wir zum Taxi fahren. Ja, ihr könnt uns ja das alles zeigen. Moment mal. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Fahrten berechne. Sag ich einfach irgendeine Zahl, schmeiß ich in so einen Raum. Zeigen euch, wenn wir eingestimmelt sein. Ach so, okay. Ja, gut. Dann auf zu unserem Job. Du hast das weit. Oh ja. Twinkie, wir haben Arbeit. Geil. Ich schwöre, diesmal werde ich nicht gefeuert. Raus. Für dir auch kein Essen. Raus. Ach stimmt, du wirst ja schon mal arbeiten. Gehst du freiwillig oder musst dich rausziehen? Das ist so eine Katastrophe. Ich bin angeschnallt. Weißt du was? Boah, das kann was geben, Alter. Das geht was. Das geht was. Raus. Geh was. Oh Gott. Na, Penner, warte ab. Schlag dich kaputt. Ronny sitzt vorn. Boah, ich freu mich. Ich hab Arbeit. Ja? Ja. Aber nicht das ganze Geld verfressen. Ja, natürlich. Wir kommen beim Taxiunternehmen. Was? 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 Ich hab gesagt, herzlich willkommen. Ihr seid ja jetzt dann, wir sind jetzt alles Kollegen. Ach, der Tommy ist auch Taxifahrer? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Ich bin schon ein Jahr Taxifahrer. Und wie oft kriegt man Aufträge? Ja, keine Ahnung. Muss man gucken. So viele? Ja. Kriegt man? Ich hab jetzt akustisch nicht verstanden. Aufträge. Ach so. Boah, kommt drauf an. Momentan ist ein bisschen, ist ein flauer Monat. Ja, bei euch, bei mir nicht. What? Oh Gott. Oh mein Gott. Bremse, 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 bremse. Ich kann nicht, drück doch. Wie drück? Bremst mal. Ja, ja, ich hab letztes Mal die Polizei angerufen. Die meinten, ja, sie haben doch bei der Einreise einen Führerschein bekommen. Komm hier auf. Ich wollte eigentlich eine Führerscheinprüfung machen. Warum, warum machst du jetzt die... Ach doch. Ich drehe doch nicht am Schlüssel. Hä, wie soll ich das denn machen? Ich hab gestern bei den Cops angerufen. Ach, da war der Ronny. Ich dachte, du sitzt wieder neben mir. Oh Gott, ich war falsch. Tommi war. Ich meinte, Ronny ist ja fast wie Tommi. Ach so. Seid ihr eigentlich verwandt miteinander? Ja. Aber der heißt nicht, Ronny, der heißt Pinsel. Der heißt meine Schwester. Ja. Ronny. Ach so. Du bist meine kleine Schwester. Warum? Die Carmen. Die Carmen. Die Bums der Uwe. Kennst du mal die Tasche? Oh mein Gott. Du hast gestorben. Hilfe. Habt ihr auch so Limousinen-Service? Ja. Muss aber anmelden. Darfst du nicht einfach fahren? Darf ich wohl. Na? Warum nicht? Ja, weil das nicht darf. Warum? Wolltest du das wissen? Du arbeitest nicht beim Taxi. Hä? Du bist gar nicht unser Kollege. Hä? Natürlich. Echt? Der Pinsel sagt nein. Ich bin schon ein Jahr im Betrieb, seit ihr bekloppt. Oh. Und wachst du immer noch auf deinen ersten Kunden? Hä? Was du laberst? Meine ganzen Kunden hast du ja bekommen, damit du befördert wirst. Du Schwanzlutscher. Oh mein Kopf. Aua. Ein durch. Hast du einen Anfang? Blitt. Hallo Chat, seid ihr noch da? Ach, heute ist wieder Mad Monday, Mann. Ich hab vergessen. Oh. Mr. Unity Gizi, dankeschön für den Host. Und Chakal König, dankeschön für den Prime 6. Und Driver, dankeschön für den Wizard am 12. Und Wurva, dankeschön für den Prime 8. Diesen hast du auf jeden Fall verdient, Kekoschkiss. Und Wizard, dankeschön für 10 Gifte Zaps. Und Dessert, dankeschön für den Prime 8. Hallo Süßer, küsst mich. Uh, da sind immer alle Resident Sleeper hier. Alle am Plan. Nehmt euch ruhig, Tinkepäckchen. Geiles AP. Ich find das auch ziemlich entspannt. Das kann nur gut werden als Taxifahrer jetzt. Boah, ich freu mich schon. Doch, nehmt euch ruhig, Tinkepäckchen. Ja, bockt mega. Ist auf jeden Fall besser als im Kreis rumstehen. Mit den Ging-Ging-Pommes. Oder findet ihr nicht? Stille Zuschauer, ja. Ich bin der Sandmann. Sieh mal eine an. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, das ist nicht gut. Gestern halbes Bauchmuskeltraining. Wir sind ja erst mal am Anfang. Das wird noch. Wer weiß, wo es Peanut und Twinkie hintreiben wird. Boah, ich hasse Kräfte. Oh mein Gott. Der Charakter bleibt auf jeden Fall dauerhaft. Aber wir spielen auch, äh, Curtis. Nur nicht, wenn da so eine OOC-Scheiße am Start ist. Mit irgendwelchen Ging-Pommes, irgendwelchen Krieges. Dann nicht. Wenn wir Konflikt-RP haben und das alles im RP ist, dann ist es cool. Aber sobald das irgendwie OOC übergreift oder so, werde ich das auch nicht mehr streame. Weil das raubt mir den Spaß und die Motivation. Äh, Pyrocrash. Zweimal hintereinander. Und Cody, ja. Das ist aber nicht nett. Hey, was geht ab nächst week? Hey, Geil, hat schon noch... Er hat den Ersatz-Tücher dabei. Ich bin ja, ich bin ja gar schon wieder reing. Er hat den Ersatz-Tücher dabei. Ja, ich hab mich kurz umgezogen, hab mein Rotes wieder angezogen. Ja. Aber ich muss von der Brücke kosten. Na, hör auf. Doch, ich hab grad. Wir haben es gesehen. Wir haben dachten, er springt es runter. Ja. Der arme Strafenreiniger. Mashallah, mach nochmal. Mashallah. Hörfleck. Oh, hier ist unsere Arbeitsstelle. Ja, hier arbeiten. Ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Frag dich nur, wie lang. Ah. Ah. Also, ich wurde noch nie gefeuert. Ich schon. Oh wei. Ich wurde bestimmt schon zwei, dreimal gefeuert. Ehrlich? Ja, weil angebliches Essen verschwunden im Diner. Und ich so. Nein. Komm bei, okay. Das ist aber ein cooles Taxi. Ja. Aber da kommen wir nicht ran. Hab schon gefragt. Erstmal. Da hinten mich. Komm mir, jetzt zeigst du es. Was denn? Einstempeln. Achso, ja, komm mal mit. Was geht? Mein, 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 mein. Hallo. Einmal hier hinten hin. Hallo. Es geht? Kann man einstempeln? Ja. Komm mit. Ähm, ey, warum sind denn überall zusammen? Da sind wir. Da geht ihr an der Kasten hier. Ja. Dann nehmt ihr euch den Schlüssel raus und tut er einstempeln. Alles klar, Herr Lady. Hab ich. So, dann könnt ihr jetzt hier auch zum Beispiel die Türen aufschließen. Ja. Okay. Okay. Boah. Das ist das Lager für die Reparature, ne? Boah. Ja. Das scheint dir wohl nötig zu haben. Dann kommen wir hier in das Türo. Immer abschließen alles. Ja, genau. Ja, hier ist, äh, irrelevant eigentlich, wie es spinnt. Oh, okay. Hä? Spinnt ist, spinnt ist immer gut. Warum das dann? Damit ich mein Essen da verstehe. Oh, das passt mir nicht. Okay. Okay. Dann müsst ihr da an den Computer, dann könnt ihr euch im Schlüsselkassen, könnt ihr euch rein theoretisch ne Schlüssel nehmen. Oh, okay. Ja, wie mal ruhig da rum. Da sind ganz viele Schlüssel. Ja, genau. So, dann, wenn ihr den Schlüssel genommen habt, kommt ihr mit. Ja. Rein theoretisch, ne? Also ihr habt ja einfach rein theoretisch ne Schlüssel. Ja. Na, gehen wir hier hoch da. Pass auf, nicht fallen. Oh, das sind auch noch so hohe Treppen. Ich schiebe Peanut, los. Ja. Oh. Oh, was ne Geburt. Gott, mein Rücken. Was ist das hier? Dann, dann kommt ihr hier. Dann könnt ihr gucken, welches Auto ihr ausparken wollt, ne? Keine Ursache. Ach so. So, dann packt ihr einfach jetzt zum Beispiel, ja, jetzt packe ich hier meiner zum Beispiel aus, den da. Ja. Zack, das ist meiner. Das ist deiner? Wieso hat der so ein geiles Auto? Weil ich schon ein Jahr dabei bin. Oh, damit fahre ich einfach, Tommy. Na, geht doch nicht. Warum? Hast du keinen Schlüssel für. Na, und brich auf. Schließe ich kurz. Was sagst du zu der Felge? Geil, ne? Ja, besser als die davor. Ja. Ja, dann könnt ihr loslegen, ne? Und der Willi erklärt euch das mit der Dokumente da. Ja. Jetzt schon? Ja, können wir auch andermal machen. Ohne die können die Dokumente nicht abbrechen. Ach ja? Und wie kriege ich Kunden? Ich mein... Ja, du musst alle Leitstelle besetzen. Ich muss das machen? Ja, wenn du allein im Dienst bist, machst du das Leitstelle oder du wirst angerufen, weil du im Leitstelle, weil du im Ding im Platz stehst, Mitarbeiter Platz, und dann wirst du angerufen, dass ein Kunst da ist und dann musst du ihn abholen. Nein, du musst zahlen. Wohin? Ich hab dir nur eine Rechnung gegeben. Nein. Die hab ich bekommen, die hab ich auch schön abgelehnt. Ach so. Das zahlen. Aber das... Ich bezahle, aber das bringt nichts, Sir. Hier, bitte. Warum? Ich will nur gucken, was auf dem Gerät dann steht. Okay. Du hast bezahlt. Ja, aber das ist jetzt so, du musst das eintragen in dem Programm, sonst kriegst du es nicht gut geschrieben. Ja, aber das war doch nur ein Test. Ja, aber ich hasse Dax Max. Dax Max? Das heißt so. Wie Dax Max. Der bringt you in the brain. Wenn das rote steht ja viel besser. Ja, natürlich. Das blaue macht dich dick. Du bist dick. Ich komme nicht hoch. Egal. Bluetooth? Hallo, das ist mein Bluetooth. Habe ich euch beiden was geschickt? Ja. Ja. Ich hab auf den Knopf gedrückt. Ja, und dann öffnet sich das Dokument. Er muss freigeschaltet werden. Genau, dann müsst ihr euch freischalten lassen. Das kann nur der Chef machen. Aber da habt ihr schon mal eine Übersicht. Da trage ich noch euren Namen ein. Man sieht erst was, wenn man freigeschaltet ist. Echt? Normalerweise müsstest du aber die Übersicht schon mal sehen. Nein, das ist doch nicht. Ne, echt nicht? Nein. Okay, ja, dann müsst ihr bis morgen warten. Okay. Ja, dann, ich denke mal, da muss man nur seinen Namen hinschreiben und wie viel man verdient hat und wie viele Kilometer man gefahren ist. Ja. Soll ich dann jetzt schon eine Anfrage schicken dafür? Ja. Und dann sag ich, Downtown Camp Taxi, wie kann ich Ihnen helfen? Genau. Ja. Okay. Und dann sagt er dir, wo er ist und dann holst du ihn ab und dann... Und was, wenn da keiner ist, wenn ich da hinfahre? Dann fährst du wieder. Dann fährst du weg und denkst dir so, fuck off, du Lutscher. Und Mitarbeiter fahren kostenlos. Mitarbeiter fahren kostenlos? Ja. Ja, das heißt, wenn du mal irgendwo hin musst und der Ronny hat Dienst, dann kannst du dich umsonst vom Ronny irgendwo hinfahren lassen. Ja. Aber ich könnte jetzt auch, wenn nichts zu tun ist, zum Beispiel was essen gehen. Richtig. Und wenn einer mich die Leitstelle anruft? Dann sagst du nach Hause. Oder du sagst, ich komme in fünf Minuten. Okay. Und was ist, wenn ich die Kunden habe und von der Klippe fahre? Äh... Weil der Kunde tot habe. Er schafft. Und wer zahlt die Rechnung? Ja, dann kriegst du aber kein Trinkgeld, ne? Stimmt auch wieder. Das ist dann nicht so gut. Als Leitstelle musst du immer gucken, dass alle Fahrten kriegen. Oder du machst wie ich und fährst einfach alle alleine, nur dann, wenn dein Taxi voll ist und kein Platz mehr ist. Die kannst du dann abgeben. Du bist ein Betrüger. Ja, aber ein verdammt guter. Das ist... Hier fährt man dann raus. Ja. Also, da sollst du eine Sache wissen. Wenn du reinfährst... Abschließend. Mach... Mach... Ja, wenn du reinfährst... Mach... Was? Hallo? 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 Oh. Das Tor geht nicht auf. Mein Bauch ist im Weg. Du bist ja voll fertig. Dann kriegst du ja weggeschoben hier. Rein die Klappe. Das war ein Kompliment. Also, wenn man reinfällt, abschließen. Nee, nee, der macht den Auto... Ist jedenfalls ein Backflip. Was? Wer macht einen Backflip? Das... Ah, ich weiß nur... Dann fällt dir das Dach aufs Auto. Und das ist nicht schön. Boah, sieht meine Torte nicht heiß aus. Guckt euch das an. Komm, weiter. Wow. Oh. Abschließen. Oh, shit. Mach auf. Ja, mach auf. Ronny, kannst du die Leitstelle haben, wenn du willst. Willst du die nehmen? Du bist die Leitstelle. Willst du nehmen? Ja, okay. Wo? Ja, können die direkt mal testen, ja. Ja, deswegen. Dann nimm die Leitstelle. Okay. Hast du? Ja, klar. Gut. Dann musst du warten. Aber ich kann noch kein Angen am Taxi Bescheid sagen. Ich hab die Nummer nicht. Nee, die stehen alle in dem Programm, weil du noch nicht hast. Okay. Ansonsten hast du meine Nummer. Hast du Willi? Nee, noch nicht. Kann ich meine Nummer auch geben. Okay, warte. Und du brauchst die Nummer von Twinkie, ne? Ja. Ja. Tu nie. Fünf, fünf, fünf. Acht. Acht. Drei, drei, drei. Drei, drei, drei. Nulle. Nulle. Fünf. Was ist das? Fünf. Fünf. Ja, null. Null? Ja. Okay. Acht, drei, 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 null, fünf, null. Ich lass bei dir scheinen. Hallo? Ich bin Peanut. Peanut, okay. Peanut. Hat jemand die Nummer von Willi? It's only game. Hallo? Hallo? Muss einfach, was? Die Nummer von Willi. Ja, warte. Ich muss erstmal deine speichern hier. Twinkie? Ich sag's dir. Twinkie? Ja. Hast du mit aufgeschrieben? Nee. Ach, du fährst erstmal mit, ne? Ja, genau. Okay. Bin doch voll dabei. Vom Willi die Nummer brauche ich. Okay. Fünf, fünf, fünf. Ja. Sieben, fünf, sechs, neun, null, neun, acht. Hallo, wer ruft mich an? Hallo, hier ist Downtown Cap Taxi. Wie kann ich Ihnen helfen? Hey, Dodo Cap Taxi, ich brauche den Augenblick. Super, super. Taxi zum Polizeipräsidium. That's a job. Okay, ein Taxi zum Polizeipräsidium. Express Lieferung. Express Lieferung. Okay, wir sind in einer Minute da. Ja, hoffe ich, wirklich. Okay, bis gleich. Super. Express Lieferung, Taxi am PD, let's go. Soll ich dir einen Schlüssel bringen? Schnell. Oh, ich bin nervös, ich bin nervös. Ich wollte ihn erst anmeckern, weil ich die Nummer nicht kannte. Aber ich habe Leitstelle. Ich bin ja gut an. Bist du nicht gut drauf heute? Doch, ich bin gut drauf. Aber du bist müde, ne? Ich bin mit den Gedanken gefangen. Ja, wir fahren mit dem Bus, oder nicht? Hab rein, viel Spaß euch. Tschüss. Tschö, Knicker. Haben wir mit dem Bus, oder was? Hier. Kommt. Doch nicht. Ronny, fährst du da mit? Eine muss einfallen. Okay. Machen wir. Tschüss, wir lieben Tom, bis gleich. Ja. Ich glaube, das ist der Kunde. Vielleicht auch nicht. Ihr Taxi ist da. Steigen wir ein. Okay, ich muss unbedingt zu dem Blauen. Wohin? Blau, blau. Ich muss zu Leuten, die blau angezogen sind. So Leute, die blau angezogen sind. Schlümpfe, die wohnen im Wald. Ja, dann auf zum Wald. Leute, die blau angezogen sind. Blau, blaue Hosen. So blau-lila, so irgendwie, in der Art. Gangsters? Ja, ja, genau. Ah, Mama. Ähm, Ronny, weißt du, wo die wohnen? Gangsters? Ja. Ich kann es denn eintragen. Welche Farbe haben die? Blau-lila. Ja, so, blau-lila. Blau-lila? Wir können mal fahren gehen. So eine Art Aktiv. Ähm, okay. Das ist bestimmt unten irgendwo, ne? Ich weiß, also, blau-lila, ja, könnte ja da sein. Hey. Ja. Hey, komm mal her. Weißt du, wo blau-lila Leute wohnen? Blau-lila Leute, weißt du, wo die wohnen? Blau-lila. Ja. Feiner, ne? Du bist noch feiner. Sagt mir jetzt grad nix. Ja, okay. Dank trotz. Ja, das ist an der Ecke meinem Bauhaus. An der Ecke beim Bauhaus. Bitte, bitte so schnell. So, wo geht's hin? Anschneiden, bitte. Beruhig. Das sind übrigens zwei Kilometer. Nee, drei sind's. Schnell, schnell, schnell. Ab 2,01 Rücken. Hallo, wenn ich schnell fahren soll, dann kostet das ein bisschen extra. Wie viel, wie viel? Ja, ein bisschen. Das sagen wir Ihnen gleich. Viel. Bitte anschneiden. Ich bin angeschnallt. Alle anschneiden. Alle anschneiden. Déjà-vu. Also unten, weil die Nase zahlen, ne? Weil es ist das für die Musik. Das ist Speed, 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 Speed. Speed. Speed, 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 Speed. Ja, haha. Schnell, schnell. Speedbox. Oh yeah. Wow, ich liebe Speedbox. Bitte jetzt die Schutzwesten anziehen. Ich kann ganz nass fressen. Oh, macht euch auf den Schleudersitz bereit. Oh, nicht schade, ich komme ins Grabe und bin stolz. Hier irgendwo pinseln? Ähm, ja, nur ein bisschen geradeaus und dann die Nase rechts. Rechts. Hier. Die da? Oh, die sehen so lila aus. Hallo, längstisch. Hallo? Hallo? Hier ist ein Opa, der will zu euch. Opa, steig aus. Der will zu euch. Hallo? Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Und bitte nicht von rechts pushen. Opa, steig aus. Ne, wir bauen uns nicht breit. Opa, du wolltest hier hin. Willi? Was ist mit dem? Grüß Gott. Bei den Gangsters sind wir. Ist der irgendwie schick? Was ist mit dem Opa? Blau mit Lila. Wir haben doch blau Lila. Kennt ihr diesen Opa? Am Bauhaus. Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay. Der wollte Expresslieferung bei. Was ist denn jetzt mit dem Typ? Steig aus, sonst verkloppen dich die Leute hier. Ich rufe jetzt die Polizei. Mir reicht das. Ja, und was will der Opa von uns? Der hat nur gesagt, dass der schnell hier hin will. Ja, für viel Geld hat er gesagt. Genau. Okay. Hat er euch schon bezahlt mit viel Geld? Nein, noch nicht. Nee, wollt ihr für ihn bezahlen? Nee. Nee. Hallo? Lass es sein, sonst gib ich mir doch Finger. Ja, ich wollte mal kurz reinschauen. Opa, hier wolltest du hin, oder? Ja, aber ich glaube, das ist ein Pfeil, das ist ein dunkles Blau. Das ist blau Lila, du steigst jetzt aus. Ja, aber so dunkles Blau. Wie dunkles Blau? Irgendein dunkles Blau. Ja, wer trägt nur noch Blau Lila? Mann, lern wissen, wo du hin willst, du altes Sack. Ich glaube, der treibt euch überall in die Stadt rum und irgendwann schallt er einfach gar nicht. Oh, ich hausse den Job jetzt schon. Du steigst jetzt hier aus, sonst hau ich dir die Dritten aus dem Maul. Was ist denn noch Blau Lila? Was ist mit dem? Wo ist er hin? Der muss bezahlen. Das ist bestimmt ein Hammergast. Das ist bestimmt ein Hammergast. Hat jemand gesehen, wo er hin ist? Nein, der ist eigentlich ins Gasse gerannt. Das war wie der Flash. Der will nicht zahlen. Ja, und die Händspinsel? Ich darf so, Moment. Komm, ich bin nicht schnell vorbereitet, Sir. Jungs, können wir das so machen? Was geht? Ihr müsst zahlen, wenn der kommt, haut er dem auf Fressbrett. Oha, Hallöchen. Ihr müsst zahlen und wenn der kommt, holt euch die Kohle bei dem wieder. Sonst werden wir gefeuert. Und wenn wir denn die Geld kriegen dadurch? Wenn er uns kein Geld gibt, was ist dann? Dann rufst du bei Hasepedda an. Ich komme jetzt raus. Ich mache die Rechnung der Runde. Ach, die Schutzwesternpinsel? Immer von rechts, immer von rechts. Einer von euch zeigt die Rechnung. Einer muss bezahlen. Hier, bitte. Wer bezahlen? Das ist kein Brettwerfer, das ist Laminat. Komm, wer will? So geschnitten ist Kantholz. Wer möchte bezahlen? Ich kau die PVC über den Rücken, Junge. Entschuldigung, wer würde denn bezahlen? Ja, komm, gib mir Rechnung, mir egal. Jalla. Ja, ja, leer. Nach wann vier Kilometer bin ich. Danke, Sir. Ah, bitte. Mach's gut. Ja, ist doch scheißegal, Junge. Lass ihn bluten. Außer ziehen ab. Oh. Ja, ich mache auf. Warte. Danke, Sir. Okay. Warte, Twinkie, willst du noch ein Foto machen? Die stehen gerade so in der Reihe. Oh ja. Ich stelle dich zu dir nach. Ob du hier Bargeld dabei? Nein. Raus aus dem Taxi. Bye, have a great time. Oh. Das ist der Opa. Oh. Fahr weg. Fahr weg, die Schöne. So wie ich schon bezahle. Okay, der hat schon bezahlt. Er steht da weg. Oh, oh. Oh, ist das blau, lila. Oh, oh. Dürfen wir hier rein? Ja. Bitte nicht schießen, wir sind nur Taxifahrer. Bitte nicht knattern. Ich socke, fahr weiter. Bye. Danke. Boah, hier muss man echt Angst haben. Okay, fahr zum Geld. Den Opa sehen wir nie wieder. Wohin soll man fahren? Fahr ein bisschen. Wohin? Der wird jetzt einfach zusammengeschlagen. Der wird nie wieder glücklich. Weißt du, was das Schlimmste ist? Der müsste 1.210 bezahlen. Ich habe die Rechnung für 3.000. Die machen den jetzt nackig. Gibt uns unsere 3.000 Dollar zurück. Fahr mal zu einem Ding, ich gebe euch den Anteil. Nein, schreib das auf, du zahlst uns später irgendwann aus. Okay, okay. Wo fahren wir hin? Fahr mal zum Taxi zu Willi. Wo ist denn der? Oben beim Casino. Da ist der Willi. Also nach Hause zum Taxi am. Wir können sagen, wir haben es geschafft, den ersten Kunden, den wir hatten, umzubringen. Oh, scheiße. Mein Herz. So ein Sonntagsfahrer. Oh, Mann. Requesca den Patsche. Da ist Ruhenfrieden. Kannst du diesen Ofer? Nein. Warte. Und jetzt werde ich ihn auch nie wieder kennenlernen. Hey, Lutscher, brauch den Taxi? Für Lutscher, Mann. Wie? Ja, du siehst das zum Anlecken aus. Nee, alles haben wir hier. Braucht den Taxi? Nee, nee. Können die uns Trinklern geben? Brauchst du ein Taxi? Alles gut. Können die Tröschchen beschalen? Die haben ein geiles Auto. Ja. Brauchst du ein Taxi? Ja. Nee, nicht du. Ich habe eins. Ihr wollt die Trinklern haben? Ja. Boah, geht die Finger weg vom... Ja, das ist ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Hilfe! Hilfe! Überfall! Oh. Also braucht ihr kein Taxi? Hey, woher mein Taxi? Du wirst du? Du wirst? Dann hör auf, an der Straße rumzustehen und den Finger rauszuhalten. Luther! Oh Gott. Die Kuline ist halt da. Womit will hin? Ey, Taxi. Zum Taxi. Mhm. Aber ihr zu rechts. Das waren wieder solche Asezahlen, ne? Ja, weiß ja. Also Foto? Haben wir Foto gemacht? Oh, scheiße. Oh, guck mal. Ein Mini-Katze. Das ist Marley. Marley? Hallo, Marley. Wo sollen wir rein? Sollen wir reinfahren? Äh, du kannst ja vor Parken. Das, Tommy. Kann ich auch hier parken? Ja. Hey, Marley, komm von der Straße runter. Wir haben unseren ersten Kunde gehabt. Ja, der ist jetzt tot. So kann man nicht auf der Straße laufen. Wo ist Tommy? Der ist halt sehr wahrscheinlich tot. Ja. Äh, oben war gut? Ja. Ja, siehste. Wir haben so'n Opa in den Skeletor gefahren. Und die Asezahlen haben seine Rechnung bezahlt. Ehrlich? Ja. Ja. Weil der ist weggerannt und als der wiederkam, holen die sich jetzt das Geld von dem wieder. Ui. Aber ich hab auf die Summe, die er bezahlen musste, äh, 200% drauf gemacht. Okay. Das heißt, da wird jetzt gekillt. Was musste der denn jetzt bezahlen? 3000. Aber eigentlich nur 1200. Aber 100%. Sag mal, wir haben einen Bus fahren. Wo ist denn Toni, sag mal? Hä? Mach doch mal. Mach doch mal. Ah. Toni. Soll ich das tanke sie denn parken? Aber im Busch ist halt... Gehst du rein? Sag mal, gehst du in das Fahrzeugmenü? Gehst du in das Ding und sagst, sie soll das einparken. Was ist denn ein Fahrzeugmenü? Ich glaub, bei dir klickt das richtig, Junge. Hä? Wie? Fahrzeugmenü. Machst du in das Fahrzeug? Hä? Klar. Du meinst, man geht zum Jeremiah rein und sagt, er soll das vernünftig parken. Und nicht Fahrzeugmenü, du Knallkopf. Du musst halt mal gucken, welche Nummer das Ding da hat. Ja, wie nennt man das denn? Ja, komm mal rein. Komm mal rein, da ist doch ein Computer drin. Und was ist das Computerdingen da? Ja, aber wenn du da drauf guckst, pack das Fahrzeug nicht ein. Ja, aber ist doch kein Katalog, oder? Was? Das ist der Bob Marley? Ja. Kann man ihn essen? Marley? Oh, kann ich auch. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Da, da, dong, dong, dong. Ich kann nicht mehr. Geschwerte Seitenstiche. Puh. Und wann kommt der neue Kunde? Der nächste? Äh, hast du die Leitstelle? Ich hab die Leitstelle. Downtown Cap Taxi, wie kann man ihm helfen? Hast du jetzt einen Kunden am Telefon, oder? Nee. Also, du übst schon mal, okay. Ja, du musst jetzt warten, bis der Nächster anruft, ne? Ja, wollen wir uns zu lange die Bank ausrauben, oder so? Ja, auf geht's. Wir können nicht. Wir können nicht. Wieso? Wir können doch die Bank im Taxi ausrauben. Wir haben können nur abschließen. Ja, und der Mali ist der Wachhund, ne? Ja. Der hat den Rest. Der kann doch nicht. Was wollt ihr ausrauben? Die Bank im Taxi. Die Bank, und dann schliefen wir ab und gehen hinterher rein. Ja. Ach, du willst den Geldautomaten sprengen? Ja. Bist du bescheuert? Warum? Das macht man nicht. Merkt doch keiner. Merkt wohl. Okay, I'm sorry. Ich wäre jetzt dafür, wir fahren jetzt mal mit zwei Taxen zum Würfelpark und gehen mal ein Stück Kuchen essen. Ja. Ich bin voll der Bus. Okay. Oder fahren wir mit dem Bus? Ne, zwei Taxen. Zwei Taxen. Der Bus schreckt auf Leute ab. Der Bus schreckt auf Leute ab. Laberst jetzt alles nach, oder was? Laberst jetzt alles nach, oder was? Komm, ich mach die Tür auf. Du Wichter. Komm, es auf. Au. Frau Schlenker. Twinkie. Ne, jetzt sitze ich vorne. Ne, ich glaube, ich sitze vorne. Ich glaube nicht. Oh, warte, warte, warte. Telefon. Mami, hallo. Downtown Camp Taxi Peanut am Apparat. Ja, guten Tag, ich brauche ein Taxi. Ja, wo sind Sie denn? Park House 11. Park House 11? Ja, mirro Park. Okay, in einer Minute ist jemand da. Wunderbar, danke. Hey, das ist gar nicht weit. Aber, aber wir haben keinen Platz. Oh, stimmt. Wir können doch weiter telefonieren, einfach. Achso, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich habe einen Gag verpasst. Ich komme mit dem Fahrzeugmenü nicht klar. Ja, guck mal, guck doch mal da. Wir müssen, hallo, wir haben Kunden. Ja, aber wir haben keinen Platz. Park House 11, Willi. Ja, sollen wir den fahren? Ja, komm, wir fahren zusammen hin. Okay, los. Park House 11 hier im Miro Park. Okay, los. Okay, los. Okay, los. Weißt du, wo das ist? Wir rechnen den einfach trotzdem ab, oder? Also ich und dann teile ich mit euch. Jawohl, wir fahren ja mit, ne? Ja. Der wundert sich jetzt, warum zwei Taxis kommen. Wir sagen einfach, der hat zwei bestellen. Dann holen wir das Geld wieder. Mali, hör auf. Mali. Oh, schon wieder ein Taktanruf. Oh, oh. Downtown Cap Taxi, Pinard am Apparat. Hallo, Herr, Herr Pinard. Hallo. Ich brauche ganz schnell, ganz, ganz schnell ein Taxi beim LSPD. Ah, mein LSPD. Ich muss zu dem Blauen. Ja, ich muss zu dem Blauen den einen auf die Schnauze geben, damit ich einen Job beim PD kriege. Ja, okay. Ja, mal, ich brauche den Job. Okay, bis gleich. Ja. Der Opa hat angerufen. Der ist der PD, der will wieder zu dem Blauen, um nicht auf die Schnauze zu hauen. Warte, die müssen den Hund... Das ist doch Dankstelle. Der Kunde... Willi, ihr müsst den Hund mitnehmen, wir haben einen Kunde. Noch einen? Ja. Okay, dann haben wir den hier. Ja, aber den Hund, der Hund ist mit. Kuh nach den Hunden mit. Ja, Mali, kommst du rüber? Warte, ich mach... Tüff. Gott, der arme alte Mann. Ja, Mali, du musst raus. Jappe. Fein. Feine Mali. Okay, der Opa macht ihn auf. Oh Gott. Alles speedy. Ach, hier ist mein Hustenbombung in Rauchendrücken. Oben. Was war das denn? Ein fetter Schluck. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Fuck are you. Warte mal, wo ist nur Willi? Willi. Hallo? Haben Sie das Taxi? Ja. Wo warten Sie? Willi, du hast deinen Kunde verloren. Ah, ihr habt den Kunde. Der ist bei uns drin. Ja, wo ist denn der andere jetzt? Wo war der andere? Am PD, am PD. Okay. Okay, dann nimmt ihr den. Hallo, der Herr, wohin wollen Sie? Oh, das ist eine Decke, von der ich den Bauch gestreckt habe. Ja. Geil. Oh, schon wieder Telefon verwitschen. Moment. Weißt du, wie anstrengend Taxi fahren ist? Jetzt merkst du es. Downtown Cap Taxi Pinall am Apparat. Ja, hallo. Ja. Wann sind Sie? Verein Sie sich bitte. Ja, das Taxi ist schon unterwegs. In zwei Sekunden ist es da. Ah. Ja, sind Sie da drin? Nein, das ist der Willi, der fährt. Hallo. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, danke, Herr Pinall. Ja, kein Problem. Tschüss. Ja, tschüss. So. Wo willst du hin, du Flachwächser? Zum Würfelpark. Zum Würfelpark. Oh, das wird teuer. Moment, da muss ich hier auf Dings, hier auf Ostert. Das kann ich mit Essen bezahlen. Das sind drei Kilometer. Drei Kilometer. 1210, bitte. Ja. Willst du noch Trinkgeld dazu geben? Ja, 300 Dollar gebe ich Trinkgeld. Also, sag mal, 2000. 2000. Ja, machen wir 2000. Ihr seid richtig arme Schweine, seid ihr. Ja, können wir 3000... Oh, das ist der Puss. Was? Können wir 3000 machen? Schau, dann kann man das durch drei teilen. Sag mal, wird ein Elefant drin mit mir, oder was, du Sonntagsfahrer? Was soll das hier? Ach du Mund. Oh, der Hund. Oh mein Gott. Das ist... Wir kommen im Leben eines Taxifahrers. Mali, runter von der Straße. Mali. Lauf zum Würfelpark. Wir sammeln dich dann ein. Boah, hätte ich jetzt einen Bullenfänger, ne? Willi. Nein. Ha, gedribbelt. Oh je. Also, einmal zum Würfelpark. Schnell oder langsamer? Immer mit der Ruhe, ne? Okay. Einige, Montag. Ja, weißt du, entweder ruft nie eine an, oder es geht runter und drüber so. Immer wieder. Also, bist du im Würfelpark oder hinten? Parkhaus. Parkhaus. Also, dass ihr links? Ja, genau. Genau. Versteigen, widersprechen die Schallmauer. Perfekt. So. Wir sind da. Mach deinen 3000, bitte, Sir. Ich hoffe, heute Spaß gemacht. Bitte lassen Sie die Tür dran. Ja. Hier. Nochmal, bitte. Ja, nochmal. Äh, sie sind nicht mehr da. Warte mal, warum ist unser Licht kaputt? Warum ist unser Licht kaputt? Danke schön. Danke auch. Mach's gut. Bye-bye. Das Licht ist kaputt von, oder? Nein, das leuchtet. Das leuchtet doch. Okay. Oh Mann. Ich halte ihm eine Tagsmark hin und er ist nicht mehr da. Tschösch, den Tag noch. Nicht mehr da. Hat er gezahlt? 3000. Können wir mal wieder teilen. Okay, schreib auf. Ich glaube, wir müssen Willi beschützen. Er ist wieder zu dem Blauen. Mein Ziel. Ah, warte, wir haben den Hund vergessen. Ah, stimmt. Oh Gott. Taxis. Wow. Ich hatte Fahrfahrt. Ich bin. Wir haben da keine Skrupel. Ich hab gesagt, du sollst aufhören damit. Wurde aufhören. You dick. Genau, you dick. Wo ist der Hund? Der Hund. Ist bestimmt schon da. Ich dachte, er ist auf der Schnellstrafe. Bestimmt. Ruf den mal an. Und dann vibriert sein Halsband und dann, was denkst du? Ja, aber nur, wenn man Geld donatet. Langpust, langpust. Wo ist Marley? Vielleicht ist er tot. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er auch neue Freunde gefunden. Der ist jetzt in dem Auto, was wir weggerammt haben. Warum habt ihr keine Funkgeräte? Wäre doch viel besser zu kommunizieren. Ja, dürfen wir nicht oder so. Das ist ja voll scheiße. Das ist der Opa. Das ist der Opa. Hi Opa, brauchst du ein Taxi? Ist das dein scheiß Ernst? Was denn? Du steigst nicht ein auf ihn. Oh Mann. Was macht ihr mit dem Opa? Ich kann sie langsam nicht mehr machen. Beide tun weh. Das schafft es schon noch. Los. Mann. Konnt der seine Rechnung nicht zahlen? Nee, dafür haben wir seine Klamotten genommen. Was macht ihr mit dem? Ja, der meinte, der will einen von uns hauen. Dann kriegt der einen Job als Polizist. Der alte Mann braucht Sport. Und da die Kopf gesagt haben, wir können den ruhig abstichen und wegwerfen, haben wir Spaß mit dem. Armer Opa. Alles nur, weil wir den beschissen haben. Was haben wir getan? Wir haben sein Leben zerstört. Wir haben nur dahin gefahren, als wird er über die Straße gegangen. Also ich glaube, das ist Schicksal irgendwie. Ich glaube schon an das Schicksal. Und ich glaube, dem musste all das passieren. Dem müssen wir kurz zeigen. Ich dachte mal, Willi. Was? Willi, komm mal schnell zum Würfelpark. Nein, im Krankenhaus. Also zum Krankenhaus, mach ganz schnell. Ja, vom Würfelpark aus Richtung Krankenhaus. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen die Polizei rufen, den Sheriff. Das dürfen die nicht. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Das ist aber nicht witzig. Hast du den Herrn nicht gehört? Die haben gesagt, das ist scheißegal, was die mit dir machen. Ja. Boah, die Stadt ist echt verrückt. Ja. Ich kann es euch sagen. Wenn du beim Taxi arbeitest, ist das hier normal. Kein Witz. So was passiert mir ständig. Das sind nicht die Leute, die das sehen, Alter. Keiner hat Zivilcourage und greift mal ein. Guck mal, da ist Willi. Habt ihr den da gerade abgesetzt bei den Blauen? Nein. Guck mal, was die mit dem machen. Den haben wir vorhin da hingefahren. Ach so. Jetzt sind wir über die Straße. Willi, das ist der, den wir beschissen haben. Der konnte die Rechnung nicht bezahlen. Ach so. Weil wir 200% drauf gemacht haben. Nein, ne? Doch. Bringt die den jetzt zum Sheriff? Seit wann läuft der eigentlich schon? Der läuft seit unten. Bei Jotter läuft es auch manchmal noch unten. Oh Gott. Oh mein Gott. Hecker. Baby, hab ich Bock zu kotzen. Und zwar mir in den Mund. Wer? Ihr in den Mund? Oh Gott. Ich würde gerne mir in den Mund kotzen. Mach das auch. Ach so. So. Ich will den mitnehmen. Wo wollt ihr mit dem hin? Der läuft bis zum PD. Armer Opa. Vielleicht braucht er ja dann ein Taxi. Okay, sollen wir uns einen Taxi stand stellen? Willi? Was denn? Sollen wir einen Taxi stand? Wo denn? Ja, am Park? Am Würfelpark? Ja. Wollt ihr einen Kuchen essen da? Ja, wenn er noch auf hat. Äh, können wir gerne machen. Wollt ihr nicht gucken, wie der zu Ende läuft hier den Marathon? Ja, können wir auch machen. Jawoll. Ich bin gespannt, was die Polizei sagt. Und scheinen die Scheiße drauf. Hast du doch gehört? Die haben gesagt, die Polizei hat gesagt, die können mit dem machen, was sie wollen. Aber jetzt ist er gleich wieder bei der Polizei. Dann kann er ein Taxi rufen. Kann er doch ihn nicht bezahlen. Das stimmt. Ich brauche gleich ein Taxi. Das hier wird ein potenzieller Kunde. Krassester Konvoi ever. Ja, kurde Schuhrzeit. Taxi Gang. Ja. Und jetzt? Jetzt weinen dann da. Jetzt warten wir, bis er ein Taxi braucht. Jetzt ruf den Taxi, pass auf. Der rufst 100% ein Taxi. Der kann doch ekeil bezahlen. Fahrt hier. Da muss der Gangster wieder beschallen. Wir fahren dann einfach wieder in den Schiffen. Dass der Sheriff nichts macht dagegen, ne? Wo sind wir hier? Traurige Welt. Guck mal. Meinst du, da kommt jetzt ein Polizist raus? Ja, aber nicht. Absolutes Chaos hier in der Stadt. Oder, Twinkie? Ach, die pennt auf dem Rückseite. Du sagst es. Guck mal. Den Taxi haben wir in der Ecke wie Hube eingebaut. So, ab zum Kuchen essen. Ja, der ruft eh an. Der ruft auch gleich an. Ja. Dann werden wir uns in den Kuchen reinschieben. Wer zuletzt da ist, muss zahlen. Ramin weg. Okay. Der pusht links. Da auf den... Perfekt. Er ist da. Na klar. Wir waren zuerst hier. Der Tommy bezahlt. Twinkie, du hast die Tür nicht zugemacht. Oh, die ist zu. Ist das abgeschlossen? Ja. Okay. Und was meinst du? Könnt ihr euch das vorstellen? Na klar. Ich bin ein Stück näher. Jetzt sag nicht, der hat schon zugelassen. Aber... Was denn? Vielleicht arbeitet ihr ein bisschen anders als der Ronny. Wie meinst du das? Ja... Der Pinsel arbeitet doch gut. Ja, weniger Kunden bescheißen eventuell mal. Oder gar keine bescheißen. Was denn? Haben wir schnell. Was denn? Haben die noch auf? Ach so, ähm... Peanut? Ja. Gib mir mal deine Nummer, dann kann ich die auch nachher ins Dokument eintragen. Ja. Damit die Kollegen dich anrufen können. Ja. Aber ich brauch noch deine. Ich hab die noch zur Hälfte. 5, 5, 5, 7, 5, 6, 9. Äh... Okay, lass dir die mal. 5, 5, 5, 5... Ja, der Tommy wird mir die geben. 7, 5, 6, 9, 0, 9, 8. Okay, ich lass mal die Schellen. Ja, du kriegst gleich eine Schelle. Du kriegst gleich eine Schelle. Das. Da. Da. Nein, ich hab die Live-Stelle nicht. Wir müssen schnell zu Kodis. Die haben nur 10 Minuten offen. Aber wolltest du da was essen gehen? Ja, hier ist Schuh. Boah, irgendwie müsste ich vielleicht auch nochmal aufs Klo. Oder wir fahren zur Barbecue-Lodge. Aber das fehlt so weit, dass du Spritverbrauch. Ja, außerdem gibt's ja nur Schweine. Ja, komm, wir fahren da hin. Machen wir da Taxi-Stand. Wo? Wo wollt ihr Taxi-Stand machen? Bei diesen Börgeleinen. Ja, komm, wir fahren noch. Der hat noch 10 Minuten aus. Boah, Liebchen, wir schaffen das. Los. Amen. Oh, wer war hier? Kommt. Wir haben Mali verloren. Aber das ist doch schon lang. Komm, Twinkie. Oh. Oh. Und dafür, dass ich noch nie Auto gefahren bin, habe ich gestern viel gelernt. Ja. 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 Wo war das nochmal? Links hin. Das ging bei mir auch auf einmal ganz schnell. Als ich dann beim Taxi gearbeitet habe und alle zwei Minuten der Telefon gebimmelt habe, da war ich auf einmal auch guter. Im Fun. Ich habe eine neue Nummer, eine neue Nummer. Wo war das nochmal? Dings. Ah. Vor allem war hier durch die Assi-Hütte. Hier leben die Assis. Hier leben die Assis. Der Schankie-Park. Ich bin nicht so aus, als würden da welche leben, als die Junkies. Aber die singen ganz schnell. Manche. Bewegt. Könnte ich nochmal euere Toilette benutzen? Blutgrätsche. Hallo. Wenn ihr was bestellen wollt, geht einfach rein. Oh, ich muss aufs Klo. Ganz dringend muss ich aufs Klo. Du hast Toilettenverbot. Gar nicht. Sonst hast du Toilettenverbot. Gar nicht. Das will ich nicht sagen. Genau. Er ist weg. Er weiß schon. Deine Kunden. Oh, das meine ich. Da bin ich mein Twinkie. Oh Gott. Ja. Bitte schön. Klemmt die Fels? Oh. Was geht? Ja, hallo. Ich hätte gerne hier mal das Kodis-Menü. Hier mal das Kodis-Menü. Als Burger hätte ich bitte den doppelten CK-Burger. Ja, können wir ihn machen, ja. Ähm, dann als Getränk hätte ich mir Cola einfach nur. Cola-Line für die Figur. Dann hätte ich gerne dazu, ähm, Schokomuffin und Schokoschakes, bitte. Ja, chat, wo seid ihr? Ja, natürlich. Ja, bitte. Alle müde. Ja, geil, Alter. Mali, was willst du? Komm, wir machen mal Aktivitätscheck. Wer ist noch da? Nehmt euch mal ein Ticket-Check-Maschine. Ja, was denn los, Mali? Mali, du hast doch. Der will auch was essen. Ihr seid ja immer noch hier, Mann. Habt ihr den ganzen Laden leer gegessen? Ist doch was übrig? Habt ihr noch was übrig, ja? Halt abstand. Stopp, stopp. Ihr könnt den Rest der Woche zuschließen. Gib mir. Ey, nehm die Kamera weg. Was ist los mit dir? Ich bin sogar vier A-Soziale. Warte, warte, warte. Dann war die richtige Pose. Du musst richtig... Ey, komm schon. Ey, ey. Ich bin jetzt auf der Haustabone. Und ich hab das Gefühl, dass es hinter mir ist. Was ist denn da? Oh. Ich glaube, die machen Geräusche. Ey, aua. Die sind im Schlammerzug da draußen, kann das sein. Was sind das für die Hunden? Ja, fotografier die nochmal. Die sind im Schlammerzug. Ne, paar auf Fresse. Der Schlafer möchte ich in den Gästchen. Im Schlammerzug. Nein, Twinkies. Nein, mach das nicht. Das haben die nicht verdient. Bah. Oh, Brüche. Komm, setz dich zu mir. Aber nicht auf mich, bitte. Wir sind jetzt Kollegen. Ja. Hi, Kollege. Hätt dich ruhig auf meinen Schoß, Twinkie. Oh. Oh mein Gott. Oh, okay. Tschüss, da bin ich. Was ist dir? Cool ist... Emanuel. Das ist mein Freund. Okay. Was ist das denn hier für welche? Guck mal. Das ist der Willi. Nein, draußen. Ach, das sind die Toten. Das sind die vom Jangi-Bar-Kausch. Ach, ma'am? Ja. Geh doch mal raus. Das machen die. Ja. Wanne? Ja? Du wolltest doch mal Holzbegleifer werden, oder? Ja. Geh mal raus und sag, du hättest super Bretter. Komm, Pinsel, wir gehen in die Ansage machen. Ja. Ja, okay. Dann werde ich mitkriegen, ja. Was sagen wir denen? Auf Fresser. Ja, sowas wie... Wir sind die Taxi-Machia. Willkommen bei McDonalds zur Überstellung, bitte? Oder welche Ansage? Weiß noch nicht. Überleg mir was, bis wir da sind. Willkommen bei McDonalds. Welche Sack? Nee, sag nicht. Was? Ich sag das nicht. Oh nein, der Hund ist ein Problem. Nein, der Hund kommt nicht. Habt ihr ein Problem, oder was? Marley, nicht beißen, nicht beißen, Marley. Mach dich weg, Hund. Fahrt. Hör auf, der soll nicht beißen. Sie leine. Ich schieß auf Hunde. Sie leine. Hat er einen Sprachredner? Ich hab Angst, Son. Der hat ein Schlangensyndrom. Marley, komm hier. Geh weg von Asis. Geh weg, die sind bach. Da holst du dir noch irgendwas, wenn du die beißt. Ja, das heißt Ripper. Wenn ihr einen Paus zur Presse wollt, dann sagt Bescheid. Ich hab den Pinsel dabei. Der kloppt euch zu muß. Oh ja, das macht er. Du fuhst raus hier. Wo raus? Raus mit dem... Das ist den Marley in Ruhe. Der ätzigen Flohschleuder... Flohschloh. Komm, Marley, weg von Asis. Na ja, Sprachfehler. Ja, du auch. Na ja, gar nicht. Du hast so eine Art der Wand geschau gesetzt. Marley, das ist ein schönen Liebser. Du hast Pflaster auf Auge dafür gehabt. Ich hab Pflaster auf Auge. Hä? Du hast eine Fahrradfelge in der Fresse. Du hast es nicht geschafft, Hade durchzusocken. Ihr wisst nicht, wer euer Vater ist. Das stimmt. Meine Mutter war eine Hure. Mic drop. Komm, Marley. Hast du gehört, was deine Mama gesagt hat? Was hat der? Was hat der gesagt? Dann frag ihn doch mal. Was hast du gesagt? Meine Mutter war eine Prostituierte. Na und? Der hat mir nichts Geld nach Hause gebracht und essen. Ja, sexworking is not a crime, bitch. Du musst es an deinem Schwanz von deinem Vater lutschen. Ich kenn den gar nicht, du Wichser. Ich hatte Hot Dogs zu essen und Pizza. Wer hat dir immer... Rein die Klappe. Schmutz. Bleibt Schmutz. Scheiße, ich kann nicht mehr. Oh Mann. Immer schön weg von Nazis. Da haben wir mal hochgepokert, hätte ich mich mit denen klopfen müssen wir schon. Wo geht Twinkie hin? Ich glaube, die hat einsam gegessen. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dich schocken? Das wollten wir nicht. Wir haben gedacht, du bestellst noch... Ha, die Schnucki! Ne, komm, das ist einfach nur asozial. Was denn? Ich hab mich einfach allein gelassen. Nein, du warst doch nur am Bestellen. Du warst doch am Bestellen. Ich war auch fertig. Ach so. Wir wollten mit der Asis uns prügeln. Nein, nein, nein. Ach Gott, nee, 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 nee. Komm her. Nee, nee. Komm schon. Oh. Scheiße. Nur weißt, ich kann dir nie böse sein. Ja. Ja. Wir wollten nur repräsentieren, dass jetzt die Maff, die Taxi-Maffe hier im Start ist und was er angert. Ähm. Ähm. Spinkie. Ja. Gib mir nochmal bitte deine Nummer. Ja, meine Nummer. Frage ich dich auch mal da ein. Ja, meine Nummer ist die 394. Ja. 555, 394. 6, 3. 6, 3. Manni, was ist? Ist alles okay. 555, 394, 6, 3. Ja, und das wäre dann die 5, 7. Okay. Ja. Ja, aber jetzt ist er kaputt. Oh, da ist man einmal außer Atem wegen den Zahlen. Ich hab nur geklatscht. Oh, da ruf mich mehr an. Was geht, was geht? Ich war ganz konkret. Ich hab dir am Wochenende den Kopf verdreht. Was hast du, meine Torte? Oh, warte. Thomas, bist du es? Das ist doch, geht das doch nicht. Thomas, hallo? Ich hab auch vieles. Das war ich. Ach so. Du bist... Oh, ne, ne andere... Twinkie ist Mila. Hallo, hier ist der Tommy. Ja, hi Tommy. Wie geht's hier stets? Jetzt kann man Telefonzeig machen. Ja, heute ist schlecht. Mein Mann ist da. Oh, die blöde Kuh. Na, nur zu, wenn ich zuhören darf. Eigentlich bräuchte die... Also, eigentlich müsste die eine schöne Stimme haben. Die hat eine schöne Stimme. Ja, die hat eine engelsgleiche Stimme, das stimmt. Komm, mach nochmal unseren Brumpfschrei, Twinkie. Ja, genau. Du Scheiß. Ihr fein, Marli. Beruh dich, Marli, beruh dich. Marli, helfst du. Er war ganz frucht. Ich glaube, ich... Toll, was habt ihr da angestellt? Ich glaube, ich hab den Mundgeil gemacht. Ich bin mir leid. Ich glaube, der hat einen Brumpfschrei gehört und ihn akzeptiert. Ja, Marli, auf den Schock erstmal eine Blutwurst. Oh, scheiße. Ja. Hey, komm, 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 Blutwurst weg. Tag, die Downtown Campina, dann mal parat. Ja, schönen guten Abend, Appen, mein Name. Pass auf, Junge, ich bin gerade erst in der Stadt angekommen. Jawohl. Ich hab mal eine Frage an dich. Jawohl. Ich stehe hier beim Rockford Plaza, ja, an dieser Unterführung. Jawohl. Könnte mich da eventuell mal jemand abholen? Rockford Plaza? Genau. Boah, davon gibt es ganz viele. An welchem sind sie denn? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Warte mal, ich wüsste mal. Hier auf dieser Karte gucken, warte mal. Ja, auf dem Stadtplan. Ja, warte mal, ich gucke mal hier in dieser Handy-Navigation. Okay. Hallo, ich bin am Telefon, Moment, um. Okay. Okay. Was ist denn hier in der Nähe? Los Santos Custom Tunings ist hier in der Nähe. Ah, das ist in der Nähe vom Flughafen. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, das... Könntest du mich hier an der Straßenecke einsammeln? Ja, natürlich. Was würde mich das kosten, wenn ich fragen darf? Kommt drauf an, wo Sie hinwollen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich suche einen Kumpel. Man hat mir gesagt, der soll hier irgendwo arbeiten. Aber vielleicht... Und wo genau soll der arbeiten? Nee, der war früher Taxifahrer. Ich glaube, der ist wieder Taxifahrer. Der heißt Mike. Mike? Moment, ich frag mal nach. Weil ich bin auch Taxifahrer. Ey, vergisst du... Nein, ich muss das nachfragen. Ja, frag mal. Pinsel. Ja? Pinsel. Ey, Ronny? Komm mal bitte. Ja? Komm mal. Pinsel. Ich habe nichts genommen. Ähm, Taxifahrer Mike. Kennst du den? Ich... Wen? Taxifahrer Mike. Kennst du einen Mike, der Taxi fährt? Ein Wen? Ich... Ich habe hier jemanden am Telefon. Der ist dann in der Nähe vom Flughafen. Der braucht ein Taxi. Aber der möchte gerne zu seinem Freund Mike, der Taxifahrer. Es ist nur ein Kind. Was? Ich kenne meinen. Es gibt beim Taxiunternehmen keinen Mike. Der Herr... Ah, doch, doch. Er gibt jetzt keine Mike. Mehr Moment. Keine Mike Klemmer. Mike Klemmer. Warte mal, der ist auf dem Flughafen und... Was? Wissen Sie was? Wir kommen Sie erst mal abholen, okay? Äh. Warte mal. Ich bleib bei diesem Los Santos Kasten. Na genau, da komme ich jetzt in Sie abholen. Das wäre sehr aufträglich, vielen Dank. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Wiedersehen. Ja. Also jetzt hat es nichts gegen deine Figur, ne? Ja. Aber ich glaube, du hast ein bisschen Körperkraft. Ja. Wenn du beim nächsten Mal hier einen Asiaten siehst, ne? Asiaten. Donny Cheng, ne? Donny Cheng. Kannst du dem so einen Buddyslam geben? Nein, ich verletze keinen Leute. Aber ich gebe dir Geld dafür. Okay. Wir sind Pazifisten. Ja? Wir sind Pazifisten. Okay, anscheinend sind wir keine Pazifisten. Okay. Ich gebe euch Geld dafür, wenn ihr wollt. Donny Cheng, Asiate. Ja. Okay. Und der hat so eine helle, grelle Stimme. Wollt ihr das Geld im Voraus oder dahinter? Ja. Ja, gib her. Ja, im Voraus. Dann müssen wir zur Bank. Ja, aber ich habe erst einen Kunden. Ich muss Taxi fahren. Aber wir können doch eben schnell. Komm, wir gehen eben schnell. Du bezahlst mit Karte. Du bezahlst mit Karte. Okay, kann ich auch. Beim Pinsel. Wie viel kriegen wir? Wie viel ist euch das wert? Eine Million. 50.000. Eine Million nicht. 50.000. Okay. Was, wir kriegen 50.000? Nein, du musst verhandeln. 51.000. Okay. 51.000. Okay. Warte mal, die wollen nur verarschen. Wir machen 52.000. So funktioniert das nicht. 52.000. Okay, Deal. Schlag ein. Okay. Aber das kann man nicht so gut teilen. Deine Hand ist ganz flüssig. 70 finde ich ein bisschen zu happig. Dafür, dass du jemandem Body Scam mal geben kannst. Nee, wir haben eingeschlagen. 52.000. 52.000. Wir haben hart verhandelt. 52.000 durch 5 dann. Jeder, ja doch durch 5. Wir sind Willis auch. Okay, wer will beschallen? Und ihr müsst den Verbot für Kodis geben, weil der frisst euch sonst alles weg. Ja. Kodi-Verbot. Und Köln-Kal. Hier, 52.000. Ich muss mal kurz meine Hand bei deiner Jacke bischen. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Aber ich verlasse mich drauf. Und jetzt verpiss euch. Ja. Was sagst du mich? Kollege. Ich muss jemanden abholen. Anderen Ton. Okay, Opfer, kennst du die? Ja. Warum? Rotti, wir müssen dann aufteilen. Ehrlich? Oh. Äh, Donny, wo ist der Typ? Ähm, beim Los Santos Customs am Flughafen. Ach du Scheiße. Da fahren wir eben hin. Ich bin reich. Wie will ich das denn mache? Okay. Ja, okay. Was Abrechnung. Ich schreibe einfach ein, dass ich alles trinket. Ja, aber doch nicht nur für dich, du Penner. Ja doch, von dir. Wir teilen dich 5. Ich gebe schon, ich war wieder. Na, gib der gar nicht. Der lügt, der Penner. Na, dann verkloppen wir den, Tommy. So, wir gehen den jetzt verkloppen. Ich soll das kontrollieren. Nein, warte. Nein, wir haben einen Kunden. Wir haben einen Kunden. Komm, Willi. Also. Wir haben mit dem Taxi nachher. Kommt, zum Los... Unten am Flughafen zum Los Santos Customs. Okay. Ich wollte nur kurz anmelden. Ähm... Pinsel, wir teilen die Kohle, ne? Ja, ich verspreche. Aber verkloppt keinen. Schon. Oder willst du einfach verkloppen, Tobi? Wir sagen ja einfach Hammer, Hammerwicht. Ja, ich mein, müssen wir ihm ein Foto schicken, hat er ja jetzt nicht gesagt, ne? Na, eben. Wir sagen einfach, der Job ist erledigt. Wie sollen wir denn hier in Asiaten finden? Wie sollen wir denn hier in Asiaten finden? Hier leben über eine Million Menschen. Wie sollen wir denn hier in Asiaten finden? Wie sollen wir denn hier in Asiaten finden? Ja. Ich hab dann... Ich hab dann... Sollen wir den aufmischen? Okay. Nein. Aber wir sind eben Taxi-Mafia. Ja. Da unten wartet er irgendwo. Hat er nicht gesagt... Hast du nicht gesagt Flug... Flug... Nein, er hat gesagt, es ist hier. Hallo, hat jemand von euch das Taxi gerufen? Äh, nein, von uns. Nö. Hat keiner Taxi gerufen. Haben Sie vielleicht den Streuner hier gesehen? Nein. Okay, dann... Außer mich selber hab ich niemanden mehr gesehen. Wir müssen mal rumfahren. Der hat gesagt, er kommt hier hin. Bist du sicher? Ja. Hat er nicht gesehen was gesagt? Der ist am Plaza Hotel. Na, dann ist er rum hier. Ach, warte mal. Der hat gesagt, er ist in der Nähe vom Plaza Hotel Los Santos. Aber es gibt, glaube ich, in der Stadt noch eins, oder? Ja, das ist LSC, naja. Ja, dann müssen wir da hin. Dann hab ich falsch gesagt. Okay. Also, Doni Cheng, ein Asiate. Den müssen wir Ballyslam. Ja. Ne, haben wir schon. Haben wir schon. Ne, der... Hast du gehört? Der Willi soll das kontrollieren. Ja, der verfolgt uns jetzt wie so eine Kasselle. Der ist heller. Ja, Willi kann er früher... Wir sind Kollegen. Okay. Darf ich so schnell fahren? Juckt mich schon nicht. Okay. Beruhig dich. Ich fahr auch wieder in den Schein. Du dreckige Kaber. Ey. Ey. Oh mein Gott. Ey, nicht schlecht. Boah, ich hab den noch gefangen. Kennst du den Film Taxi Taxi Pinsel? Ja. Das ist mein, ähm, Idol. Kennst du den Film Baby Driver auch? Wir werden verfolgt. Warum kennst du den nicht? Welchen Film? Baby Driver. Kenn ich nicht. Ich kenn nur Baby Twinkie. Da ist er. Fein nieder. Gib die Bonus Gold. Hier der. Hallo. Äh, was sagst du? Hallo? Hallo, habe ich eben beide gesprochen. Ja, haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, ist nicht richtig. Ja, komm, steigen Sie mal ein. Ich steig mal ein, ja. Also, Sie suchen den Taxifacher Mike? Ja, ist richtig. Ja, Pinsen, sag nur mal. Ja, wie? Ja, der schläft. Wat is? Äh, der schläft? Ja, der schläft, da. Äh, das ist vielleicht ein Penner. Da will man den einmal besuchen. Wie heißt du? Äh, eins. Ach, Quatsch, ich weiß es. Ronny! Jeder von dir kriegt 5256 Dollar. Wieso jeder? Ich hör nichts. Schreibst du? Ja, was, ich schmeiß dich doch vom Stau. Das sind 50.000, wir sind mit fünf Leuten. Ja, jeder kriegt das, sonst schmeiß ich dich vom Stau. Ich schwöre dir, mein Geld kann ich nicht schmeißen. Ja, Ronny. Du wirst gekündigt. Oh, weier, Junge. Jetzt hast du aber Probleme. Was ist denn jetzt? Jeder kriegt etwas über 10.000. 10.200, ich hab da gerade ausgerechnet. Genau, Pinsel. Dann machen wir keinen Spaß mit. Also, ihr Freund, der ist beim Schlafen. Der ist nicht im Dienst. Ah, nee, nee, der muss auch von deinem Auto auftragen. Harry, wo musst du hin? Ich heiße Heinz. Ja. Wie heißt du? Ich nicht, wo musst du hin? Das ist der Pinsel und das ist Twinkle und ich bin Kino. Wenn der Mike nicht Spaß ist, dann muss ich mir ein Hotel suchen. Der braucht ein Hotel. Der Mike, der steht morgen bestimmt auf. An der Polizei im Hotel. Oder am Würfelpark gibt's ein paar. Ja, besser im Park, ne? Am besten irgendeine billige Absteige. Ja, ich kann nicht mal rechts. Wir wohnen auch im Hotel. Ist der junge Mann gerade eingereist oder? Ja, dann ist richtig. Ja, dann fährt er umsonst. Dann fahren Sie im Hotel. Oh, vielen Dank. Nicht dafür. Ja, ihr wisst, wo es hier ein Hotel ist. Ich bin da raus. Jo, leh ich mal zurück. Mach mal entspannt. Äh, war ich. Wie alt bist du? Äh, inzwischen 59. Boah, sieht man die Hans, ja. Ich weiß, hör mal. Das sind tiefe Furchen des Lebens. Ja, ich dachte, sie sind ein bisschen älter. Oh mein Gott. Sekundenschlaf. Ach ja, was, Junge. Was machst du denn da? Ich hab von Süßigkeiten geträumt. Geil. Ich bin vorsichtig. Oh je, oh je, oh Gott. Das wird jeder mocken. Kommst du an die Fensterscheibe ran? Ja. Kommst du mal runter? Ja. Also Twinkie und ich. Twinkie ist meine Frau. Die sitzt neben mir. Ja, hallo. Wir sind auch momentan noch in einem Hotel. Ja. Und wir sind da. Was, 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 was hier? Wir sind irgendwo da hinten. Hör drücken an, ständig drauf, Junge. Nicht nur zu grünen Möwen. Sie sind Fahnie, Idioten. Sonntagsfahrer. Oha. Wir sind hier eingeschickt, weil Dreck gegenüber ist der Park. Und da sind immer viele nette Menschen und der Kuchenladen. Okay. Jungs, darf ich euch mal, und Mädels, darf ich euch noch was bitten? Ich bin ja nun gerade erst angekommen. Ach komm, ja, komm, wir unterhalten uns. Hör, ist das aus Köln oder was? Nee, ich komm aus Aachen. Das ist so die Ecke da. Ja. Ja. Der Printekorb. Komm raus, Alter, sag. Ja, ich hab da ein bisschen Probleme. Ich glaube, wir haben die Kindersicherung hier vergessen. Du musst dich abschneiden. Sie müssen sich schon abschneiden. Ja. Ich kenn das mit der Abschneidurte nicht. Wir hatten früher sowas nicht. Wieso sicher? Du musst feste am Türgriff ziehen, dass du ausschneiden kannst. Was sagst du? Feste. Feste am Türgriff ziehen, dass du ausschneiden kannst. Ich zieh so fest ich kann, hör mal. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf. Hast du denn angeschnallt oder nicht? Ich hab nicht angeschnallt. Mann, Heinz, muss ich das jetzt hier übernehmen, oder was? Ja, bitte doch. Warte mal, kannst du mal, ja, genau. Oh, 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 so will ich aber lange nicht. Das klemmt aber jeder direkt. Ich meine, du darfst nennst, du kriegst halt Geld. Geh mal schön jetzt zum Bankautomaten. Ja, warte mal. Hier vorne ist da einer direkt. Willi, du musst das mir ausbezahlen. Nein. Doch, du kriegst das ja ausbezahlt dann. Ich bin doch ja nicht angeschnallt, hör mal. Bist du nicht angeschnallt? Aber warum gibst du mir nicht den Lohn für den Tag? Okay, dann drück mal hier den Hebel. Wenn ich das noch nicht zusammenrechnen kann, ich kann nur das einsehen. Nee, das funktioniert auch nicht. Fickerhebel. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber dieser Fickerhebel, der klemmt. Ich sag dir, du hast du kindersicher. Fickerhebel. Fickerhebel. Also, Heinz, ich bin mir da nicht so sicher. Warte, ich guck mal, Fahrzeug. Mein Eif war drinnen sitzen, bleibst du. Wie wär's, wenn ihr von der anderen Seite einfach schiebt und ich versuche, rauszukommen? Ist er so fett oder was? Nein, das bin ich nicht, aber guck mal, hier, ich klemm hier. Ich schlugere uns, hör uns, Opa. Ich schmeiß dich raus. Ja, zieh den raus. Komm, Pinser, das kannst du. Ja, raus von dir. Super. Hast du? Ja, super, ich danke dir. Kein Problem, Sir. Hast du ja wehgetan? Ja. Nö, ach Quatsch. Ich bin alt, ich kann das ab. Ja, ich schmeiß schon. Schreck ja nicht meine Torte aus. Die gehört ganz allein hier. Ich hab meine eigene Torte. Ich hab die Ellie. Das ist aber nicht so hübsch wie meine. Ja, ja. Ich bin schon wirklich eine Perle der Natur. Bist du gerade erst mit dem Flieger gelandet, Heinz? Ja, gerade eben quasi. Und wie war der Flug? Anstrengend. Hast du auch am Flughafen deinen Autoführerschein bekommen? Warte, nee. Warte, Willi und Tommy haben das nicht mitbekommen, ne? Nee. Oh, es fängt an zu regnen. Komm, ich stelle uns hier unten. Also, wir müssen uns unterstellen. Da. Ich meine, ich bin zwar süß, aber nicht aus Zukunft. Nee, wir regnen es hier immer noch. Willi, Tommy, pass auf. Ich hab ja eigentlich keinen Führerschein. Ja. Und wir haben gestern halt geredet, die Pinsel, Twinkie und nicht so, dass ich erstmal eine Führerscheinprüfung machen muss, damit ich Taxifahrer werden kann. Okay. Und dann hab ich beim Sheriff angerufen und meinte so, ja, Sheriff, ich hab keinen Führerschein, wo kann man den machen? Und da sagt der Sheriff mit dem Telefon, sie haben am Flughafen aber einen Führerschein bekommen. Hat das nicht so wirklich, oder? Und ich guck so in mein Portemonnaie, ich greif so hinten an meine Tasche und hole mein Portemonnaie so raus und Tatsache, ich hab einen Führerschein. Oh, weil. Hab ich mich geärgert, dass ich nicht am Flughafen einen direkten Doktor-Tail bekommen hab? Der Doktor Dietl auch noch? Nee, hab ich mich drüber geärgert, dass ich keinen bekommen hab. Das wär witzig. Die haben mir einfach fünf Führerschein gegeben, obwohl ich vorher noch nie Auto gefahren bin. Ronny, hast du nicht irgendwie einen Doktor-Titel? Doktor Medik Nagasaki. Niki Knacki am Wacki? Was? Doktor Medik Nagasaki. Du bist kein Doktor. Naja, ich hab mich selbst verpasst. Willst du meine falsche Ausweise sehen? Nee. Okay. Die packe ich nicht an, was du da in der Hand hattest. Warum dich? Ist doch der Jung oder dich. Ja, manchmal sieht man den Pinsel aber mit seinem Taxi in den Büsch stehen und er drappelt im Karton da. Tung, 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 jo. Ey, Harry, gib mal deine Nummer, dann sag ich Mac Bescheid, wenn... Hä, warte mal, warte mal. Hans heißt der. Hä, ich heiß Heinz. Heinz, wie er kennt das? Harry, wie er kennt das? J oder Y. Hä, Heinz mit kleinem P. Okay, so. Warte mal. So ist ich hier, aber... Heinz mit kleinem P? Ja, warte mal. Der Mike stellt sich immer mit großem P, ich mit kleinem P vor. Und hinterher ist man enttäuscht, wenn man den auspackt. Warte mal, wann bist du eingereist? Hör, 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 hör. Vorhin erst. Wer ist gerade erst gelandet, hast du oder gehört? Hör, ich außer Altenstadt. Ach, auf Lakeside. Im Prinzip ist das mein bester Freund. Aber, da hat er geschrieben, dass der hier am Taxi arbeitet. Ja, ich hatte, also pass auf, ich bin eigentlich... Juck nicht, licht deine Nummer vor. Ach, ja. Lass mich doch aus. P, du Arsch, geil. Ja, tut mir leid, ich weiß schon viel. P, du Arsch. Sorry. Hör, immer auf die alten Männer. Da gibt es ja nicht. So, pass aus. Der Mike, der war bei uns. Der Taxi-Chef, ja. Beide schon. So, und als der gegangen ist, habe ich mir gedacht, irgendwann musste der hinterher fliegen. So, der sagte mir, der will losfliegen, Alpakas züchten. So, da bin ich nach Peru gedüst, hat der da überall gesucht. Scheiße, da habe ich den nicht gefunden. Hm. Du bist so asozial, ne? Du bist so asozial, dass ich Foto von dir mache. Ach, danke. Ich bin schon leid, Jenny. Von der ehemaligen Kollegin. Und dann bin ich hierhin geflogen. Ich weiß nicht, ob ich nass vom Regen bin oder am Schwitzen bin. Naja, ich glaube, du bist, aber das sieht ganz schön sexy aus. Das ist Kondenswasser. Downtown Cap, Peanut am Apparat. Ja, warte mal, warte mal. Ich muss ja hier mit dem... Hallo, ich wollte nur sagen, dann kenne ich dich doch mal an. Hallo, wo sind Sie denn? Ähm, bei dieser Autowerkstatt, die Abschleppis. Abschleppis? Ja, die sind da an dem alten Polizeirevier. Da hinter so. Alten Polizeirevier. Und die heißen Abschleppis? Ja, haben die auf jeden Fall gesagt zu mir, ja. Am alten Polizeirevier? Okay. Okay, ich komme hin. Ich glaube, das hieß früher Angels Customs oder so. Hieß das, glaube ich, früher. Ah. Ja, dann weiß ich, glaube ich, wo. Alles klar. Okay. Eine Minute. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Willi, kannst du mir meine Nummer geben? Willst du mir sagen, Twinkie? Ich würde ja gerne. Mach'n Spann. Ja, kann ich machen. Willi. Gib' dir meine Nummer. Okay. Twinkie fährt mal. Was war noch mal mit deinem Taxi? Da war noch die. Der fehlt eine Tür. Okay. Die Komma haben wir noch einen Ersatz. Und der Schild auf dem Dach ist weg und die Mundehaube. Also ich habe im GPS eingegeben, Twinkie. Oh, geht's, okay. Ich bin nicht gleich, ich hätte gedacht, steh unter. Komm, Twinkie, du schaffst das, konzentrier dich. Nicht lachen, Pinsel. Ich lach' nicht, ich find' ihn super. Die Twinkie gibt sich super für Mühe. Nein, wir fahren richtig. Wir müssen nach vorne hin. Wo denn? Nach Angels Custom. Ach so. Ja, dann ist's gut. Boah, guck mal, ich kann Gas geben. Oh, Bremsen. Oh, oh mein Gott. Da. Hä, der schon wieder? Oh Gott, der mit seiner Lampe. Er hat gedodged. Hast du ein Taxi gerufen? Ja. Da, du warst ja schon vorhin mitgefahren. Da musst du mein Auto wieder hier in die Werkstatt bringen. Ach so. Wo möchtest du denn hin? Äh, Parkhaus, äh, elf. Parkhaus, elf. Mirropark. Park, ach so, Mirropark. Okay, ich hab' ihm ein GPS eingegeben, Twinkie. Bitte anschneiden, okay? Twinkie fährt nen heißen Reifen. Oh. Die fährt heiße Kurven, ja. Ja, und die hat auch heiße Kurven. Ja. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Das wird schon. Das wird jetzt ein Erlebnis. Oh. Was soll denn so sein? Fahr schnell, bevor uns einer sieht. Ja, ja, ich mach schon. Haben Sie keinen Führerschein? Ähm, dort vom Flughafen. Den gab's doch im Flughafen, ne? Alter, ich meine auch bekommen, ja. Aber ich bin halt noch nie gefahren. Ja, okay. Das ist halt... Das ist mit dem Steuer. Das ist schwierig hier irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass der Bauch auch mehr lenkt als die Arme, oder? Ja. Nächstes Mal, wenn ich mit dem Flieger... Dann muss ich erst mal wieder gerade kriegen. Nächstes Mal, wenn ich im Flieger ankomme, sage ich, ich bin der Typ, der im Lotto gewonnen hatte. Oh, mein Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, je. Oh, ja. Ja, ja, haben wir schon. Oh mein Gott. Mach das irgendwie besser, Twinkie. Ja. Danke. 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 Das waren übrigens zwei Kilometer. Danke. So, wir haben es gleich. Oh mein Gott. Okay, okay. Mach dann 1.210, Lutz. Oh. Oh, ich glaube... Wir sind da. Ich glaube, das ist alles mit der Kiste. Oh, verdammt. Oh mein Gott. Hallo. Das hat wir getan. Also, ja, das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Das kostet dann aber extra viel. Das zahlst du. Ich glaube, das Ding ist im Arsch. Das zahlst du. Okay, 1.000 Schwein hat es stehen. Ich glaube, das ist... Oh mein Gott, guck. Oh mein Gott, guck. Nee, sag mal, es ist 1.000. Ich habe vorhin schon 3.000 bezahlt, jetzt langsamer. Ja, dann nochmal 3.000. Das ist 13.000, wir haben einen Motorschaden. Nein, dann haben wir 5.000. Okay, 2. Oh, Twinkie, das sieht nicht gut aus. Oh, mein Nacken, ey. Ja, mein Nacken, ey. Ja, mein Nacken, danke. Ja, bitte. Jetzt müsst ihr doch die abschleppen. Ja, ich glaube... Ja. Die Karre ist Geschichte. Die abschlepp ich, ich sag's euch. Guter Laden. Ich kenne nicht damit aus. Kriegt ihr ein Kofferraum aus? Ein Kofferraum aus? Ich meine die Mutter Haube. Ja, was? Oh. Ist auf. Nee. Also, warte. Nochmal. Warte. Ach, jetzt. Ach, ja. Okay, mach mal hier das Stäbchen dahin. Gut. Mhm. Oh mein Gott. Kannst du nochmal auf... Danke. Ja. Die Motor... Du hast die Motorhaube abgeschraubt, Junge. Was ist mit dir? Du sollst den Motor reparieren und dich die Teile nicht abschrauben. Also, das geht aber nicht auf meinen Kosten. Ich kenne mich nicht so gut aus. Pass auf, Junge. Ja. Aber ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Geh mal weg. Komm, Pinsel. Hau mal ab. Die... Papa, Peanut macht schon. Komm. Also, die schlechte... Hahahaha. Los, zu schab. Ja. Twinkie, pass auf. So, die brauchen wir eh nicht mehr. Mhm. Also, die gute ist, der Motor ist da. Die schlechte ist... Komm mal hier, nimm das Ding. Wir haben keine Ahnung. Oh. Guck mal hier. Da kann man doch bestimmt noch was retten. Ja. Oder meinst du nicht? Ich guck mal. Also, der Motor hat nix abbekommen. Das ist nur von... Also, wenigstens kamen wir schneller ins Parken, oder? Also, irgendwas Gutes hat es ja auch. Danke. Los, Pinsel. Der Motor hat nix abbekommen. Das ist nur die Frontstoßstange. Die ist total verbogen. Oh. 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 Wo hast denn sie jetzt die Motorhaube her? Das sieht doch aus wie neu. Hattest du die im Handschuhfach, oder was? Ja. Top, erst rein. Dann kann es ja weitergehen. Lass den Altschrott hier liegen für den Klimmets-Pit. Warte. Das kann jemand anders mitnehmen. Dann soll der Klimmets-Pit mitnehmen. Ich wollte eigentlich was abschenken. Und auf einmal war der Ding alles rein. Gib mal so Licht an. Oh ja, natürlich. Oh ja. Weil das Licht haben wir ja gerade repariert. Wir wollen jetzt zum Willi zurück, ne? Ich habe im GPS eingegeben, Twinkie. Aber fahr du erst mal. Fahr du erst mal. Fahr einfach irgendwo hin. Oh mein Gott, das war knapp, Alter. Ich schneide mich besser an. Danke. Nimm dir die Zeit, Twinkie. Du lernst das schon. Ja, 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 ja. Was ist das? So, das geht doch langsam, ne? Ich weiß nicht, ob wir ins Krankenhaus fahren sollten. Ein bisschen Nackenschmerzen habe ich schon. Aber nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich habe noch ein Wärmekissen zu Hause. Da können wir uns heute gut drauflegen. Okay. Danke. Das Kissen will ich sehen, wo wir uns beide drauflegen können. Oh Mann. Ich bin zu nass. Nur werden wir aufspucken. Upsi. Upsi. Das kriegen wir schon. Oh, jetzt stehen da auch noch Autos rum, ey. Jetzt müssen wir noch ein paar Koffelautos hin. Oh. Vorsicht. Oh, oh. Okay. Das wird schon. Ach, Gott. Was, Freaky? Komm schon, Alter. Oh, du Scheiße. Was, du hast geschafft? Ja. Ja. Ach, Mann. Die lernen das einpacken noch. Nein, Stück. Nein, Stück. Und jetzt nach links einschlagen. Und? Nach links. Und ganz leicht Gas gehen. Stopp, stopp, stopp. Okay, warte. Ja, passt so. Ich bin bei mir lebt. Ach, du heige Muttergottes. Nein, oh. Leander, gehen nicht zu leiden. Ach, mir ist so warm, ey. Mir ist so unverschämt warm. Oh, pass auf. Oh, pass. Bleib stehen, bleib stehen. Pass, 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 pass. Pass, du, kein Gas mehr geben, bitte. Pass, du, stehen bleiben. Oh mein Gott. Haben alle Angst? Die muss das doch auch lernen. Ja, aber das, ne. Wie, ne. Guck mal, das kann man nicht mehr lernen. Man, lass die Frauenruhe. Und wer ist denn Typ hier? Ich hab mir auch nicht zu mühge. Ich hab mir auch nicht zu mühge. Ich hab mich mal aufgeregt. Ich hab mir auch nicht zu mühge. Wo ist denn jetzt der Typ, der nur zum Handyladen gebracht ist? Oh, guck mal. Oh, da kommen die. Ah, Raun, ich wollte noch eure Taken. Ja, Mama ist zufrieden. Kann ich mir deine Nummer geben? Ja, sicher. Warte mal. So, warte mal. Boah, das ist halt am Regnen hier. Boah, ist das ein Dreckswerter. Wie war dein Name noch, Ulrich? Wer hat da bestellt? Irgendeiner, der seinen Teller nicht aufgegessen hat. Also auf jeden Fall nicht wir. Warte mal, pass auf. Ulrich. Föhn, föhn, föhn. Komm her, Twinkie, du wirst ganz nass. Ja, ach. Das ist auch nicht verkehrt, oder? Ja, klar, nicht, wenn die feucht wird. Komm her, mein Hasipuls. Ja. Füns doch geil, wenn die feucht wird, oder? Hör mal, misch dich nicht in unseren sexuellen Interaktionen ein, Tommy. Genau. Ja, da muss ich ja rangehen. Komm, du dir mal lieber wieder Jana S an, auf VHS. Das bin ich gar nicht, aber der Winnie bestimmt. Und der steht auf die Dicke, mein Fick. Hallo. Ja. Hä? Was soll das? Kennst du nicht? Ah. Lieber bitterlich als bitterlich. Todesmöp, so eine Gnade. Knaiko. Knaiko. Genau. Ich kenne dich schon mittlerweile schon ein bisschen. Du hast das ein Scheißwetter. Und hops. Ja, viel Erfolg, nicht? Ja, das hoffe ich auch. Ob ich muss sagen, mein Parkverhalten hat sich schon improved. So, jetzt, ne, die Tage. Wird schon besser. Ja. Das war besser jetzt? Ja. Also wir sind mal nach Hause gefahren, vor einer Woche oder so. Das Trinkie, glaub ich, zum ersten Mal gefahren. Die hat eine halbe Stunde gebraucht, um hier hinzupassen. Ehrlich? Ja, und hier steht kein anderes Auto. Ja, und gerade als wir den Kunden weggebracht haben, kamen wir sofort zum Stehen. Also so schnell ging es noch nie. So, Tobi. Wie viel Geld? Was? Vielen Dank. Ja, nimm schon viel Geld. Nimm euch. Das ist ja noch viel Geld. Das mit der Kopfschmerzen ist immer ein bisschen. Der Pinsel. Was muss der Auto? Ich schau den um weg. Wenn der uns bescheißt. Ja, dann machen wir den platt. Ja. Also ihr. Also wir. Wir haben nämlich gerade schon wieder einen Kunden gehabt. Ich halte mich da raus. Ich bin nur Allerbeisteher. Du musst dir mal unbedingt ein paar Klamotten besorgen, ein paar Schicke. Ja. Ja, wenn ich mal was Geld dabei habe, dann ja. Kannst du mit Karte zahlen? Hast du keine Karte? Habe ich gesehen, dass das geht. Habe ich auch mit dem Handy gemacht. Aber ich bin da im Moment gerade so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen... Ich bin noch kein Jetlag. Siehst du auch wie Lutsch. Was ist denn, Ronny? Ja. Ich bin auch so süß, wenn du mal dran lecken willst. Ja, jeder 10. Mach das. Ich rechne nochmal aus. Was habe ich gesagt? Ja, mach einfach jeder 10 fertig. Ja, ich habe meine Heli. Oh mein Gott. Der Typ hat einen Unfall gebaut da hinten. Na, mach einfach 10 ist okay. Der Typ hat einen Unfall gebaut da hinten. Oh, danke. Zivilcourage. Egal. Lass den Krapier. Boah, sieht so weit nicht. Hast du gekriegt schon? Ja. Ich bin hier. Ja. Ja. Oh, du hast mir Thomas Anteil gegeben. Wollen wir mit Tommy jetzt mal hin? Ja, ich möchte da hinrennen. Ich gebe dir dem Tommy es nicht mehr. Nee, aber der Mediziner in mir möchte da jetzt hinrennen. Schlagst du dich mit der Mediziner oder was? Hier bin ich im Urlaub. Oh, die Mediziner. Danke. Boah, das ist aber ein Umschlag. Ihr? Aber ein ehemaliger Kollege von mir. Ähm, nö. Hast du ihn zweimal gekriegt? Ja. Du hast mir zwei Umschläge gegeben. Ja. In den Arschsack gesteckt. Komm her, Arsipupsi. Ich habe sie hin in den Arschsack gesteckt. Da. Danke. Ja, gib den Umschlag an Arsipupsi. Ja, du gehst heute noch. Was ist denn? Wir haben ja ganz schön Probleme hier. Danke. Wurde auch Zeit. Der Schwimmigwerdi beschissen. Boah. Nein. Okay. Jetzt nicht mehr? So, jetzt los die Zollentreffen. Boah, das macht einfach so unheimlich viel Spaß. Das ist unnormal. Übrigens an die Leute, die gerestappt haben oder gesappt haben, Bits, egal was. Vielen lieben Dank. Tut mir leid, wenn ich im RP nicht so krass darauf eingehen kann. Komm, Tommy, geh mal gucken. Aber ich habe vollen Fokus. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Na, guck du mal besser. Sag mal, geht's dir gut? Ja. Und du hast dich ja bestimmt fünfmal gedreht. Ich habe mich ja doch schon ein paar Mal gedreht. Brauchst du einen Krankenwagen? Einen was? Einen Krankenwagen. Ja, mach mal dein Auto auf. Ich glaube, wenn das Auto noch... Ja, ich glaube nicht, dass das... Also du bist nirgendwo gehen gefahren. Du hast dich nur gedreht. Ich glaube, ja. Und wieso fehlt hier eine Scheibe? Das weiß ich nicht. Das wegen den Hage, Kölner. Also brauchst du einen Krankenwagen? Funktioniert aber auch nicht. Mach mal dein Auto auf. Ich gucke mal im Kofferraum, ob alles da ist. Das Auto ist offen und da wirst du nicht erfolgreich sein. Die gehen nicht dran, der Notrettungsdienst. Ist ja wirklich nix drin. Ja, ich glaube... Du wurdest bemobst. Selbst einmal. Ich nehme den Schnapperer da auf. Schnapp die Liederbsuche. Was ist denn mit dem Rettungsdienst los? Mit dem Feldarzt? Der Feldarzt. Der Feldarzt. Bist du noch in der Lage, dich dahin zu bewegen oder sollen wir dich fahren mit dem Taxi? Kostet doch nur 3000 Dollar. 3000? Ja, ist nur ein Schnapper. Ist das nicht hier um die Ecke? Ja, klar. Safety first, ne? Wir bieten ja auch so einen exklusiven Fahrstil an, dass alles schön ist. Ein Fahrstil? Ja. Habt ihr dann auch so Ambientbeleuchtung und sowas? Na klar. Aber ihr seid alle das kreisend. Wir haben sogar extrem gute Duftbäume im Taxi drin. Aromatherapie. Wir sind so wie die Möwen von Tinnen und Tinnen und Tinnen. Wir können dich auch holen. Wir wollen alle den Fahrgast. Meins, meins, meins. Als welcher Form ist. Welchen sind wir arm? Eins, zwei oder drei. Lücke, schauen vorbei. Welchen Taxifahrer ich mir aussuche? Ja. Ja, aber... Wann haben sie denn so viel Resolvenz? Hallo? Wie ist denn die Kantine? Halt mal die Klappe, Pinsel. Also der Pinsel ist dafür berüchtigt, dass er seine Kunden abzieht. Ja. Der Tommi ist ein 1er Kerl. Und bei Twinkie und mir hast du natürlich den Vorteil, doppelter Airbag, ne? Falls noch was passiert. Das stimmt. Ah ja, okay. Aber ich fahr Sportwagen. Und ich zieh dich ab. Ja? Fahr mich mal schnell dahin, wo dein Taxi steht. Ich kann nicht, ich hab genauso. Ja doch, du hast doch da... Peanut? Ja. Fahr mich mal gerade... Wo stand dein Auto noch? Warte, lass die Kunden machen. Ich fahr dich, Mann. Also, ich glaube, ich würde bei den beiden Herrschaften... Okay, ich fahr mir, weil ich mach nicht rechne. Ja. Okay. Dann, bleib ruhig in Regen. Ich komm's kaputt. Okay. Die Scheibe. Müsste ich heibe. Du kannst sie ruhig stehen bleiben. Wir kommen hin. Ja. Dann müssen ich auf, dass du mich ansprichst. Ronny kann das bestimmt für den 10er machen. Für den 10er mache ich gar nichts. Ich spreche im 10.000er-Bereich, hör mal. Oh. Weil ich seh mit dir, Ronny. Ja, ich will Geld. Ach, scheiße, ich bin die Matsch gefallen. Verdammt. Äh, du hast noch Friesen. Es gibt diesen Skin nochmal mit angeklappt, mit einem blauen T-Shirt. Oh Gott, guck die Mann, lass ich mal. Und es gibt für den Skin drei Props. Einmal so ein Fischerhut, eine Sonnenbrille und noch irgendwas. Aber Unity hat dafür den Feature. Das heißt, ich werde die ganze Zeit so rumrennen. Du siehst aus wie einmal durch den Teich jetzt so. Ja, du siehst furztrocken aus, wenn du mich fährst. Ja, dann sehe ich mich manchmal nur mit dem blauen T-Shirt, weil Singfehler. Ja. Momien. Ja, was sonst? Ich weiß nicht. Äh? Ich bin dafür, dass die Frau Schnecke fährt. Ja klar, Twinkie, du fährst, oder? Ich? Okay. Ja, du meinst ja super. Nee, den S-Mann in den Grund. Pauli, was geht denn? Sag mal, bist du bescheuert? Ey, was geht? Hey, warte. Au, 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 au. Du mit dem Pinseln. Ey, du musst doch... Du hast ihn angefahren. Der hat sich hinter mein Auto... Der ist Versicherungsbetrüger bist du. Hä, Ronny, ist alles in Ordnung? Sollen wir die Polizei rum? Nur 5000 Dollar können seinen Tränen trocknen. Du kriegst gar nichts von mir. Du doch nicht so. Zieh mich aus dem Reifen raus. Du bist ein Versicherungsbetrüger. Ich helfe dir jetzt aber, ausnahmsweise. Ja, oh, danke. Man fällt dir ein. Oh, ich soll das Ding hier weg. Oh, ich soll das Ding hier weg. Oh, ich soll das Ding hier weg. Das ist schon ein paar. Hä? Twinkie, komm. Ronny, den Ding holen. Stell dir nie so an. Oh, oh. Aua, Polizeihilfe, aua, aua. Versicherung. Ach, Versicherung, Sir. Ich bin ein Polizeimann. Ihr müsst immer noch bei uns die Geister aus vertreiben. Ja, wir kommen. Stimmt. Warte, ich brauche einen Mediziner. Ihr seid ja nie zu Hause. Natürlich war nie zu Hause. Geld ist wichtig. Okay, wir kommen. Okay, natürlich, aber... Oh, Twinkie? War ein bisschen komisch aus, dass der mit den Grünen. War nicht so schnell. Das ist Polizei. Ihr solltet euch schnell vom Acker machen. Der Kopf hat Lunte gerochen. Wir kommen gleich wieder heim. Harry. Der Kunde. Der steht vorne in der Ecke. Immer noch, der Armin. Egal, im Regen. Wenn du sterben, dann gehst du lieber ein Stück weg. Ich bin doch schon tot. Sieht man das nicht. Ich kriege ihm Licht anmachen. Der Sheriff ist da. Ach, ich muss in keinem Haus. Der Traktor ist schwerer als gedacht. Ja, wir fahren ja eh dahin. Jetzt ganz smooth anrollen, Twinkie. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Downtown Cap Taxi. Bitte anschlagen. Ja, selbstverständlich. Riechen Sie die Duftkerze, die Aromatherapie? Riechen Sie irgendwas? Ja, ja. Und jetzt? Ja, ich riech's. Ich bin doch gerade am Gummibärchen essen, gute Dase. Ich höre, das kostet übrigens extra wegen der Dusche. Die war mit dem Bereich drin. Nein, das kostet nicht extra. Warum? Welche Büsche? Dusche. Dusche. Kommst du euch mal an ein Land? Ob ich aus einem anderen Land kann? Wir sind jetzt dabei einzuparken. Das dauert einen Moment. Ich komm aus Australien. Fahr einfach vorne auf die Insel. Welche Insel? Vom Krankenhaus. Dürfen wir da hin? Ja. Zum Gast ein- und ausparken, ja. Also da, hier rein nicht, sondern da die Inseln. Noch ein Stück. Da gerade aus, der Busen, was ist das? Hier vor uns. Das ist ein Busch. Nein, da, da, da. Trink ihn in den Busch. Die Insel. Ja. Boah, aua. Eins a. Ja. Taxi wieder kaputt. Oh, das war ein Luf anstrengend. Okay. Wenn sie gerne Trinkgeld geben möchten, nur zu. Was kostet mich der Spaß denn? Oh, das sagt die in der Pinsel. Aua. Wie viel Wein war das? Das war nicht mal ein Kilometer. Tja, was willst du beschreiben? Sag mal 2.000 für die Rettung. Machen wir 3.000 und das ist ein Tausender für jeden von Ihnen. Dankeschön. Okay. Dann machen wir da doch. Warte mal, Pinsel, du bist ins Krankenhaus, ne? Hier. Mach das Gerät durch. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr freundlich von Ihnen. Wir müssen auch rein. Ich bin Ihnen zutiefsten Dank empfunden. Ich weiß nicht, mich dieses Schuld jemand begleiten. Am besten bescheiße ich mal ein bisschen mehr. Okay. Wir müssen auch rein. Wir müssen mal gucken. Hast du dir nicht wehgetan gerade? Das kriegen wir hin. Ja. Schnucki Putsch, hast du dir gerade nicht wehgetan? Ich habe zuerst gesagt, mein Nacken, lass dir was Neues einfallen. Ey, wisst ihr, warte, ich habe hier Haus verworrt. Warum? Wie kann man denn ein Krankenhaushausverbot haben? Ja, weil ich... Und jetzt... Ja, weiß ich nicht. Ja, Willi. Ja, wo seid ihr? Wir sind am Krankenhaus. Sie haben Kunde hier abgesetzt und Pinsel wurde angefahren vom Tracker. Ach, echt jetzt? Ja. Äh, dann kommen wir mal hoch zum Krankenhaus, weil ich wollte jetzt gleich in das Bett. Dann sage ich euch noch gute Nacht. Okay, wir sind hier in der Pillenbox. In der Pillenbox. Okay. Wir kommen. Bis gleich. Bis gleich. Haben wir denn hier auch welche? Bestimmt. Erst mal was ziehen. Soll ich die Massons locken? Nerv nicht, ich muss gucken, ich habe Hunger. Oh, sorry, Model. Entschuldigung, ich habe Hausverbot. Zwei Pickchen Kaugummi. Kokoswasser. Ja, okay. Willst du mir kommen, ich brauche einen Termin. Oh, die da scheiße Regen, ne? Oh, wach. Trink ich. Trink ich. Ja. Oh, danke schön. Und ein Päckchen Kaugummi. Oh, Kaffee. Für nachher. Auf gutem Hotel. Ja, war dies Koffi. Ja, war dies denn mein Freund. Mach mal, guck mal, was der Onkel Willi mit hat. Was hat der Onkel Willi mit? Mach mal, seht's. Ja, ich kenne den, das ist Toffee. Ja, Koffi. Mit dem Koffi, mit dem habe ich gestern getanzt. Ehrlich? Beim Crash-Derby. Du weißt schon, dass alle dich von hinten angucken, ne? Ja, wenn niemand frei wäre, dann einmal... Ja, ich stehe hier doch nur. Ja, aber du bist so schön. Ach du. Ist deine Begrüßung hier frei? Ja, wie kann man euch helfen? Wir haben einen kleinen Anstubser gehabt mit dem Auto und mein Nacken tut ein bisschen weh jetzt. Das Problem ist, wir sind gerade total unterbesetzt. Ja. Du musst selbst gleich in den OP rein. Nehmen Sie kurz Platz und wenn der nächste Arzt rauskommt, einmal bitte ansprechen. Okay. Viel Spaß, bis auf die nächsten zwei Stunden. Jo, weißt du, war ein neuer Plan. Ich sag dir's. Wir fahren hoch zum anderen Krankenhaus. Okay. Dann ruf ich Riccardo an. Okay. Ruf erstmal an. Ja. Warte, der Willi will pennen gehen. Oh, so. Wie spät ist denn das? Ja. Was? Es ist schon fast zwölf? Ja. Wie schnell geht die Zeit um? Ja, lassen. Ich zeige es. Oh, hast du Dreckfrau. Alter. Entschuldigung. Ja, Willi, gehst du knacken oder was? Ich muss knacken gehen, ja? Lass dich umarmen, du Grete. Oh Gott. Gute Nacht. Gute Nacht. Ähm, ich tu den Schlüssel wieder im Schlüsselkasten. Das wär super, ja. Und Leitstellen-Telefon kommt wohin? Äh, das, ähm, machst du im Menü, tust du einfach wieder... Im Menü, ich klatsche gleich eine, Junge, Alter. Im Menü. Doch, auf deinem Kartenlesegerät, was du hast. Ja, ich tu dann einfach wieder am Computer hin. Richtig. Du, Knallkopf, im Menü, Alter. Ich hab mich schon angesteckt. Ich hab Maul, Junge. Menü. Was haben die heute alle mit ihrem Menüpinsel? Ja, ich hab zu viel Meckes gefressen. Menü 1, Schwede. Er hat nur sich wünsch dir eine Gute Nacht. Wie, wir kommen nur mit zum Krankenhaus, oder nicht? Also? Wir fahren doch mit nach oben. Ich weiß nicht. Ist da überhaupt niemand? Weiß nicht, du rufst deinen Arzt an da oben. Ich hab' mir Küsschen, mir Küsschen. Sag' mal. Riccardo. So, ja, wollen wir, oder was? Erreich ich nicht. Fahren wir noch mit dem Pinsel nach oben? Im Krankenhaus? Ich glaube, ich geh morgen... Oh, ist keiner. Ja. Ich glaube, ich mach das morgen. Ich nimm mir ein Wärmekissen, dann geht das schon. Ja. Aber Pinsel ist verletzt. Wir nicht so durch. Was ist denn passiert? Der Scheißer ist mit... Ich bin unter dem Traktor und dann reif ich mich... Ich glaube, Schottie. Ich lag unter dem Traktor. Kurz. Und das war verdammt schwer. Das ist mir mein Beinchen gefallen, sag ich mal. Mit Kopf. Was passiert denn, wenn ich mit dem Leitstein-Telefon ins Hotel gehe? Wenn du... Nimm dir dann anderes einfach? Oder führt das zu Problemen? Nee, das führt nicht zu Problemen. Okay. Nee. Die werden automatisch frei. Wenn du schlafen, gehe ich. Schwenke... Kannst du das Maul, bitte? Hättest du vor deinem Maul. Wenn ich schlafen gehe, bin ich dann automatisch frei. Woher weiß denn das Telefon, dass ich schlafe? Der Akku steht auch immer eher... Oh mein... Sei einfach gut. Ich wollte nur einen Gag machen. Was hast du gesagt, Twinkie? Von vorne an, oder? Wenn du länger nicht rangehst oder so. Soll ich ja nach Hause fahren, oder nicht? Zum Taxi Benze. Okay. Wo seid ihr jetzt gleich? Ja, was? Ich glaube, wir gehen jetzt gleich auch ins Hotel, ne? Schnucke Putz? Ja. Hasipups? Ja, ja. Hasipups? Ja, Pinsel muss dann zusehen, ne? Du bleibst wohl noch eine Weile hier, mein Guter. War ja nur ein Traktor. Ich gehe bei die Polizei. Was gehst du bei der Polizei? Ich sag, ich brauche einen Püß-Hei-Arzt. Und wir seh ich. Wo ist denn eigentlich unser Auto, Twinkie? Ja, bei dem Taxi. Da vorne. Das Taxi dürfen wir nicht mehr gehen, ne? Nee, bitte einparken. Das ist wirklich ärgerlich. Ich dachte, man kann das auch privat nutzen. Ja, das ist schlecht. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was in diesem Sinne. Ich springe dich hoch. Ja. Oder mit dir das Auto im Taxi. Auf die, zu doch. Hä? Achso, fahr dir, ja, dann fahren wir doch zusammen. Wir fangen jetzt alle hoch. Ja, okay, dann trink. Ja, ich gehe morgen, mein Doktor. Okay. Bewege dich einfach nicht viel. Ich war da jetzt hier. Mach' in der Flasche. Also bleibst du hier Pinsel? Ja. Okay, dann bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bist du gleich noch da? Ich fahre noch arbeiten. Was? Ich arbeite noch. Bist du noch da? Ja. Okay, dann wird's gleich. Schlaf gut. Der darf da nicht parken. Schlaf gut. Hab dich lieb, Ronny. Komm her. Du bist schon widerlich. Pinsel, du bist mein Freund. Ja, du bist mein Freund, Pino. Hallo, die dürfen da nicht parken. Was darf ich nicht? Das ist nur für Taxis da vorne. Arbeite hier. Die dürfen da nicht parken. Arrogante Schwein. Das war der Typ, der hat mir die Knarre ins Gesicht gedrückt. Was hat der? Warte mal, warte mal, warte mal, was hat der? Was hat der? Der hat mir den Knarre ins Gesicht gedrückt. Der da? Der. Was ist mir? Der hat mir den Knarre ins Gesicht gedrückt. Du hast den Pinsel in die Knarre bedroht. Bitte was? Ja. Versuch dich nicht rauszureden. Arbeitest du hier? Eventuell. Ich weiß ja nicht mehr, von was ihr gerade redet. Du hast den Pinsel bedroht. Die sehen alle gleich aus. Mit geleckten Haaren. Hallo? Das läuft die beste Frisur. Ich fotografiere an die Nummernschild. Und morgen verfeifest du beim Sheriff. Viel Spaß bei dem. Knallguck. Ich weiß es heute nicht. Brainy man. Das ist ein Nuller-Kennzeichen. Viel Spaß. Ja. Egal. Oh. Taxi Pinsel am Apparat. Weißt du denn den du? Hallo. Habt ihr gerade Zeit oder frei? Nee, ich hab kein frei, sonst ich bin am Arbeiten. Aber ich hab ein Taxi frei. Genau, ein Taxi frei. Das wollte ich fragen. Das ist ein Nuller-Kreis. Ja. Könntest du mich oben beim Klamottenladen 5 abholen? Oh, Mensch. Da muss ich... Tommy. Ja? Oben, wo denn oben? In Paleto? In Paleto, genau. Da wartet jemand in Paleto auf dem Taxi. Ja, muss er warten. Dann springt ihr euch erstmal weg und alles. Der Willi weg. Okay, aber dauert einen kleinen Moment, bis ein Taxi nach oben kommt. Jo, kein Problem. Da oben im Paleto am Klamottenladen? Okay. Genau, richtig. Okay. Ist ein Taxi unterwegs? Jo. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bye, bye. Oben am Klamottenladen? Okay. Okay. Kannst du nochmal sehen, jetzt sind wir alleine. Ist reining, man. Halleluja, ist reining, man. Du hast die Stimme eines Engels. Ja, ne? Ich bin ganz im Körper. Ich bin ganz im Körper. Ja. Kiss mich. Wenn wir gleich duschen gehen, kannst du in der Dusche singen? Ja, klar. Geil. Ja, hast du einen Wunsch, oder? Boah, wie wär's mit, ähm, von Eminem, Rap Devil? Ja, okay. Das ist ganz langsam, das Lied. Mach ich. Klar. Warte, ich muss gucken, wie das jetzt funktioniert. Oh. Ähm. Ich glaub, du kannst sogar noch einen weiter. Weiß nicht. Soll ich einen weiterfahren? Äh. Oder soll ich das hier parken? Ja. Nö. Einfach parken, ne? Ja. Und abschließen. Okay. Abgeschlossen. Schlüssel im Schlüsselkasten. Genau. Äh. Was wichtig ist, ist, dass die Türen immer alle zu sind. Ja. Was wir jetzt nicht gemacht haben, aber das ist nicht schlimm, das kann man morgen machen, tanken. Bevor, dass der Nächste, wenn morgen jetzt früh einer in Dienst gehen will, dann hat der voll getanktes Auto, weißt du? Stimmt, okay. Ja. Er gibt Sinn. Ja. Dann gehe ich kurz zum Schlüsselkasten. Ja. Komm. Äh. Ich muss mich am Geländer festhalten. Gott, fall nicht runter. Och, nicht schon wieder. Das war nur der Schuh. Welcher Schuh? Mein. Ach so. So, Schlüsselkasten. Oh. Wart denn? Zack. Ich hatte zwei Schlüssel, aber warum? Egal. Sind beide im Schlüsselkasten. Okay. Dann hat der Ronny, hast du einen rausgenommen? Der Ronny hat dir sie vielleicht sein gegeben. Ich hatte einmal irgendwas mit Cap und einmal irgendwas, irgendwas anderes. Ah, nee. Warte. 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 Nimm dir den mal wieder, den Schlüssel. Welchen? Den du da, äh, das ist von der Zentrale. Oh. Stimmt. Das war der Tour. Der Urschlüssel. Wer kann nicht, doch nicht wissen, hier mit den ganzen Schlüssel. Ja, ja, ja. Ist das ein Briefträger hier? Mit den ganzen Blättern. Mit den ganzen Blättern. Ach so, Leitstellentelefon lege ich hier hin. Dann schlaf ich und du's, oder? Gibt's das Leitstellentelefon ab? Halt doch einfach die Umleitung in deinem Handy aus. Ich hab Leitstellentelefon hier hingelegt. Ja, dann nehm ich mir das jetzt. So, Schnucke. Wo haben wir geparkt? Äh, hier hinten. Wo ist der Ronny? Ah, der... Kranke Haus. Ah ja, immer noch? Ach, Küsschen mit Küsschen. Dann wünsch ich euch ne gute Nacht, ne? Ja, gute Nacht. Vielleicht, also... Ist so 50-50, weil wir haben morgen unsere Fernsehshow. Morgen ist Dienstag, oder? Ja. Morgen läuft unsere Fernsehshow, aber vielleicht wird die abgesagt. Vielleicht sehen wir uns morgen. Okay. Tommy, hau rein. Ja, ich wünsch dir was, ne? Komm her. Oh, geil. Oh, geil. Ey, und denk dran, ne? Steck einen von mich mit weg, ne? Wie? Ja, nimm beide Hände. Was? Eine Hand passt nur in den Mini-Fridge rein. Tschüsschen. Tschüsschen. Das war sehr aufregend heute. Oh. Ja. Ich schneid mich besser mal an. Ja, mach das mal. Wir müssen auf jeden Fall Autofahren üben, Twinkie. Ja. Ja? Ja, das können wir machen. Okay. Läuft unsere Show morgen? Ich mein schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh, oh, oh. Ja, wir müssen, wenn wir jetzt Arbeit haben, können wir uns auch eine Wohnung leisten, ne? Ja. Falls wir länger hierbleiben wollen. Spielst du mit diesen Gedanken, hier zu bleiben? Ich weiß nicht. Hier können wir den amerikanischen Traum leben. Was verpassen wir zu Hause? Naja, anscheinend die ganze Welt, weil hier geht's ja ganz anders auch. Ja, eben. Das sind wir ja echte Schlaftabletten. Und ich finde, wir passen sehr gut her, oder nicht? Ja, also manchmal ist mir das so ein bisschen ziemlich tempolastig hier in diesem Staat. Aber da gewöhnt man sich sicher dran. Ich bin ja ein bisschen langsamer am Kopf manchmal. Ach komm, das wird doch schon wieder nix. Ja, komm, ja, jetzt die Kurve ordentlich. Das war, nein, ja, Twinkie. Doch, das war gut. Twinkie, los. Du schaust da. Pass auf, da sind jetzt... Woops, da sind jetzt Fahrzeuge. Da sind jetzt Fahrzeuge. Oh, du, so viel. Du kannst das, Twinkie. Ah, falsche Richtung, Twinkie. Okay, komm. Du kannst... Nein, Twinkie, nein. Mittlerweile wird mir gar nicht mehr schlecht. Nicht zu sehr, Twinkie. Oh mein Gott, du hattest fast der Motorradfahrt. Oh jee, ja, was fährt der denn auch so dumm? Okay, okay, ach komm. Och, das kann es doch auch nie sein. Ich würde sie gegen lenken, aber das ist irgendwie so einfach. Oh, fast. Fast. Scheiße. Okay, nochmal. Ja, das war es auch nicht. Dann habe ich das Gegenlenken vergessen. Okay. Okay, 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 okay. Ist ja auch wutschig, es regnet ja auch. Ja, das macht das alles ein bisschen schwieriger heute. Komm, Twinkie. Twinkie, mach es dir. Pass auf, vor allem nicht die anderen Autos. Ich versuch's ja. Mein Gott. Ja, okay, ich lass dich in Ruhe. Rühre ich mich jetzt nicht auf, bist du? Ich versuch's ja. Auah. Hey, bist du verrückt? Hast du da kratzt da reingefahren? Ach, das merkt er gar nicht. Entschuldigung. Gehen Sie bitte von der Straße. Wir versuchen einzuparten. Mein Gott, was ist denn mit den Leuten hier los? Pass auf, fahr den ja nicht an. Ja, was steht der denn auf der Straße? Nicht betrunken? Also irgendwie braucht es hier einfach raus. Nein, die ist Fahnenfängerin. Die ist Fahnenfängerin, die ist nicht betrunken. Die versucht einzuparken. Jetzt hatten wir Spaß. Bitte rufen Sie nicht den Sheriff. Jesus Maria, wir müssen tanken. Oh, nee, komm. Aber nicht jetzt. Das kann so viel sein. Wir hatten es. Oh, je. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, je. Bitte fahr da vorsichtig dran, bitte. Das Ding geht voll in die Luft. Ich versuch's mal. Das scheppert richtig. Oh, je. Das scheppert jetzt schon. Nicht zittern. Das ist kein gutes Wort, sein. Oh, mein Gott. 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 Ich kann die Augen nicht aufmachen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nur ein bisschen rückwägen. Nur ein bisschen rückwägen. Okay. Bitte nicht. Oh, nee. Nein, bitte. Twinkie, bitte. Ich will leben. Oh, guck mal. Kommst du dran? Nein, der Schlauch ist so kurz. Oh, Mann. Wie immer. So, das sollte reichen. Was tankt die Karre? Ja, Alter. Mach mal Motor aus. Einmal Benzin. Ja. Ich glaub, du musst mal aussteigen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Soll ich jetzt vor oder zurück gehen? Du musst näher an die Tanksäule. Okay. Okay. Pass auf, bitte. Nee, hier gibt's kein News. Komm, Twinkie, du schaffst es. Ein Stück noch. Ein Stück. Weiter. 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 Okay, vielleicht reicht's. Mach mal Motor aus. Ist aus. Nee, das... Du musst weiter zurück. Komm, stell mich davor. Dann kann nichts passieren. Oh, jetzt. Mach Motor aus. Also, jetzt muss ich gehen. Mann, der Schlauch ist... Steig mal wieder aus. Lass Mama mal machen. Komm. Nee, der Schlauch ist zu kurz. Nee, komm. Das kann nicht sein. Wir stehen direkt davor. Nee, geht doch. Was ist denn los mit dir? Nee, geht doch. Ja, geht doch. Du willst einfach nicht zahlen, ne? Kannst du auch gleich sagen. Dann müssen wir hier nicht stundenlang stehen. Oh, ey, immer der Schlauch. Der Schlauch war zu kurz geworden. Ja, du musst auch den Schlauch von der Tankstelle nehmen. Ach so. Ich hab noch nie in meinem Leben getankt. Ich hab doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Wieso hab ich schon bei einer Tankstelle gearbeitet? Ich hab mich schon überrascht. Mann, Mann, Mann. Du bist echt ein Ieni. Warte, hab ich jetzt Benzin genommen? Ich glaub schon. Ich hoffe, dass du Benzin genommen hast. Nach Hause werd ich nicht laufen. Da ruf ich den Tommy an. Da ruf ich den Taxi an. Ja, wird schon gehen. Ja. Hoffe ich. Auf dem Land tanken wir doch auch immer Heizungsöl. So, bitte spring an. Bitte. Ja, siehste. Oh, mein Gott. So, alles gut hier. Okay. So. Oh, pass auf. Oh, je. Oh, Mann. Weißt du, was mich wundert? Was denn? Dass uns noch nie der Sheriff angehalten hat. Ja, keine Ahnung. Hat doch jeder hier einen Führerschein. Ob jetzt fahrtüchtig oder nicht, ist der Schein egal. Aufsache der Schein ist da. So, bitte. Wo fährst du ihn? Weiß ich nicht. Verfahren, scheiße. Ach, Mann. Die Blitze, die behindern mich jetzt auch ein bisschen. Wir sind alle müde. Aber stream war Zucker heute. Oh, guck mal. Nichts los. Nichts los. Oh, die haben extra ihre Autos weggepackt wegen uns. Das ist doch nett. Ich glaube, der hat nicht die Bullen, sondern seinen Kollegen. Ich glaube, der hat die abschleppen lassen, bevor wir die platt machen. Ich glaube, auch ist es wohl auch besser so. Oh, mein Gott. Ich muss duschen gehen. Das war fast perfekt, ey. Ja, du stinkst auch ein bisschen. Ich glaube, ich stinke überhaupt nicht. Nee, ein bisschen schon. Nee, dusch dich. Ja, auch. Aber das war meine Entscheidungsgewalt. Ich wollte einfach mit dir mal wieder duschen. Ach komm, ey. Das kann es doch nicht sein hier. Mann, du rast hier aus. Das ist doch einfach nicht mehr lustig. Also, also jetzt ernsthaft. Ich gebe dir mein Bestes. Ah, mein Faust mit mir. Oh, Mann. Oh, Mann. Das kann er nicht. Das ist schlecht. Oh, Mann. Das Watt ist doch aussichtlich. Wie ist das ausgleichig? Mann, können wir nicht so stehen bleiben? Nee, die schleppen uns ins Ob. Okay, okay. Das wird schon drinky. Ich glaube an dich selbst, so wie früher. Soll ich parken? Nein, das geht schon. Das will ich jetzt. Nicht weinen. Oh, fast. Ja, nein. Wir sind... Ja, aber ich glaube, so können wir stehen bleiben. Ich glaube, das passt so. Okay. Ich bleib noch ein, zwei Minuten hier sitzen. Ich muss mich ein bisschen erholen. Ja, okay. Ja, okay, Schnuckiputzi. Aber aussteigen musst du trotzdem, weil du hast keinen Schlüssel. Ja. Okay, mach den Motor aus. Dann bist du gleich, Speckschnütchen. Okay. See you guys, Alter. Ich muss duschen, Alter. Ich bin so ein Junge. Boah, wunderschön das Wetter, ne? Ich liebe GTA. Ah. Puh. Puh. Ah. Das macht mich jedes Mal fertig. Jedes verdammte Mal macht mich das fertig, Alter. Ich weiß nicht, warum, aber wenn ich sehe, wie das Auto so gleitet... ...dreh ich durch. ...dreh ich durch. Oh. Äh. Sindme, dankeschön für Luis, aber im 43 sind noch. Und BlackEye, Cynics, Gamers, Karibik Frank, brrt, brrt. Master Sheesh, Sweet Chino und Ruhrportellen und Suki und Mamba. Ja, das haben wir noch. Äh. Spineless zum Beispiel. Mick Fickman. René Octavia. Vielen lieben Dank noch für die Re-Subs und Zubs. Boah. Ich lache auch. Ich heule auch immer Tränen, ne? Puh. Krista heult auch vor Lachen gerne mal. Ja, das ist einfach pures Zucker. Äh. Und jetzt bis Donnerstag warten. Morgen ist immer der Tag, wo wir hier einkaufen fahren und so ein Shit. Ähm. Aber ich hab ja jetzt viel... Ja, was heißt das? Ich hab frei gemacht, ne? So, ich war abgefuckt. Ich sag morgen bei Twitter Bescheid oder im Discord, okay? Eins von beiden habt ihr ja auf dem Schirm. Ist 50-50. Für morgen, okay? Kennst du das, wenn es einem schwindelig wird beim Lachen? Ich denke jedes Mal, dass... Ja, ich auch. Mir wird voll oft schwindelig. Aber komplett. Auch wenn ich mit Peanut im RP laufe und so selbst hyperventilieren, ja, für den Dings, für das RP. Da wird mir auch ganz komisch manchmal. Ist nicht gut. Deshalb hab ich da ein bisschen eingeschränkt. Peanut große Zukunft. Ja, ist einfach komplett Comedy und Zucker. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wie gesagt, ich sag morgen, beziehungsweise nachher bei Twitter und Discord Bescheid. Ist 50-50. Weil Dienstag, Mittwoch ist das eigentlich immer frei. Ich versuche aber. Ich versuche da Dinge hinzubekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir sehen uns morgen. Ah, es ist bestimmt noch irgendeine Online, oder? Ich hab gesehen, gestern war Koopa da. Der hat Mario Kart gespielt. Warum hab ich den nicht gesehen? Ist der da? Oh, Koopa streamt. Mario Kart. Ich hoste den mal heute. Ich glaub sogar, dass meine Schwester Kusch da mitspielt. Also nicht im Stream mit ist, aber die gegen Koopa und gegen Crack und so zockt. Und lieb sein, ne? Aber Koopa kennt er ja. Ah, halt die Ohren steif. Haltet ihr auch die Ohren steif. Und vielen lieben Dank nochmal. Das freut mich, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. So, gute Nacht. Bye, bye. Schlaf gut und tschüss. Tschüss. Nehmt euch noch ein Tinkerpäckchen. Twitter und Discord im Auge behalten. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.